Sie hören das Lange-Müller-Audiobook Halleluja von Joachim Ferner, gesprochen von Dieter Mann. Als wir, meine Frau und ich, 1945 in einem kleinen Mansardenzimmer lebten, dessen Wände zwei Monate im Jahr mit einer Eiskruste überzogen waren, überbrachte uns freundlicherweise ein alliierter Soldat einen Brief aus Amerika, Antwort einer alten Freundin. Der Brief bestand nur aus einer Zeile, sie lautete, ich verabscheue alle Deutschen. Jahre später zeigte ich diesen Brief meinem alten Verleger Walter Kahnert und fragte ihn, ob ich den Spieß auch umdrehen dürfte. Er sah mich ernst an und sagte, nein, die Amerikaner sind im Grunde ihres Herzens gute Menschen. Sie haben uns, als wir hungerten, Care-Pakete geschickt. Vergessen Sie das niemals. In Rom fragte ich einmal eine freundliche Anarchistin, warum sie sich Abend für Abend die Ohren mit der Musik der Amerikaner volldudele und ein Hemd mit der Aufschrift Wrigley trage. Sie antwortete, der Amerikanismus ist des Teufels, aber das amerikanische Volk ist gut. Unmittelbar nach Kriegsende, das Beispiel gehört also eigentlich an den Anfang, lebte ich in Süddeutschland, unangemeldet und inkognito. Eines Tages erhielt ich ein Schreiben unter meinem vollen Namen vom amerikanischen CIC. Man forderte mich auf, zwei Tage später in der Dienststelle zu erscheinen. Unterschrieben war der Brief von einem Leutnant. Wohlgemerkt, es kam kein Jeep, der mich einfach abholte. Man gab mir zwei Tage Zeit zu erscheinen. Das heißt, zwei Tage Zeit zu verschwinden. Ich begriff es sofort. Bis auf den heutigen Tag zerbreche ich mir den Kopf, warum dieser Leutnant das tat. Es gibt nur eine Erklärung. Dieser Amerikaner war ein guter Mensch. Wie da also? Sind die Amerikaner gut? Ich muss es glauben. Es ist angenehm, so etwas im Voraus zu wissen. Und mit solcher Gewissheit wollen wir nun mit der Geschichte dieses guten Volkes beginnen. Das Amerika nach Amerigo Vespucci heißt, weiß jeder Mann. Wer aber, so fragt man sich, hat dem unschuldigen Ehrteil diesen Namen angehängt? Denn Vespucci hatte weder die neue Welt entdeckt, noch Nordamerika jemals gesehen. Er war überhaupt ein rechtes Lügenmaul. Aber von der Namensgebung hat er keine Ahnung gehabt. Wer also ist der Schuldige? Nun, wer wird es wohl sein? Wir haben allen Grund, uns an die Brust zu schlagen, denn es war ein Deutscher. Im Jahre 1507 brachte der Geograf Waldseemüller die erste Karte von der Neuen Welt heraus und erkühnte sich, dem Kontinent auch gleich einen Namen zu geben. Vom Norden sprach man wenig, der Süden war weit besser bekannt, und die Weisheit hatte man aus den Schriften des Herrn Vespucci. So kam Waldseemüller zu dem Geniestreich, nach dem dubiosen Florentiner einen ganzen Ehrteil zu benennen. Den Namen haben wir also. Und wenn wir ihn fortan im Munde führen, so wollen wir uns einigen, an Nordamerika, besser noch nur an die USA zu denken. Dass es die Vereinigten Staaten von Amerika gibt, vernanken wir, abgesehen vom dritten biblischen Schöpfungstag natürlich, vor allem den Briten. Hätten sie nicht die Idee gehabt, die Indianer auszurotten, so würde Nordamerika ein ganz anderes Schicksal erfahren haben. Es hätte das Schicksal Afrikas gehabt. Das heißt, es wäre jetzt so weit, dass die Weißen das Land räumten und 20 oder 30 Indianer-Staaten ihre Befreiung vom Joch der Kolonialherren feierten. Die neuen Staatspräsidenten würden statt Lumumba und Mobutu wiehernder Mustang und listige Schlange heißen und ihre First Ladies heller Morgen und fleißige Finger. Und in Bonn wäre für sie, wenn sie ihr Entwicklungsgeld abholten, eine Ehrenkompanie angetreten. Haben wir uns das eigentlich schon mal klargemacht? Die Briten und Franzosen, auch ein wenig die Spanier, vor allem aber, wie gesagt, die Briten, mit ihrer Weitsicht bewahrten uns davor. Es kam anders. Dass es anders als mit Afrika kam, dafür sehe ich weit und breit nur einen einzigen Grund, so banal er auch klingen mag. Nordamerika hatte im Gegensatz zu Afrika keine Malaria und keine Zetsefliegen. Diese Erkenntnis ist profund, denn in Afrika hat es den Briten keineswegs an gutem Willen zur Vernichtung gefehlt. Sie sind lediglich an den beiden bei offenbar von Gott gewollten außerparlamentarischen Oppositionen gescheitert. Nun darf man aber nicht glauben, die Ausrottung der Indianer sei auch ohne diese beiden Plagen kein sehr schwieriges Stück Arbeit gewesen. Im Gegenteil, vor allem anfangs kam so manches dazwischen, in erster Linie die Friedlichkeit der Indianer. Als Kolumbus 1492 die neue Welt entdeckte, kamen ihm und später den ersten Siedlern die Eingeborenen freundlich entgegen. Sie waren mehr neugierig als ängstlich. Dass sie die Fremden für weiße Götter gehalten haben, ist wenig wahrscheinlich, denn sie sahen sie hinter dem Busch ihren Notduft verrichten, was Manitou gewiss nicht nötig hatte. Sie sahen sie von Zahnschmerzen geplagt und sie sahen, dass sie Hunger hatten. Lauter sehr menschliche Dinge, die sie gut kannten. Ich betone nicht ohne Grund den Hunger. Er brachte den ersten Stein ins Rollen. Die frühesten Siedlungen bestanden aus wenigen Dutzend Spaniern. Es waren kühne Männer. Wenn ihr Schiff ohne sie wieder heimsegelte, werden sie das Gefühl gehabt haben, auf dem Mond abgesetzt worden zu sein. Da standen sie nun, ein Häufchen Verlorener, neben sich Tonnen und Wallen mit Lebensmitteln, Decken, Zelten, Äxten, Sägen, Flinten, Pulverhörnern, Schnapskrügen und Rosenkränzen. Es war sobber. Die Erde, auf der sie standen, das spätere Florida, brütete, die Luft war feucht, landeinwärts lagen weite Sümpfe. In den ersten einsamen Nächten lernten sie das Gruseln. Doch nicht lange, denn sie bekamen Gesellschaft. Indianertochten auf. Es waren gedrungene, kräftige Gestalten im Ländenschutz, eine bunte Decke über die Schulter geschlagen, Federbüsche im blau-schwarzen Haar, bartlose, knochige Gesichter, ihre lehmfarbene Haut rot angestrichen. Sie sahen aus wie rot heute. Sie besuchten das Lager ohne Scheu, brachten den Weißen Früchte und Maismehl, schenkten ihnen ein Kanu, rauchten ihnen ein Pfeifchen vor und zeigten ihnen die Kräuter gegen das Sumpffieber. Es vergingen Monate. Bald trugen auch die Weißen nur noch wenig mehr als einen Ländenschutz. Abgefahren waren sie in spanischer Mode. Angekommen waren sie schon weniger schön. Und jetzt sahen sie aus, wie man aussieht, wenn man Tag aus Tag einrodet, gräbt, hackt, sägt. Es waren recht abgerissene Gestalten, die alle Augenblicke an den Strand liefen, um den Horizont nach einem Segel abzusuchen. Sie brauchten neue Kleidung, Geräte, Pulver, Kugeln, Nahrungsmittel. Die nächsten Schiffe brachten es. Aber zugleich brachten sie neue Siedler. Die Misere verdoppelte sich. Jetzt verdoppelte sich auch die Zahl der Hände. Aber die Jahreszeiten, Ernte und Saat, beeilten sich um keinen Deut. Jedes Schiff schüttete neue Menschen ans Ufer. Gott mochte wissen, warum eigentlich. Sie hatten zu Hause keine größere Not gelitten. Der König brauchte kein Land. Es gab nichts zu holen. Nordamerika war hart. Was wollten sie nur? Die Frage hat sich damals niemand gestellt. Und wir stellen sie für uns heute ja auch nicht, wenn wir zum Mond fahren. Warum fliegen wir auf den Mond? Wir reden von Erkenntnissen und Fortschritt, während wir im gleichen Atemzug die für das Leben der Menschheit tödlichste Sünde, die totale Vergiftung der Erde, gelassen auf uns nehmen. Wir reden von Wissenschaft, von Eroberung des Weltalls, von kühnem Forschergeist, der uns befreien wird. Wovon? Die einzig richtige Antwort ist die von Schopenhauer. Der Mensch ist vollkommen verstrickt in seinen Willen. So ist es. Der spanische König wollte also. Die Admirale wollten, die Priester wollten, die Schnapsbrenner wollten, die Matrosen wollten. Es begann ein regelrechter Pendelverkehr. Die Schiffe waren unförmige Kästen, hilflos in jedem Sturm, Zweimaster, mit weit ausladenden Rahen und ungeschlachten Segeln, das Heck wie ein vierstöckiges Wohnhaus mit Fenstern und Gardinen hoch aufgetürmt. Karavellen von 100 oder 150 Tonnen, Monstren, wie sie kein vernünftiges, seefahrendes Volk im Altertum sich hätte einfallen lassen. Während dies im Süden geschah, knabberten zwei andere Nationen den Kontinent im Norden an. Im höchsten Norden in Labrador, um den St. Lawrence-Strom, die Franzosen und an der mittleren Küste die Engländer. Jeder hätte es dem anderen gern vermasselt, aber es ging nicht, die Entfernungen waren zu groß. England verschob dieses Vorhaben auf später. Die Verhältnisse im Norden glichen denen im Süden überhaupt nicht. Die warme Jahreszeit war kurz, der Winter lang und streng. Der Schnee lag dann Meter hoch und die Stürme waren eisig. Es gab keinen Ackerbau, die Indianer im Norden waren Jäger, unruhige Geister, Waldläufer, sie schienen auch kriegerischer. An Lebensmittelunterstützung war nicht zu denken. Diese Indianer lebten von der Jagd in riesigen Wäldern und die Weißen also auch. Sie hatten es einfacher als die Wilden. Sie knallten mit ihren Musketen in der Gegend herum, während die Rothäute sich nach einem Hirschen die Lunge aus dem Leibe rennen mussten. Indes, nach Artes Perpetuum mobile, karrten die Schiffe immer neue Menschen heran. In dieser Zeit, im 16. Jahrhundert, trat eine verhängnisvolle Wende ein. Die Indianer, denen man Schritt für Schritt in der Umgebung der Siedlungen die Jagdgründe kahl zu schießen begann, lernten die Weißen hassen. Das besiegelte später ihren Untergang, während sie sich sonst sehr leicht als Schuhputz oder Liftboys in unsere Zeit hinüber gerettet haben würden. Aber nein, anstatt die verlorengegangenen Gebiete liberal sausen zu lassen, anstatt realistisch zu denken und zu entspannen, taten sie das, was den Mächtigen der Welt gegenüber tödlich ist. Sie glaubten an ihr Recht. Stellen Sie sich das mal vor. Alle drei, Spanien, ebenso wie England und Frankreich, waren Schuld an dieser Wende. Dass der Weiße Mann nicht nur zu einem kurzen Besuch gekommen war, sollten Sie alsbald merken. Denn in den Jahren 1539-40 unternahmen im Süden die Spanier zwei Expeditionen ins Innere des Landes. Die eine hatte überhaupt kein Ziel, die andere ein kindisches. Die eine dauerte vier Jahre und endete an einem Hindernis, das man aus völliger Erschöpfung nicht mehr überwinden konnte. Es war der Mississippi. Die andere Expedition brach von Mexiko auf und drang jenseits des Mississippi nach Norden vor. Dem Zug voran ritt Herr Coronado in goldblitzender Rüstung. Das Gold war den Azteken gestohlen. Seine Briefe sind uns erhalten und offenbaren einen tüchtigen General mit Gehirnerweichung. Er wollte die sieben goldenen Städte der Indianer entdecken. Die Städte gab es nur in der Fantasie eines roten Witzboldes. Aber die Spanier, beraten von frommen Padres, waren gläubig. Und Gott hatte ihnen in Mexiko und Peru schon zweimal geholfen. Auch Herrn Coronados Weg war von verwüsteten Feldern toten Indianern, Frauen und Kindern gesäumt. Nicht alle Toten hatten Widerstand geleistet. Coronado war oft ganz einfach zornig gewesen. Die Don Quixoterie endete in Kansas. Irgendwo musste er ja umkehren. Die Indianer des Südens waren geheilt. Weiter nördlich liefen die Dinge anders. Delikater. Denn hier handelte es sich um ein so versiertes Volk wie die Briten. Ein Gentleman tötet nur, wenn es nicht anders geht. Und hier ging es anders. Die Interessenssphären Frankreichs und Englands stießen hart aneinander. Im englischen Küstenstrich, etwa hinauf bis nach Boston, lebten die Irokesen. Im Territorium der Franzosen um den Lorenzsturm die Huronen. Verwandte Indianerstämme, traditionell in Eifersüchteleien und Streitigkeiten verwickelt. Es bedurfte nur einer geringfügigen Ermunterung der Irokesen, die sehr gefürchtet waren, um sich über die Huronen herzumachen. Sie machten sich her. Die Wuschelköpfe, französisch Lesures, baten die Franzosen um Hilfe. Der Gouverneur, bereit den Engländern einen Warnschuss vor den Bug zu setzen, sagte zu und zog blank. Die Irokesen wurden böse geschlagen. Das freute England. Es argumentierte genauso richtig, wie in Berlin der 20er Jahre einmal ein Gewerkschaftsführer bekannte, jeder verlorene Streik ist ein Sieg, denn er heizt den Hass an. Damit war der permanente Krieg zwischen den notgedrungenen, englandfreundlichen Irokesen und den notgedrungenen, frankreichfreundlichen Huronen geboren. Eine diplomatische Glanzleistung, die alle Erwartungen erfüllte. Die Verluste der Weißen waren zum Glück minimal. Britisches Blut ist tapfer, wir wissen es. Aber es ist auch sehr wertvoll. Was nun das damalige Französische betrifft, so war es weniger wertvoll. Die Mehrzahl der Männer waren nämlich Verbrecher. Graf Robert Waal hatte sie zu Hunderten in den Pariser Gefängnissen und Kerkern zusammengekehrt, nach Amerika verfrachtet und dort losgelassen. Immerhin als Weiße standen sie denn doch noch hoch über den Wilden. Der blutige Urwaldkrieg wurde nun ein Dauerzustand. Er entfachte bei den Rothäuten Mordinstinkte, die sie vorher nicht gekannt hatten. Pioniere, die später ins Innere des Landes vordrangen, bestätigen, dass die Indianer, die noch nicht mit Weißen in Berührung gekommen waren, sich weder tückisch noch grausam zeigten. Sie kannten auch das Skalpieren nicht. Gelernt haben sie es von den englischen Kalvinisten, die den Irokesen eine Prämie für jeden getöteten Feind aussetzten, wofür der Skalp als Beweis dienen sollte. Etwa so, wie manche Dorfschulzen früher einen Groschen für jede erschlagene Kreuzotter zahlten. Es waren nicht alles Kreuzottern, Skalpe, die die Irokesen brachten. Die Briten machten keinen Unterschied, ob Mann oder Frau oder Kind. Dadurch erreichten die frommen Puritaner auch eine Art Buchführung über die Verluste des Feindes, das war das Neuartige daran. Elende Zeiten, elende Schinderei, im Norden wie im Süden. Jedoch, als es zum ersten Mal gelang, ein Pferd, eine Muttersau und einen Sack Weizen über den Ozean zu bringen, machte das Leben für die Siedler einen gewaltigen Sprung. Es war nicht einfach gewesen, jedenfalls schwieriger, als das Hündchen Laika in den Weltraum zu schießen. Viele Versuche scheiterten, die Schiffe gingen unter. Stürme schüttelten sie wochenlang so durch, dass die Pferde getötet, die Schwein und Schafe notgeschlachtet werden mussten. Das Getreide wurde muffig und verdarb. Wann die erste Fracht glücklich landete, ist unbekannt, zumindest mir. Aber aufregend genug muss es gewesen sein. Alles, was diese Arche Noah brachte, war in Amerika unbekannt. Die Indianer hatten noch nie ein Pferd gesehen, noch nie einen Esel, nie ein Schwein oder Schaf. Sie kannten auch Weizen, Roggen und Hafer nicht. Für die Siedler bedeutete das alles einen so großen Umschwung, als wäre die Heimat zu ihnen gekommen. Auch Frauen kamen an, jener Teil der Menschheit, der zur Komplettierung der Männer so unerlässlich und überdies auch vergnüglich ist. Man hatte sie begreiflicherweise schmerzlich entbehrt. Fast war nun alles wie zu Hause. Die vielen Menschen im Süden warfen nun aber ein ernstes Problem auf. Man kann, nehmen wir einmal als Grundlage ein Feld oder ein Gemüsegarten, ein Stück bewirtschaftetes Land ohne große Schwierigkeiten auf das Zehnfache vergrößern. Wenn man aber, um tausend Menschen zu ernähren, das Feld auf das Tausendfache ausweiten soll, so muss man in den Urwald oder in den Sumpf oder in die Prärie vorstoßen. Das ist der wunde Punkt. Die Multiplikation hatte ihre Grenzen. Irgendwo an einer Ecke steht dann auch ein Indianer, der Halt sagt. Auch bleiben jetzt zu viele Hände müßig. Die Kinder, die Frauen, die Soldaten, die Priester. So ist das eben leider bei einer feudalistischen Gesellschaftsordnung. Jedermann arbeitet mit Ausnahme der Privilegierten. Damals kannte man das kommunistische Prinzip noch nicht. Jedermann arbeitet mit Ausnahme der Privilegierten. In diesem Dilemma fand ein Spanier um die Mitte des 16. Jahrhunderts einen genialen Ausweg. Der Mann hieß Las Casas und ist in die Geschichte als ein wahrer Nothelfer eingegangen. Zunächst war er Terrorist, was ihn qualifizierte, Recht und Unrecht zu erkennen. Dann trat er, seine hohe Berufung ahnend, in den Dominikanerorden ein, dem bekanntlich die Tötung der Irrgläubigen und verhexten Menschen oblag. Er brachte es bis zum Bischof, was ihn qualifizierte, nun auch genau zu wissen, was gottgefällig war und was nicht. Dass es ihnen die neue Welt zog, lag ihm im Blut. Schon sein Vater, seines Zeichens Händler, hatte Kolumbus begleitet, und ohne umzukommen. Dieser vielseitige Las Casas ging zunächst nach Kuba, was damals noch identisch mit Amerika war. Dort sah er das gleiche Dilemma, das auf dem Festland herrschte, nicht ganz so schlimm, denn auf Kuba war es schon gelungen, die Eingeborenen zur Zwangsarbeit zu pressen. Das tat Las Casas in der Seele weh. Last rief er und schrieb er die Indianer in Ruhe. Sie haben eine rote Haut, aber eine weiße Weste und dieselbe Menschenwürde wie alle Ebenbilder Gottes. Und hier nun kam ihm jener rettende Gedanke, der ihn unsterblich machte. Er erinnerte sich, auf welche Weise er schon zehn Jahre zuvor auf seiner heimatlichen Farm das Arbeiterproblem gelöst hatte, nämlich mit Negersklaven und er beschloss, auch das amerikanische Dilemma so zu lösen. Und zwar im großen Stil. Der Papst gab seinen Segen und freute sich herzlich über die befreiten Indianer. Auch die spanische Regierung war sehr einverstanden, denn ihrem gesunden Instinkt entging nicht, welche Möglichkeiten für das Aufblühen von Handel und Wandel darin steckten. Es klappte auch anfangs vorzüglich. An der Elfenbeinküste hatte man bereits Erfahrung. Man überfiel die Negerdörfer, brannte sie nieder, tötete das unnütze Gerümpel an Kindern, alten Weibern und Greisen, nahm den gesunden Rest, stopfte ihn in den Bauch der wartenden Schiffe zwischen Tonnen, Kisten und Vieh und segelte ab nach Amerika. Es brachte ganz schöne Preise. Was dem Scharfsinn Spaniens allerdings entging war, dass es über kurz oder lang mit England zusammenrumpeln musste, das in puncto christlicher Seefahrt noch nie Spaß verstanden hat. England, von Grund aus eine friedliche Nation, die nicht zufällig das Fairplay erfunden hat, erwartete im Handel und Wandel nicht brutal beiseite gestoßen zu werden. Die Königin der Meere war Spanien schon lange nicht mehr, seit Howard und Drake die spanische Armada vernichtet hatten. Törichterweise beteiligte sich Spanien dann auch noch an dem dreißigjährigen Gemetzel um Deutschland, während England schon weit über Europa hinaus dachte. Die Dinge standen für die Briten also bestens. Das Ende des Zweikampfs um die christliche Seefahrt war abzusehen. Der Friede wurde unvermeidbar. Er nannte sich Friede von Utrecht. Spanien gestand England das absolute Primat im Sklavenhandel zu. James Thompson, Theolog und Dichter verfasste gottdankend Englands seitdem berühmtestes Nationallied Rule Britannia Rule the Waves beherrsche die Meere Britannien. Inzwischen war man ins 18. Jahrhundert umgestiegen. Man war wohlgemut wie selten umgestiegen. Die Luft roch meinten viele nach Neuzeit. Nun ist zwar immer Neuzeit eigentlich jeden Morgen, auf alle Fälle aber, wenn die nächste Generation es sich einbildet. Aber diesmal kam tatsächlich aus Europa ein Signal und ein einzelner Mann hat es gegeben. Der Engländer John Luke. Er verkündete die Aufklärung. Ein herrliches Wort. Es wurde alsbald von jedermann verstanden, nachdem man es auf die gefällige Formel vereinfacht hatte, dass der gesunde Menschenverstand jedes Menschen das beste und vertrauenswürdigste sei, was Gott fabriziert hatte. Luke hatte gemeint, man müsse auf die kritische Erkenntnis jedes Menschen bauen und den Staat, der Volkssouveränität unterstellen, vor allem aber müsse die Freiheit des Individuums verkündet und verwirklicht werden. Wir heute, die wir seit einiger Zeit in der Verwirklichung dieser Thesen leben und uns zu bekreuzigen beginnen, können uns schwer vorstellen, wie unter Gebildeten diese Fanfare wirkte. Ich sagte unter Gebildeten. Damit hat es sich auch. Die Staatsmänner des alten Europa wurstelten politisch weiter wie bisher. Hingegen konnte man ausgerechnet dort, wo man es am wenigsten erwartet hätte, tatsächlich Ansätze einer stark veränderten Geisteshaltung erkennen, bei den englischen Kolonisten in Amerika. Das Pionierleben war dafür günstig. Es öffnete die Augen für Persönlichkeiten, die in Nordengland verkümmerten, und für Individualisten, die in England eingeeben wurden, für die Schärfung der Sinne auf der untersten Ebene des Überlebens. Und es öffnete die Augen dafür, wie wenig ewig sittliche Wahrheiten hier in der Wildnis galten. Der geistige Nährboden für dieses Selbstvertrauen war schon vorbereitet durch die berühmten Pilgrimsväter, jene Schützladung Menschen, die vor Generationen aus England gekommen waren, das drei Kreuze hinter ihnen machte. Ihr arrogantes auserwählten Bewusstsein und ihr puritanischer Glaubenseifer müssen unerträglich gewesen sein. Kaum in Amerika gelandet und mit Halleluja in die Knie gesunken, infizierten sie die ganze Luft mit ihrer verheuchelten Rechtschaffenheit und der Überzeugung, Gott zahle mit Erfolg und klingender Münze aus. Sie wirkten wie die Hefe in einem Teig, er gärt. Rätselhaft, wie die Pilgrimsväter es fertig gebracht haben, für sich und ihre Abkömmlinge einen nicht totzukriegenden Ruhm zu schaffen. Damals müssen sie eine wahre Pest gewesen sein. Zählen sie alle diese Dinge zusammen, so haben sie als Summe das, worüber man sich heute so oft den Kopf zerbricht, die Wurzeln des Amerikanismus. Man fing auch schon an, sich Amerikaner zu nennen. Nicht, weil England weit weg war, auch nicht etwa deshalb, weil man in reichem Maße in Verwaltung und Rechtsprechung Selbstständigkeit vom Mutterland erhalten hatte, nein, sondern weil man sehr instinktsicher fühlte, dass man ein anderer Menschenschlag zu werden begann. Äußerlich hatten sich in der ganzen Welt die Menschen sehr verändert. Keine Kürbishosen, keine Erbsenschoten, Wamsemeer, nicht einmal mehr Allonge-Perücke, nein, man ging jetzt in Halbschuhen, hellen Strümpfen, enger Kniehose, Weste, langem, farbigem Jackett. Man trug einen Zopf im Rücken und darauf einen Dreispitz, ein Bild, das uns zeitlich schon vertraut anmutet und das man sich leicht vorstellen kann. So ging der junge, alte Fritz, in dessen Zeit wir nun stehen. So sahen nun auch die Siedler in Amerika aus von der Hudson Babys Florida. Sofern man Militär war, ging man in Schaftstiefeln statt Halbschuhen, den Frack in vorgeschriebener Farbe, die Briten in Rot, die Franzosen in Blau. Wie die Menschen hatten sich auch die einst bescheidenen Siedlungen gewandelt. Ein ganzes Jahrhundert war vergangen, auch wenn die Jahre dort drüben zäher zu verstreichen schienen als im vulkanischen Europa. Boston zum Beispiel, der kräftigste britische Säugling, war nun schon so eine Art Husum oder winziges Danzig. An Kolumbus denkt niemand mehr, die ganz Alten erzählen vielleicht noch abends am Kamin, früher, mein Junge, standen hier nur niedrige Holzhäuser und oft konnte man, wenn der Wind von Norden kam, das Gewehrfeuer der Franzosen hören, mitunter sogar das Kriegsgefrei der Indianer. Es war nicht, wie ihr wohl glaubt, schon immer so wie heute, es waren schwere Zeiten, my boy, damn it's schwer. Sie sind immer noch sehr schwer draußen. Hier in Boston ist Etappe, man treibt Handel, arbeitet in Kontoren, schmiedet, zimmert, schneidert, kutschiert, gießt Kugeln, macht Flinten, gräbt Gärten um, pflügt Felder in der Peripherie, die Hauptarbeit verrichten, weiße Sklaven, Männer, die sich in den Londoner Elendsvierteln für ein Handgeld von zehn englischen Pfund als Leibeigene auf Zeit verkauften. Vielleicht ist der Hausknecht ein weißer Sklave oder der Kutscher der Delegance. In fünf Jahren wird er frei sein. Frei und ohne den Makel des Paria. God's own country. Es lässt sich nicht beweisen, aber ich bin sicher, dass die Engländer drüben alle schon die Ahnung hatten, die neue Welt werde einmal eine Macht werden. Dabei hatten die Amerikaner noch nicht den blassesten Schimmer, auf welchem Riesenkontinent sie saßen. Wenn man damals mit einem Hubschrauber die Küste von Norden bis Süden hätte abfliegen können, so würde man gesehen haben, wie schmal die Borte war, die den unendlichen grünen Teppich säumte. Um den Lorenz-Strom gab es das bescheidene Quebec und das ebenso bescheidene Montreal. Hier und da einige französische Forts und Pelzjäger Stationen. Wenig Leben, Wenig Bewegung, wenige blaue Röcke, sogar die Indianer waren wenige. Stunden weiter südlich, endlich Boston, mit allem, was zu einem richtigen Städtchen gehört, mit richtigem Hafen, mit richtigem kleinen Menschengewimmel, mit richtigem Lärm, rauchenden Schornsteinen und mit Ausfallstraßen, die sich nach Westen hin bald in der Wildnis verloren. Nach langem Flug hätte man dann die ganz akzeptable Handelsstation Neu-Amsterdam oder wie sie jetzt ja hieß, New York gesichtet. Bald darauf Philadelphia und Baltimore, ein Dorf, wo man noch in Schaftstiefeln mit Reusen im Hafenbecken fischte, Jamestown und schließlich nach einer Pause von endlosem Nichts, tief im Süden, Charleston. Was waren sie alle? Nicht mehr und nicht weniger deutlich als kleine Webfehler in dem großen grünen Teppich. Sandkörner über 2000 Kilometer gestreut und immer das typische Bild Kleckse an der Küste entlang, dazwischen hunderte von Meilen ohne eine Menschenseele. Das Bild änderte sich über Florida mit einem Schlage. Man war in Spanien. Alles erinnerte daran. Weite Kulturen, wogende Felder, blühende Gärten, Herden. Unterstützt vom reichen spanischen Mexiko stießen die Plantagen, Hacienten und Viehranches schon tief in das Innere vor. Man musste bereits tagelang reiten, um an ihre Grenzen zu kommen. Und von dort war es dann nicht einmal sehr weit bis zum Mississippi. Und von da konnte man schon fast den Brüdern, die von Mexiko aus in Südkalifornien gelandet waren, die Handreichen. Naja, eine ziemlich lange Hand müsste es sein. Die Enkel würden sie haben. Die Enkel würden auch die letzten Indianer bändigen. So oder so. Das Leben war schön. Es war auch einfach zu leben. Die Winter waren so milde wie in Boston der Frühling. Jeder Spanier ein Cavaliero, zumindest ein kleiner. Die Arbeit verrichteten die schwarzen, lebenslänglichen Sklaven. Die Schiffe karrten jährlich mehr als vier, fünftausend Neger heran. Die Burschen waren ganz gut zu haben. Ein bisschen traurig vielleicht und still, aber sonst brav. Vor allem gehorsam. Sie wohnten in Reihenhütten, ganz ungestört unter sich. Sie heirateten sogar und bekamen Kinder, wie ja auch Vögel im Käfig heiraten und Kinder kriegen. Sie singen sogar. Was sangen die Neger, wenn sie in der Dämmerung vor den Hütten saßen und in den Himmel blickten? Unverständliche, seltsame Lieder, monoton und klagend. Die Missionare hörten das nicht gern und lehrten sie die schönen christlichen Gesänge. Es ist vorgekommen, dass manche Sklaven sich weigerten, an den guten katholischen Gott zu glauben, aus Dummheit natürlich oder aus Bockbeinigkeit. Wenn dann einer sich in seiner Gorilla-Größe aufreckte und vor Wut und Hass die Zähne fletschte, dann musste man durchgreifen. Solche Leute mussten allein schon um der Ehre Gottes willen schwer bestraft werden, auch mit dem Tode, obwohl das einen erheblichen Geldverlust bedeutete. Aber wie gesagt, dazu war man selten gezwungen. Gewöhnlich wurden die Sklaven sogar besonders eifrige Beter, so richtig christlich-fröhlich allerdings nie. Es waren für alle, wie man sieht, schöne Zeiten, im Norden härter, im Süden leicht. Aber leider, es blieb nicht so. Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wir wollen nicht kleinlich sein und einen Sprung von zwei Generationen machen. Natürlich haben wir vieles unterschlagen, Übergriffe, zerstörte Siedlungen, Brandschatzungen und zu jeder Stunde des Tages und der Nacht den Todesschrei eines Indianers. Leid tut mir nur, dass ich einen Mann wie Robert de la Salle verschwiegen habe, der als Pelzhändler in Kanada begann, dann mit einer winzigen Schar, zwei Dutzend Franzosen bei Schnee und Eis loszog, den halben Kontinent bis zum Mississippi durchquerte und in Louisiana die Fahne Frankreichs hisste. Wissen Sie, warum der Mann so einzigartig war? Weil er nicht töten konnte. Natürlich hatte er Glück, dass er im Innern des Landes auf keine Weisen stieß. Die Indianer, denen er auf dem Langen Marsch begegnete, wurden alle seine Brüder. Er hatte ein Zaubermittel, seine kleine Schar war immer nahe am Sterben. Da sind solche wilden Völker ja komisch, sie mögen das nicht. Freilich ist es nicht das schönste christliche Erbarmen, sondern wahrscheinlich einfach trotz, ach ja, das hätte ich beinahe fast vergessen zu erwähnen, er wurde später von weißen Söldnern erschlagen. Nun wollen wir aber mal diesen Kauz lassen und uns in das Jahr 1756 begeben. In diesem denkwürdigen Jahr begann Friedrich der Große Amerika zu erobern. Er wusste es nur nicht. Wir müssen einen Sprung nach Europa machen, jedoch nicht nach Potsdam, vielmehr in die Boudoirs von Kaiserin Maria Theresia in Wien, von Kaiserin Elisabeth von Russland und von Madame Pompadour in Versailles. Dort herrschte ein eifriges Gehen und Kommen. Russen in Paris, Engländer in Paris, Österreicher in Petersburg, Franzosen in Wien. Behalten sie vor allem die Engländer in Paris im Gedächtnis. Einziges Gesprächsthema war der kleine spitznasige König in Saint-Souci. Friedrich der Große hatte, wie Sie sich erinnern werden, die beiden schlesischen Kriege gewonnen. Ein Faktum, das Maria Theresia um keinen Preis hinzunehmen gedachte. Sie rüstete fieberhaft und als der preußische König die Versicherung verlangte, dass die Kriegsvorbereitungen nicht gegen ihn gerichtet seien, da machte die Kaiserin etwas, wofür wir ihr an dieser Stelle ein paar Sekunden Staunengedenkens widmen wollen. Sie log nicht. Stellen Sie sich das vor. Eine Regierung, die nicht lügt. Begreifen Sie es, wenn Sie können. Friedrich der Große las die Antwort und beschloss, Österreich zuvor zu kommen. Und damit war der Drei-Fronten- Krieg da. Schöne Bescherung, wir kennen es. Doch siehe da, wenn die Not am größten, ist England, so es ihm passt, am nächsten. Kaum hatte es Frankreich in den Krieg getrieben, warf es jetzt der Steuer um 180 Grad herum. William Pitt, zurzeit mächtigster Mann in London, bot Friedrich eine fast unbegrenzte Hilfe an. Verstehen Sie mich recht, Geld, nicht etwa Soldaten. Er hatte zwar auch Soldaten, aber während die Franzosen in Europa bluteten, schickte England seine Regiment danach. An diesem Punkt durchschaute auf Friedrich II. das Spiel und begriff, dass es gar nicht um Preußen oder Habsburg oder Schlesien ging, sondern um etwas viel Gigantischeres, um die Verteilung ganzer Kontinente. Es ging um Besitz, der hundertmal so reich war wie Europa, um Land, das zehntausendmal so groß war wie Schlesien. Es ging um ein ganz großes Spiel. Weder Wien noch Potsdam noch Petersburg waren drin in diesem Spiel. Es war ein Waffengang, den nur die beiden stärksten unter sich ausmachen konnten, Frankreich und England. Eine Sternstunde. Sie müssen nicht an die Toten, an Leid und Elend denken. Das ist laienhaft. Denken Sie größer. Stellen Sie sich vor, Sie seien Staatsmann. Sie stünden am grünen Tisch und schauten auf die Weltkarte. Sie dürfen natürlich nicht durch die Landkarte hindurch schauen, weil Sie da schreckliche Dinge erblicken könnten. Nein, einfach daran denken, dass Ihr Land die halbe Welt besitzen könnte und Ihr Volk damit für lange Zeit gesichert und sorglos und reich und glücklich werden würde. So dachte Pitt. Dazu war nötig, dass Friedrich der Große siegte, aber nicht zu viel und nicht zu schnell. Im Mai 1758 landeten 39 englische Linienschiffe und Fregatten mit 10.000 frischen Soldaten an der französischen Küste Kanadas in Halifax. Die 10.000 setzten sich sofort nach Norden in Marsch in Richtung der Schlüsselfeste Louisbourg, stürmten sie, nahmen die gesamte Besatzung von über 5000 Franzosen gefangen und schickten sie sozusagen postwendend mit den Schiffen nach England. Gleichzeitig mobilisierte Virginia 1000 Kilometer südlicher seine Miliz, sie überquerte die Allegheny-Berge und stieß gegen Fort du Kessen vor, Frankreichs wichtigsten Stützpunkt im Rücken von New York und Philadelphia. Nach schweren Kämpfen musste sich das vor ergeben. Es ist die heutige Zwei-Millionen-Stadt Pittsburgh. Der Mann, dem der Gouverneur die Bürgerregimente anvertraut hatte, der Mann, der siegte, war ein 26-jähriger ehemaliger Landmesser- und Bodenspekulant mit Namen George Washington. Er hatte die Devise mitbekommen Kill and Destroy und er hielt sich daran. Damit, meine Damen und Herren, betritt Amerikas Legendärgestalt, der Vater des Vaterlandes, die Bühne. Betrachten Sie ihn. Er ist noch sehr jung. In seinem Gesicht fällt hier noch nichts weiter auf als eine lange hängende fleischige Nase, eine kurze Oberlippe und ein wenig vorgeschobenes Kinn. Er trägt das Haar in einem kleinen Zopf gedreht, der Hals ist mit der modischen Binde umwickelt, die in ein kleines Jabot ausläuft. Der Waffenrock zeigt auf den Schultern die Kommandeurs Epauletten mit Raupen. So hat ihn Piel gezeichnet. Der Gesichtsausdruck ist unbeschwert und etwas zynisch. 20 Jahre später malte ihn C. Stuart. Washington hat dann den Waffenrock abgelegt. Er trägt einen hochseriösen altväterlichen schwarzen Rock und auf dem Kopf die zopflose lockige Perücke in Weiß. Der Mund ist der, den die amerikanischen Bankiers heute haben. Die Augenblicken kalt, das Gesicht ist immer noch rosig. Wenn sie ihn deutlich vor sich sehen, kann er von der Bühne wieder abtreten. In der Tat, da das Finale des Krieges sich im Norden abspielte, konnte General Washington nach Hause gehen. Er wusch sich die Hände, hängte den Sinnspruch kill and destroy ab und den Alten wieder auf. Eine feste Burg ist unser Gott, denn er war ein former Mann. Die Entscheidung konnte nur in Kanada fallen, das noch fest in französischer Hand war. Das Land wehrte sich verzweifelt. Nach dem Verlust der 5000 Mann in Louisbourg besaß es noch 3200 Soldaten. Moncain, übrigens einer der bedeutendsten französischen Generäle, rief den Landsturm auf. 7000 kamen, also 10.000 Mann für die ganze Länge der Front. 50.000 hatten die Engländer. Zuerst fiel Fort Niagara, 500 Soldaten verloren. Dann ergab sich die Festung Ticondera, 1000 Soldaten verloren. Der Lorenzstrom im Vergleich zu den Waldwegen die reinste Autobahn war nun frei bis Quebec. Die Engländer segelten mit 5000 Mann heran. Moncain hätte kapitulieren können, dann wäre er im heutigen Sinne ein vernünftiger Mann gewesen, aber er war im heutigen Sinne ein Idiot. Er nahm den Kampf an. Eben solche Idioten waren die Bürger Quebecs. Tausende griffen zu den Waffen und waren bereit zu sterben. Wofür? Es bestand die ganz geringe Chance, durch einen Sieg den ganzen Krieg zu gewinnen. Naja, so kann man sagen. Es verschiebt aber nur die Frage nach dem Sinn. Den Krieg gewinnen. Für wen? Warum? Was spielte sich in den Köpfen dieser altmodischen Menschen ab? Das Leben, hat Schiller geschrieben, ist der Güter höchstes nicht. Na, na, sondern? Man hat uns vor nicht langer Zeit einmal gesagt, wenn wir den Krieg verlieren, lohnt es sich nicht mehr zu leben. Wir Überlebenden müssen es doch nun wissen. Lohnt es sich? Ich frage sie, lohnt es sich? Wie viele Koteletts mit Bratkartoffeln haben wir seitdem gegessen? Wie viele Weinchen getrunken? Wie viele Filme gesehen? Wie oft geliebt? Lohnt es sich? Ich frage sie. Dieser schiller mit seinen Sentenzen. Die Franzosen verloren die Schlacht im Quebec. Die meisten fielen auch Mont Cannes. Inzwischen waren die Engländer nicht in Quebec stehen geblieben. Das nächste Ziel, Stadt und fest um Montreal lag nur 300 Kilometer Strom aufwärts. Ein Katzensprung auch Montreal fiel. Der Krieg war nicht beendet, aber entschieden. Die überlebenden französischen Soldaten, es gab noch einige, kehrten nach Europa zurück. Kanada war Englisch. Wir stehen im Jahre 1760. Friedrich der Große hat die Schlacht von Kunersdorf verloren. Die Russen besetzen Berlin. Wären Englands Pläne in diesem Moment erfüllt gewesen, so würde der alte Fritz den Siebenjährigen Krieg verloren haben. Es wäre kein Bismarck und kein Reich gekommen. Die Geschichte Europas hätte einen anderen Weg genommen. Welchen? Das weiß der liebe Gott. Pits Ziele jedoch waren mit der Eroberung Kanadas noch nicht erreicht. Es schien ihm ein Aufwaschen gleich im Süden weiter zu machen. England erklärte Spanien den Krieg. Die Briten segelten jetzt einfach Rule the Waves in Richtung Florida und wandten sich den Antillen Inseln zu. Sie eroberten Martinique und Kubas Hauptstadt Havanna. Sie liegt bekanntlich Florida direkt gegenüber. Spanien bekam es mit der Angst. Es wollte wenigstens eines von beiden retten und bot zum Tausch gegen Kuba Florida an. Sehen Sie, so einfach geht das. Jetzt sind wir im Jahre 1762. Englands Ziele waren erreicht. Es stellte mit gleichem Datum die Hilfszahlungen an Preußen ein. Da der alte Fritz Gehirn hatte, wusste er das frühzeitig und brachte es fertig, den Wettlauf mit dem Termin zu gewinnen. Alle Welt schloss Frieden, denn England genehmigte ihn jetzt. Im Frieden von Paris 1763 verlor Spanien an England Florida, Frankreich an England Kanada, Louisiana und alle indischen Besitzungen. Das britische Imperium war da. Es stand auf festen Säulen und die festeste, so glaubte London, die treueste, die hilfreichste war Amerika. Es gab ein böses Erwachen. In den Jahren des siebenjährigen amerikanischen Krieges Englands gegen Frankreich spielt Coopers berühmtes Buch Lederstrumpf. Kinder lesen es heute, geschrieben ist es für Erwachsene. Endlich konnte man sich den Urwald vorstellen, sah man das Leben in den einsamen Forst, hörte man das Kriegsgeschrei der Wilden, sah ihre grässlich bemalten Gesichter, die sausenden Tomahaks, die blutigen Skalpern ihrem Gürtel. Man sah die katzenhaften Gestalten anschleichen, Kühnheit oder Mord, je nachdem, ob es Irokesen oder Huronen waren, und man fühlte das Grauen der dunklen Nächte am glimmenden Lagerfeuer. Durch den Lederstrumpf war nun auch die letzte Miss im schottischen Hochland im Bilde, und alle Droschtenkutschern Limerick wußten, dass eine Bärentatze noch besser schmeckt als eine Rehkeule. Was sie so ganz nebenbei auch noch erfuhren, war, dass die Franzosen einen dubiosen Charakter hatten, dass sie Verrat an allen Ecken und Enden übten, dass sie mit einem Wort keine Gentlemen waren, wie die Engländer. Und ihre Verbündeten, die Huronen, waren überhaupt das Allerletzte, feige, hinterhältig, wortbrüchig, blutdürstig und grausam. Wie Giftschlangen pflegten sie von den Bäumen der Flussufer auf harmlose englische Boote zu fallen, sie steckten Blockhütten in Brand, in die sich englische Ladies geflüchtet hatten, sie raubten die beiden süßen Mädchen Cora und Corinne, die weiter nichts gewollt hatten, als Indianern bekamen es noch zu lesen und waren ziemlich erstaunt. Sie hatten die Franzosen ganz anders in Erinnerung. Auch die Erfahrungen mit den Indianern waren sehr verschieden von denen des Konsuls Dr. Fanny Moore Cooper. Sie erinnerten sich der Huronen als tapfer und aufrichtig, wenn auch oft grausam, der Irokesen dagegen als hinterhältig und verräterisch. Wenn man ehrlich war, musste man gestehen, dass Cooper log, was ja eigentlich ganz unenglisch ist. Nun, nach dem Kriege im Frühjahr 1763 lag wirklich eine sonntägliche friedliche Atmosphäre über Amerika und alle Siedler, Soldaten, Städter, Waldläufer hätten gesagt, dass die Indianer ganz umgängliche Leute geworden seien. Und ausgerechnet jetzt irrten sie sich. Denn inzwischen hatten die Indianer ein bisschen nachgedacht. Sie verstanden vieles nicht beim weißen Mann. Was sie aber vor allem anderen nicht verstanden, das war seine Habsucht, seine Unersättlichkeit. Sie sahen, dass die Engländer mit Mühe die Küste besiedeln konnten und dass sie dennoch immer tiefer ins Land vorstießen, rodend, brennend, holzend, jagend, ausrottend. Den Trappern folgten die Ranchers, den Ranchers die Tramps, Gesindel, dass man in die Wildnis statt in Gefängnisse schickte, den Tramps die Soldaten. Wo sollte das hinführen? Wo würde das enden? Von Osten kamen sie, von Norden von Süden, sie kamen stets mit Feuerwaffen, stets drohten sie, stets logen sie. Wenn es nicht eilte, kamen sie mit obwohl sie von den Möglichkeiten der Weißen wenig wussten, klar sahen, die zu erkennen imstande waren, was zu verkraften und was nicht mehr zu verkraften war, was die Substanz anfraß und das Wesen des roten Volkes zerstörte. Sie ahnten, dass dies tödlicher sein würde als hundert verlorene Kämpfe. Wir dürfen diese roten Männer getrost bewundern. Der erste in der Geschichte des Verzweiflungskampfes der Indianer war Pontjek, Häuptling der Ottawa-Indianer. Er war damals 43 oder 44 Jahre alt, wie er aussah, wissen wir nicht. Wahrscheinlich war er auch äußerlich eine imponierende Gestalt. Alte Bilder zeigen die Prärie-Indianer seit Langem schon zu Pferde, in Lederkleidung, mit Fransen oder Skalpen besetzt, mit Federn und Haarknoten, während die gezähmten Waldindianer in der Nähe der britischen Siedlungen sehr viel Ähnlichkeit mit den heutigen Hippies hatten. Pontjek mochte die Engländer nicht. Im soeben beendeten Kriege hatte er gegen sie gekämpft. Die Reden, die er jetzt schwang, waren beunruhigend. Sie kamen sehr bald zu den langen Ohren der Briten, die daraufhin beschlossen, sich mit ihm ins Benehmen zu setzen. Zu diesem Zweck schickten sie einen Mann zu ihm, den Ungeeignetsten, der sich denken ließ. Es war ein gewisser Major Rogers, der sich rühmen konnte, schon einen ganzen Indianer Stamm ausgerottet zu haben. Die beiden trafen sich in Detroit, das zu dieser Zeit schon ein kleines Städtchen war, befestigt und vom Fort Pontchartin geschützt. Rogers machte dem Häuptling einiges klar. Er nannte ihm die Zahl der englischen Truppen, die Zahl der Gewehre, die Zahl der Kanönchen, die Zahl der Force und die Zahl der Schiffe, die England schicken konnte. Pontchartin fragte, ob es wahr sei, dass die Franzosen fortgegangen seien. Rogers nickte. Sie trennten sich mit Pontcharts Versprechen, sich bei den Stämmen für Frieden einzusetzen und mit Rogers Versicherung, dass die Briten nur die allerbesten Gefühle für die Rothäuter hätten. Selbstverständlich loben beide. Als der große Aufstand der Rothäuter begann, war Pontchartin erwiesenermaßen der Organisator und Stratege. Er wollte die Weißen nicht ins Meer zurückwerfen, er war kein Fantast. Er wollte sie über die Allergenies treiben, das Gebirge sollte für alle Zeiten die Grenze bleiben. Pontchartin verbrachte eine enorme Leistung. Alle Stämme des riesigen Hinterlandes standen auf. Es sah böse aus. Es ist doch hoffentlich in ihrem Sinn, wenn ich es aus der Sicht der Engländer und nicht der Wildensee. General Armhurst schlug vor, Wolldecken mit Pockenerregern zu verseuchen und an die Indianer zu verschenken. 1763 fielen von der Seenplatte im Norden bis Carolina im Süden neun Vors in die Hände der Roten. Hunderte von Lagern, Siedlungen und befestigten Plätzen. Als der Herbst kam, gab es westlich der Allergenies nur noch zwei Punkte auf der Landkarte, Englisch waren, vor Pitt, Pittsburgh und Detroit. Und an diesen beiden Punkten entschied sich das Schicksal des ersten großen Indianeraufstandes. Vor Pitt wurde von einem in Eilmärschen herangeführten Regiment entsetzt und der Handstreich auf Detroit misslang, eine Indianerin hatte ihn verraten. Pontiac erkannte das Minnetekel und bat um Frieden. Die Engländer, die immer den Hut vor einem großen Gegner ziehen, gewährten ihn. Anschließend ließen sie Pontiac durch einen gedungenen Mörder umbringen. Machen wir Kassensturz. England hatte gesiegt und 140 Millionen Pfund Staatsschulden. Sie kennen doch den Begriff Staatsschulden? Natürlich, sie leben ja mittendrin. Der Staat nimmt in finanzieller Bedrängnis bei seinen Bürgern Kredite auf. Solche Pumpversuche des Staates, oft mit vagem Rückzahlungstermin, gelingen natürlich nur, wenn, wie der Brockhaus es ausdrückt, das Volk die objektbezogenen Gesichtspunkte einsieht, das heißt, in Hinblick auf bestimmte Eigenschaften der zu finanzierenden Vorhaben, zum Beispiel Rentabilität. Dies ist der Punkt, den ich herausarbeiten wollte. Amerika sollte sich nun rentieren. Indien bot da keine Schwierigkeiten. In Indien wohnten Inder. Man plünderte sie einfach aus. Wer aber, den man ausplündern konnte, wohnte in Amerika. London, das die Siedlungen in Amerika offiziell als Militärkolonien betrachtete, beschloss, dort Steuern einzuführen. Nichts Aufregendes, zunächst nur eine Stempelsteuer, wie sie sie auch in England gab. Der Effekt war der einer Bombe. England fiel aus allen Wolken. Es waren doch Groschenbeträge für den Einzelnen. Aber es ging eben nicht um die Groschen. Es ging den Kolonisten um das Prinzip. Sie waren empört. Sie waren der Meinung, das Londoner Parlament habe nicht das geringste Recht, in ihre vom König verbriefte Selbstverwaltung einzugreifen. Sie riefen London ins Gedächtnis, dass sie keine vom englischen Militär eroberte Kolonie seien. Die britischen Soldaten hätten sie lediglich beschützt. Sie riefen London auch ins Gedächtnis, dass das Parlament nur über Kolonies beschließen könne, die durch Abgeordnete vertreten seien. Amerika war nie vertreten. Sie riefen London in Erinnerung, dass die amerikanischen Counties eigene Parlamente hätten, an die eigentlich sogar der englische König gebunden sei. In England fiel man fast in Ohnmacht. Denn, so erinnerten sie London, seit der Revolution von 1688 stelle die britische Verfassung den König unter das Parlament, also auch unter ihres. Saftige Argumente. Es ist klar, dass nicht der Mann auf der Straße sie gefunden hatte. Und wenn wir ein bisschen suchen, entdecken wir auch sofort einige Vertreter jenes Berufes, der heute zur höchsten Blüte gelangt ist, die Demagogen. Der führende Kopf hieß Samuel Adams. Er war, wie fast alle Demagogen, Sprössling aus reichem Hause und wandte sich, wie alle Demagogen, sofort mit sicherem Instinkt an das beste Sprungbrett, das Demagogen haben, an die Habenichtse. Man kann sich an sie wenden, wenn die Sache sie angeht. Doch diese Leute hatten noch nie einen Stempel gebraucht und wussten gar nicht, wie so etwas aussah. Adams hielt flammende Reden, reden können sie alle, streute auch etwas Geld aus und schuf sich unter den Arbeitsscheuen und dem Hafenproletariat eine Truppe, die sich den tönenden Namen Söhne der Freiheit gab. Der Name verrät, dass Adams eine Morgenluft witterte, die gar nichts mehr mit der albernen Steuer zu tun hatte. Die Freiheitssöhne bedrohten und nötigten alle Bürger, die für Verständigung mit England waren. Sie drangen nachts in die Wohnungen, sie teerten und federten, sie schlugen die Steuereinnehmer und demolierten die Lage der Kaufleute. Selbstverständlich taten, dass die Freiheitssöhne vermummt. Auch Jugendliche, die mal zu Hause in Iraner spielen wollten, machten begeistert mit. Adams siegte. Die Steuerbeamten schlossen ihre Büros und die Kaufleute kamen unter dem Druck der Straße überein, keine englischen Waren mehr einzuführen. Es war ein Schlag, der England hart traf und das dauerte nicht lange, da hob es die Steuerverfügung auf. Adams war ein Held. War er nicht wirklich einer? Man kann ihn nämlich auch anders sehen, als ich es getan habe, in meiner Abneigung gegen alle Demagogen. Wahr ist, dass er ein anderes Instrument als die Habenichtse gar nicht gehabt hätte. Die Arbeiter waren uninteressiert, die Bürger satt, die Stadt Vetter ängstlich. Wahr ist auch, dass er selbst aus dem Aufruhr nichts erntete. Wahr ist, dass ihm als einem der Ersten ein Staat Amerika vorschwebte. Zumindest behauptete er es später. War er ein Idealist? Ich kann es sich glauben. Er hat genug geredet, um den wahren Samuel Adams erkennen zu lassen. Er hat jede Übertragung von Machtbefugnissen an irgendjemand, der nicht mit ihm identisch war, abgelehnt. Er war skrupelos und neurasthenisch. Das sind die Zutaten, aus denen Unholde gemacht werden. Es gibt aber auch eine andere Type von Unholden. Old England war damals voll von ihnen. Es war der unerträglich dünkelhafte, in manchen Exemplaren geradezu verblödete Adel. Man kann durch ihn ebenso wie durch ihre Antipoden zur Weißglut gebracht werden. Aber schließlich durch welchen Vernagelten nicht. Zwei Jahre nach dem Versuch mit der Stempelsteuer unternahm ein neuer englischer Schatzkanzler Lord natürlich einen zweiten Vorstoß. Er belegte die amerikanischen Kolonien mit einer Importsteuer für Tee, Papier, Glas und Fangen. Die Empörung über die Stempelsteuer war ein milder Wind gewesen im Vergleich zu dem Sturm, der sich nun erhob. In Boston legte Adams wieder los. In New York führte John Scott die Radikalen an, im Süden Christopher Gadsden. Man verprügelte die Konservativen, teerte, demolierte, legte Feuer, trug über Nacht ganze Lagerhäuser ab. Natürlich zahlte man nicht nur keine Steuer, man bezahlte englische Waren überhaupt nicht mehr. Kein Zweifel, Amerika entglitt der Londoner Regierung. Auch der Sklaven im Port stockte. Das waren noch Zeiten gewesen, als die Herren der Welt Amerika jährlich 15.000 Neger verkaufen konnten. Den Lords zitterten die Knie. Auch den Besonneneren in Amerika zitterten sie. Wenn man sich in diese hoch absolutistische Zeit zurückversetzt, ahnt man, wie groß der Schrecken vor einer offenen Empörung gegen die Krone gewesen sein muss. Und eben deshalb glaube ich auch nicht an die Bonafide der Aufpeitscher. Sich weigern oder Mord brennen sind zwei sehr verschiedene Dinge. Überzeugen und terrorisieren sind zwei sehr verschiedene Dinge. Wenn Adepts und Genossen die Wahl gehabt hätten, auch mit überzeugen zum Ziel zu kommen, sie würden ganz sicher die Gewalt gewählt haben. Sie wollten die Menschen radikalisieren. Was waren sie? Beantworten sie sich die Frage selbst. An einem Märztag 1770 passierte in Boston Folgendes. Einige Raudis griffen den englischen Wachtposten vor dem Zollhaus an. Der Soldat zog den Säbel und verletzte einen der Angreifer am Arm. Als habe man auf dieses Signal gewartet, rottete sich im Handumdrehen eine tobende Menge zusammen und schleuderte einen Hagel von Steinen auf den Posten. Der Mann schrie um Hilfe. Soldaten rannten herbei und bildeten eine Kette vor dem Zollhaus. Die Masse sah rot und griff einen Soldaten an, der fiel zu Boden. Es löste sich ein Schuss aus einem Gewehr. Die Masse geriet außer sich und ging auf die Soldaten los. Die legten die Gewehre an und feuerten. Kennen Sie die Musik? Vertraute Melodie nicht, war? Die Zeitungen – Boston besaht schon seit 1704 eine – heulten vor Freude über diesen Knöller auf und die Druckereien schütteten Tausende von Flugblättern aus. Es existieren noch einige davon. Das verbreitetste trägt die Überschrift »Das blutige Massaker von Boston«. Ein Schlagwort, das bald in den entlegensten Waldsiedlungen ankam und in die Geschichtsschreibung eingegangen ist. Ich weiß nicht, ob die Jugend von Amerika heute noch etwas bei dem Wort »Massaker of Boston« empfindet. Damals und noch bis ins 19. Jahrhundert hinein genügte die Erwähnung, um die Volkswut gegen England zum Siegen zu bringen. Die britische Garnison war mit einem Schlage in einer heiklen Lage. Sie wagte kaum noch, sich zu rühren. In dem heißen Topf rührte auch nicht sie, sondern abermals die Regierung in London. Wieder ein Anlass, so banal wie nur denkbar. Es ging noch einmal um Tee. Tee klingt nobel und ist für die Angelsachsen lebenswichtig. Aber schließlich ist es nur ein Gesäff, ohne dass man nicht gleich stirbt, auch wenn die Engländer das fürchten. Seit der Einführung der Teesteuer hatte sich ein blühender Schmuggel mit Tee entwickelt. König der Schmuggler war, wie könnte es anders sein, ein Freiheitssohn. Der Herr ist John Hancock und war, wie könnte es ebenfalls anders sein, Sprössling eines Räders und Erbe von rund 400.000 Goldtalern. Diesem Mann wollte England das Handwerk legen. Dafür hatte es diesmal etwas ganz Listiges ausgeheckt. Es beschloss, den Tee unter Umgehung der Umschlagplätze direkt an den Einzelhandel zu liefern und so zu verbilligen, dass er unter den Schwarz Handelspreis sank. Man hat nie erfahren, ob er sank. Denn als die ersten Tee-Schiffe landeten, erlitten sie alle möglichen Schicksale. Nur leider nicht, dass ihnen zugedachte. Die Söhne der Freiheit traten wieder auf den Plan. Zunächst wurden die Hafenarbeiter unter Druck gesetzt, die Fracht blieb ungelöscht. In Charleston verrottete sie, ehe man das Schiff umkehren ließ. In New York und Philadelphia dagegen schickte man die Schiffe sofort nach Hause. Für Boston hatte sich Adams und Hancock etwas Originelles einfallen lassen. Söhne der Freiheit als Indianer verkleidet enterten drei Schiffe und warfen 300 Kisten Tee ins Meer. London war nicht nur empört, es war zutiefst verletzt. Suchten die Kolonien denn wirklich die offene Auseinandersetzung? Das Londoner Parlament beschloss jetzt nicht mehr mit der sanften Kunst der Sioyitsu zu antworten, sondern mit einem Faustschlag. Am 1. Juni 1774 legten sich englische Kriegsschiffe vor den Hafen von Boston und sperrten ihn. Boston lebte vom Meer. Die Stadtväter waren nun doch erschrocken und sahen schwarz. Arbeitslosigkeit drohte, Hunger drohte, Bankrotz drohten. Die Briten auf ihren Fregatten lehnten an der Reling, tranken Tee und sahen gelassen zu. Eigentlich müssten sie dort immer noch stehen und Tee trinken, denn Boston kapitulierte nie. Das gesamte Land sprang für die Stadt ein und ernährte sie. Zum ersten Mal trat eine Solidarität aller amerikanischen Counties zutage. England war gezwungen, den nächsten Schritt zu tun. Es legte vier Regimenter in den Unruheherd Boston. Der kommandierende General hatte Anweisung, Privathäuser als Quartiere zu beschlagnahmen und Lager zu errichten, wo es ihm passte. Das Parlament von Massachusetts wurde aufgelöst. Es etablierte sie unter dem Namen Provinzialkongress sofort neu und berief zu seinem Präsidenten, das rote Tuch für England, John Hancock, den Schmugglerkönig. Hancock, zunächst machtlos gegen die britische Einquartierung, verlegte die Arbeit in den Untergrund. Überall wurden Waffenverstecke angelegt, ein Minutenplan für die Stunde X ausgearbeitet. Die Männer nannten sich sogar Minutemen. Das Gewehr lag griffbereit. Es gab noch eine andere Tretmine, die England gelegt hatte. Es hatte aufgrund des Pariser Friedens die Grenze zwischen seinem Kanada und den Küstenkolonien weit nach Süden und Osten verlegt, so weit, dass die Elegenius dicht im Rücken der Städte jetzt die Grenze bildeten. Das bedeutete, dass die vielen Siedler, die schon jenseits des Gebirtszuges lebten, plötzlich unter englischer Verwaltung standen. Es bedeutete auch, dass ohne die Erlaubnis Londons kein Amerikaner mehr der Allergenies überschreiten und sich häuslich niederlassen konnte. Die britische Regierung hatte sich dabei ausnahmsweise etwas sehr Ehrenwertes gedacht. Sie wollte die Indianer vor Überflutung schützen, die Kolonien sollten sich mit dem Küstenstreifen immerhin etliche 100 Kilometer tief begnügen. Aber das war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr möglich. Es gab bereits weiße Familien, denen Ländereien von der Größe Preußens gehörten. Ich fürchte, es kommt bald der Augenblick, wo Sie mich fragen werden, warum ich in diesem schier endlosen Kleinkram wühle, während ich frühere Jahrhunderte im Zeitraffer durcheilt habe. Sie werden es sofort begreifen. Im September jenes Jahres 1774 trafen sich die Repräsentanten aller Kolonien auf einem Kongress in Philadelphia, dem ersten in der Geschichte Nordamerikas. Es kamen die Männer aus zwölf Counties zusammen, Räder aus Boston, Großgrundherren aus der Mitte, Sklaven Hacienderos aus dem Süden und dazwischen die führenden Söhne der Freiheit. Jener schier endlose Kleinkram war es, der im Begriff stand, sie zusammenzuschweißen. Seit Anbeginn der Welt, meine Freunde, sind noch niemals Nationen oder Reiche anders entstanden als durch Druck und Not. Noch niemals in der Geschichte haben etwa Verhandlungen, Geschwätz oder einfache Vernunft Gegensätze vergessen lassen. Fremdes Blut vergessen lassen, fremde Art und fremde Ideologie. Es war immer der Krieg oder die Not oder die Angst, die die Menschen zwang, zusammenzuwachsen zu einer Einheit. Das Schicksal schmiedet nicht anders als wir mit Feuer und gewaltigen Schlägen. Die Söhne der Freiheit haben damals behauptet, in ihrer Mitte sei die Einigung Amerikas geboren worden. Das ist nicht wahr. England hat die Vereinigten Staaten geschaffen. Sein Unverstand, sein Imperialismus, seine Drohungen waren es. Der Kongress von Philadelphia erließ zwar zunächst nur, wie es sich für einen Kongress gehört, eine Deklaration, er war aber mehr. Er war ein Rüttli-Schwur. Im Frühjahr 1775 mehrten sich die Anzeichen militärischer Vorbereitungen der Amerikaner. Der englische kommandierende General in Boston entsandte ein Bataillon von 800 Mann, um in Concord, 60 oder 70 Kilometer entfernt, das geheime Waffenlager auszuheben, über das so viel gemunkelt wurde. Auf halbem Wege schon stießen die Soldaten auf eine Schar bewaffneter Dörfler, die aber beim Anblick eines ganzen Bataillons sofort in den Hinterhalt zurückwichen. Und aus dem Hinterhalt fiel der erste Schuss, der berühmte erste Schuss, der in der Geschichte so oft schon Kriege und Revolutionen ausgelöst hat. Der Schuss bei Concord gebar zunächst vor allem eine Heidenangst. Der englische Offizier, der das Bataillon befehligte, war jung und unerfahren und erlebte zum ersten Mal einen Kampf aller Indianer. Seine Männer fielen um, ohne dass man den Feind zu sehen bekam. Ohne eine Patronik kehrten die Soldaten nach Boston zurück. Es waren noch 500. Verwirrt versuchte man sich klarzumachen, was eigentlich geschehen war. War es Auflehnung? War es Bürgerkrieg? Insel Briten gegen Amerika Briten? Sah so der Anfang eines Krieges aus? In Philadelphia trat eiligst ein neuer Kongress zusammen. Die Besonnenen hatten hundertmal alles durchdacht und gegeneinander abgewogen. Sie kamen nicht lange zu Wort, die Radikalen schrien sie nieder. Titulierten sich jetzt Patrioten, was bedeutet, dass alle Andersdenkenden keine waren, und erzwangen drei Beschlüsse, von denen einer immer saftigerer Hochverrat war als der andere. Die bewaffneten Aufständischen wurden zur American Continental Army ernannt, also zur eigenen Armee, die 13 Kolonien wurden aufgefordert, autonome Regierungen zu bilden und schließlich krönte man den Hochverrat, indem man mit Frankreich Verhandlungen über ein Bündnis aufnahm. König George III. gab den Befehl, die Rebellion mit Waffengewalt niederzuschlagen. Es war soweit. Bitte legen Sie nun die zweite CD ein. CD Nummer zwei. Briten gegen Briten. Der König hielt es für unmöglich. Ganz England hielt es für unmöglich. Es ist merkwürdig, dass gerade Politiker, die doch sonst alles so leicht schlucken, sich das nicht vorstellen können. Briten gegen Briten, Deutsche gegen Deutsche, Söhne gegen Väter. Glauben wir es immer noch nicht, weil sie gemeinsamen Blutes sind, gemeinsamen Staates, gemeinsamer Sprache? Es sind starke Bande, kein Zweifel. Und umso stärker, je weniger im Gehirn ist. Ein Italiener in Amerika bleibt noch in seinem Enkelkind Italiener. Und es weint, wenn es Ursula Mio hört. Aber Völker, die in Ideen leben, gerade starke Völker, die ihren Instinkten misstrauen, Völker, die einen Arminius und Hagen von Tronje, einen König Arthur und Archibald Douglas haben, fühlen ihr Blut nicht so stark. In ihren Adern fließen Wille und Ideen. Ihnen sind sie treu wie niemandem sonst. Bis sie sie wechseln. Im Bruderkrieg schießen sie nicht auf Blut, sie schießen auf die andere Idee. Als 1775 der amerikanische Unabhängigkeitskrieg ausbrach, standen sich bereits nicht mehr Briten und Briten gegenüber, sondern Briten und Amerikaner. Auf der einen Seite Menschen eines absolutistischen Zeitalters, mit einem geheiligten König, mit einer gottgegebenen Ordnung, mit einer stummen Masse von Untertanen. Auf der anderen Seite lauter Einzelgänger und Individualisten, einst nach Amerika verschlagen, ohne Ordnung, ohne Oberhaupt, ohne Staat, ohne Schutz, hart geworden, selbstbewusst und gewohnt, alles persönlich und direkt zu erledigen. Sie konnten noch auf dem Marktplatz zusammenkommen und mit Handbewegungen abstimmen oder der Regierung ihre Meinung zu rufen. Sie wussten damals nicht, wie man das nennen könnte, aber wir wissen es. Es war die sagenumwobene Demokratie, die es heute auf der Welt nicht mehr gibt. Sie verachteten die Untertanen Demut. Allein die Erinnerung an die Unfreiheit ließ die Zornes aller schwellen. Es war ihr Land, ihr Leben, ihre Freiheit, die in Gefahr waren. Zu den Waffen, zu den Waffen. Erleichtert wurde ihr Gewissen, als sie sahen, dass die ersten Soldaten, die England herüberschickte, fast alle bloß dämliche Deutsche waren. Jene armen Teufel, die von ihren skrupellosen Landesfürsten gegen Subsidien, gegen Judas Geld vermietet worden waren. Erinnern Sie sich der Szene zwischen der Mätresse Lady Milford und dem Kammerdiener des deutschen Duodezfürsten in Schillers Kabale und Liebe? Nein? Wenn Sie erlauben, holen wir es nach, denn es ist mir lieber, Sie hören die bösen Worte aus seinem statt aus meinem Munde. Schiller war zur Zeit der Ereignisse siebzehn Jahre alt. Kammerdiener Seine durchlauchte Herzog empfehlen sich Milady zu Gnaden und schicken ihnen diese Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig. Lady hat das Kästchen geöffnet und fährt erschrocken zurück. Mensch, was bezahlt dein Herzog für diese Steine? Kammerdiener mit finsteren Gesicht. Sie kosten ihn keinen Heller. Lady Was bist du rasend nichts und du wirfst mir einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest. Nichts kosten ihn diese unermesslich kostbaren Steine? Kammerdiener Gestern sind siebentausend Landskinder nach Amerika fort, die zahlen alles. Lady nach einer Pause Mann, was ist dir? Ich glaube, du weinst. Kammerdiener mit schrecklicher Stimme. Edelsteine wie diese da, ich habe auch ein paar Söhne darunter. Lady seine Hand fassend, doch keinen gezwungenen. Kammerdiener lacht fürchterlich, oh Gott nein, lauter Freiwillige. Es traten wohl so etliche vorlaute Bursch vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe. Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimente auf dem Paradenplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen und die ganze Armee schrie Joch nach Amerika. Lady fällt mit Entsetzen in den Sofa, Gott, Gott, und ich hörte nichts, und ich merkte nichts, Kammerdiener. Ja, gnädige Frau, warum mußtet ihr denn mit unserem Herrn gerade auf die Bärenhards reiten, als man den Lärmen zum Aufbruch schlug? Die Herrlichkeit hättet ihr doch nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, und heulende Weisen dort einen lebendigen Vater verfolgten, und hier eine wütende Mutter lief, ihr saugendes Kind an Bayonetten zu spießen, und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinander riß, und wir Graubärte verzweiflungsvoll dastanden und den Burschen auch zuletzt die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt. Oh, und mitunter das polternde Wirbel schlagen, damit der Allwissende uns nicht sollte beten hören. Lady steht auf, heftig bewegt. Weg mit diesen Steinen, sie blitzen Höllenflammen in mein Herz. Mäßige dich, armer alter Mann, sie werden wiederkommen, sie werden ihr Vaterland wiedersehen. Kammerdiener warm und voll, das weiß der Himmel, das werden sie. Noch am Stadttor drehten sie sich um und schrien, Gott mit euch, Weib und Kinder, es leb unser Landesvater, am jüngsten Gericht sind wir wieder da. Das alles wussten die Amerikaner nicht. Wissen ist bekanntlich Macht, aber nicht Wissen erleichtert oft das Leben. Der zweite Teil dieses Satzes ist der berühmte American Way of Life. Das britische Chor landete im Juni 1776. Es landete nicht wie erwartet in Boston, es landete überraschend in Long Island und marschierte sofort auf New York los. Die Kolonien hatten in Eile Freiwillige zusammengekratzt und nach New York geworfen, Befehlshaber George Washington. Da ist er nun wieder, einst Oberst, jetzt General. Der Mann mit der Siegeraureole. Es hatte im Kongress der ganzen Überredungskunst John Adams Bedürft, um ihn zu berufen. Und ebenso ungern war Washington dem Ruf gefolgt. Siegte England, so würde er als Hochverräter gehängt werden. Das ist kein angenehmer Aspekt, war jedoch nicht der Grund. Der Grund war, dass er Revolutionäre hasste. Er war ein altenglischer Tory. Er fühlte Englisch, nämlich überhaupt nicht, dachte Englisch, nämlich berechnet, und lebte Englisch, nämlich innerlich und äußerlich wie ein Lord. Er war schon wohlhabend, als er mit 27 Jahren eine noch reichere Witwe heiratete. Jetzt bewohnte er in Mount Vernon ein feudales Landschlösschen inmitten eines riesigen Besitzes, auf dem ein Heer von Arbeitern schuftete, darunter 50 Negersklaven, deren armseliges Dasein ihn, wie er sich einmal ausdrückte, durchaus bewegte. Wenn hat man es ihm jedenfalls nicht angemerkt, man hat ihm nie etwas angemerkt, er konnte sich beherrschen. Er war humorlos, total, unmusisch, hochfahrend und verletzend. Die Fälle, in denen er jemand dankend die Hand gab, sind an fünf Fingern abzuzählen. Und dass er später als Präsident einem Volksvertreter je einen Stuhl angeboten hätte, ist nicht vorgekommen. Er muss, obwohl die Biografen ihn seit 200 Jahren reinzuwaschen versuchen, ein rechtes Ekel gewesen sein. Und wie so viel öfter bei Ekeln als bei rumorigen Volksfreunden in Teger. Nun fehlt noch die Antwort, warum er die Berufung annahm. Erstens nahm er hiermit etwas an, was seiner Überheblichkeit zustand. So dann rächte er sich dafür, dass die britische Armee ihn einst als Offiziers Anwärter abgelehnt hatte. Und schließlich war die amerikanische Unabhängigkeit, genauer gesagt die Niederlage Englands, der einzige Weg, seine jenseits der Alleghenies im britischen Sektor liegenden gewaltigen Ländereien zurückzuerhalten. Sehr wohl war ihm nicht, als er den wilden Haufen sah, mit dem er siegen sollte. Die Amerikaner hatten zu dieser Zeit etwa 300.000 Waffenfähige im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, alles Männer und Burschen, die mit dem Gewehr aufgewachsen waren. 300.000 also. Würden sie kommen? Wenigstens 100.000? 50.000? Würden sie kommen? Von Norden, von Süden? Aus den Städten, aus den Wäldern? Wir werden bald sehen, dass die ganze Berechnung falsch war. Die britische Operation ging zu schnell. Vor New York konnte Washington gerade 8000 Mann zusammenraffen, zu wenig, um sich auf ein Abenteuer einzulassen. Er gab die Stadt auf und zog sich zurück. Ein bisschen Hohn lachte er noch, weil die Engländer die Zurückflutende nicht verfolgten. Auch manche Historiker lächeln über den harmlosen General Lord Hu und seine Methoden von Anu dazumal, aber so sehr harmlos war Hu nicht. Er ließ Washington laufen, ging auf das beherrschende Fohr am Hudson vor, nahm es und entschädigte sich mit 2600 Gefangenen. Blitzkrieg, Blitzsieg, Blitzirrtum. Lord Hu hätte sich nun gern an den Verhandlungstisch gesetzt. Der Tisch war da, Washington aber nicht. Der Lord wartete vergeblich. Für ihn schien der Krieg beendet. Aber ein Krieg ist nie beendet, wenn nach einem Sieg unerklärliche Stille herrscht. Das sicherste Zeichen, dass ein Krieg zu Ende ist, besteht darin, dass der Plebs des besiegten Volkes auf die Straße rennt, mit Taschentüchern winkt und den verschwitzten Siegern die letzte, vom Munde abgesparte Flasche Bier darreicht. Dann dürfen auch getrost noch hunderttausend Soldaten in unversehrten Forst stehen. Lord Ho hatte, da sich nichts rührte, die Vorstellung, er müsse nun damit beginnen, das Land zu besetzen. Er teilte also seine Truppe und tröpfelte sie in die schon vorsorglichen Winterquartiere. Er war zufrieden und London war es auch. In diesem Augenblick ging unerwartet eine Bombe hoch. Ein turbulenter Kongress in Philadelphia nahm mit den Stimmen von zwölf Kolonien die Erklärung der Loslösung von England an. Es war der 4. Juli 1776. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren geboren. Der Donnerschlag dröhnte bis nach Europa hinüber. Vereinigte Staaten, was war das? Tja, was war das? Wenn schon das Wort Staat für diese zwei Dutzend Städtchen komisch in europäischen Ohren klang, so standen die Zeitgenossen damals vor dem Wort Vereinigte gänzlich ratlos. Die Kolonien hätten sich zu einem Staat vereinigen können, natürlich, doch das taten sie ja nicht. Sie blieben ein Dutzend und bildeten, was zum Teufel bildeten sie? Es war ohne Beispiel. Vereinigte Königreiche kannte man, das war leicht zu verstehen. Es war ein König, der sich andere Länder unter den Nagel gerissen oder erheiratet hatte. Hier aber hatte niemand gerissen und niemand geheiratet. Wenn man dieses Modell ins europäische übersetzte, so hatte man sich vorzustellen, dass England, Frankreich, Preußen und wer weiß, wer sonst noch sich vereinigten. Das war grotesk, das war eine Utopie. So lagen die Dinge in Amerika natürlich nicht. Ein Mensch, der noch alle fünf Sinne beieinander hat, begreift, dass in der Welt etwas zusammen findet, was seiner Natur nach zusammen gehört. Aber zu was? Das war immer noch ziemlich unklar. In der Tat, es war auch den Väter der USA noch ein bisschen unklar. Sich für unabhängig zu erklären, ist einfach. Solche Erklärung aber zu einem Fundament eine Art Verfassung zu machen, ist schwer. Die Formulierung ist lange Zeit im stillen Kämmerlein gebrütet worden. Im Frühsommer 76 saßen fünf Männer in einem kleinen Zimmer in Philadelphia beisammen, schwitzten und grübelten vor sich hin oder stritten erbittert gegeneinander, mit Ausnahme von Thomas Jefferson, dem jedes Gekreisch zuwider war. Er hatte kaum die ersten zwei Sätze formuliert, wenn es im Laufe der geschichtlichen Ereignisse für ein Volk notwendig wird, die politischen Bande zu lösen, die es mit einem anderen verknüpfen und unter den Mächten der Erde die gesonderte und gleichwertige Stellung einzunehmen, zu der die Gesetze der Natur und des Schöpfers es berechtigen, so erfordert eine geziemende Achtung vor der Meinung der Welt, dass es wir halten es für eine einleuchtende Wahrheit, dass alle Menschen gleich und unabhängig geboren sind, da sprangen John Adams und Thomas Paine auf und verlangten die Streichung des Wortes unabhängig. Der eine, weil er es für eine Dämmelüge, der andere, weil er es für einen Widerspruch zur Unterordnung unter den Volkswillen hielt. Man kann, rief er, nicht ein staatliches Zusammenleben mit der Verneinung des Staatswillens beginnen. Alle redeten, in dem Zimmer herrschte der schönste Krach. Noch nie war diesen fünf Männern so klar geworden, wie viel sie voneinander trennte. Ein fortschrittsgläubiger Parsifal wollte in das Dokument die Verurteilung der Sklaverei aufgenommen sehen, worauf der Südstaatler explodierte. Der Parsis wurde gestrichen. Stattdessen kam ein poetischer, janusköpfiger Satz hinein. Zu den unveräußerlichen Rechten aller Menschen gehören das Recht auf Leben und Freiheit sowie das Streben nach Glück. Flott ging es bei der Anklage des englischen Königs. Die Geschichte des Königs ist eine Kette von Anmaßungen, die alle darauf abzielen, eine unbegrenzte Tyrannei über die Staaten aufzurichten. Er hat unsere Küsten verheert, unsere Städte niedergebrannt, unsere Landsleute getötet. Er landet jetzt große Heere fremder Söldner, die das Werk der Zerstörung vollenden sollen. Als die Stube endlich so verqualmt war, in Virginia wuchs der beste Tabak, dass es sogar dem berühmten Stechfliegen des Delaware zu viel wurde, war das Werk vollendet. Stellen Sie sich vor, eine Staatengründung, ohne Sekretärin und Schreibmaschine. Über das, was nun zu tun war, sagte es leider nichts aus, denn man wußte es selbst nicht. Man wußte nur eines, man war frei von England und hatte sein Schicksal ganz in die eigene Hand genommen. Als die fünf Männer dem Kongress meldeten, sie seien bereit, schritt man zur feierlichen Ratifizierung. Das Kongressgebäude war ein simples, langgestrecktes Haus, zweischlöckig und lag an einem dörflich anmutenden, kopfsteingepflasterten Platz. Auch die Linden fehlten nicht. Dorthin strömten also die 85 Vertreter der Kolonien zusammen. Der Saal, in dem die Zeremonie stattfand, war ebenfalls bescheiden. Ein kahler Raum, in dem man heute höchstens Zivilprozesse bis zu 1000 Mark verhandeln würde. Als Wandgemälde die Apotheose aller Kriegervereine, Trommel und gekreuzte Fahnen. Etwas erhöht an einem plüsch gedeckten Tisch der Präsident des Kongresses, davor die fünf stehend, dahinter sitzend die Abgeordneten. Noch mit kleiner Perücke und in Kniehosen, aber nicht mehr fritzisch wirkend. Es liegt deutlich ein neuer Hauch von bürgerlicher Einfachheit und Demokratie darüber. Es ging durchaus nicht ohne Auseinandersetzung und Nörgeleien zu. Endlich war es soweit, feierlich wurden die Unterschriften vollzogen, feierlich gingen alle nach Hause. Sollte Ihnen inzwischen aufgefallen sein, dass das neue Staatsgebilde weder ein Oberhaupt noch eine Regierung hatte, so gratuliere ich Ihnen. Damals fiel es nicht vielen auf. Es hatte sich ja im Alltag nichts geändert. Man ging wieder den Geschäften nach oder hängte sich aufs Neue das Gewehr über, denn der Krieg musste ja wohl erst noch entschieden werden. Dieser Meinung war auch London. Es fühlte sich von der Unabhängigkeitserklärung tief gekränkt. Aber dass das Dokument einstweilen nur ein Fetzen Papier war, das glaubten alle. Man musste jetzt energisch durchgreifen. Vor allem die britischen Händler begannen über ihre Verluste zu schreien und verlangten erbarmungslose Kriegsführung. Da das für jede Regierung, die ja Glaubensbekenntnis auf der Registrierkasse tippt, Befehl ist, beschloss das Londoner Parlament jetzt ernst zu machen. Im nächsten Jahr, es war inzwischen Winter geworden, sollte General Burgoyne mit 6.000 Mann erstklassiger Soldaten von Kanada südwärts über die Berge steigen und George Washington in den Rücken fallen. Eine glänzende Idee, wenn man davon absieht, dass der Marsch über fast 1000 Kilometer durch unwirtliches Partisanengebiet ging und dass Truppen gelegentlich essen müssen. Nun, man würde ja sehen, vielleicht brauchen Hessen wirklich nicht viel zu essen. Wie gesagt, es war Winter geworden. Niemand erwartete noch große Dinge. In Trenton zum Beispiel, wo 1400 Hessen im Quartier lagen, war es direkt gemütlich. Es war die Nacht vor Heiligabend, draußen tobte ein Schneesturm, ein Wetter, bei dem man nicht einmal den sprichwörtlichen Hund vor die Tür gejagt hätte, geschweige den Vorposten. Das erwies sich als kleiner Fehler. Es waren nämlich durchaus Leute unterwegs, einige wenige tausend unter Führung von Washington. Sie setzten bei diesem Hundewetter über den vereisten Delaware, pirschten sich an Trenton heran, überfielen es und nahmen tausend Hessen gefangen. Vom Rest hört man nichts. Die warmen Kamine und weihnachtlichen Mistelzweige lockten Washington nicht, er trieb seine Männer gleich wieder in die Kälte hinaus, überrumpelte noch drei andere britische Abteilungen und vernichtete sie. Danach verschanzte er sich vor New York. Viele Männer waren ihm nicht geblieben. Das lag nicht etwa an den Verlusten. Es lag daran, dass die wackeren Kempen nach Hause zu gehen pflegten, sobald für ihr Gebiet die unmittelbare Gefahr beseitigt war. Sie waren freiwillig gekommen und gedachten auch wieder zu gehen, wenn es ihnen passte. Gewiss die meisten waren entschlossen, die Unabhängigkeit zu verteidigen, aber sie hatten eine kuriose Vorstellung von Unabhängigkeit, sie meinten damit die ihrer Familie, ihrer Farm, ihres Dorfes, ihres Städtchens. Die englischen Truppen waren für sie so eine Art Indianer, die man von Haus und Hof abwehren musste. Wohin abwehren? Die Frage erinnert lebhaft an die schwäbische Anekdote, in der ein Gemeindediener durch das Dorf geht und die Bekanntmachung ausklingelt, auf oberamtlichen Befehl läuft erwütender Hund rum, wer ihn zieht, soll ihn nüberjagen ins Bartsche, damit's kein Unheil gibt. Sehr weit entfernt davon war die Einstellung der Freiwilligen nicht und sie waren gerade dabei den ganzen Krempel hinzuschmeißen, als der nächste Kongress Kriegsdienstverpflichtungen beschloss und die Befehlshaber von Truppen zu Strafen ermächtigte. Washington hatte keinen anderen Ausweg gewusst. Am gefährlichsten waren in seinen Augen die kleinen Siege, die die Bevölkerung beruhigten und den Krieg nicht entschieden. Die Eingezogenen mussten nun offiziell Löhnung erhalten. Aber der Kongress hatte kein Geld. Steuern zu erheben wagte er nicht. Das Wort Steuern war ein rotes Tuch. Man konfiszierte Krongüter und Besitzungen von rückgewanderten Royalisten. Man konfiszierte sogar Häuser von Leuten, die kein anderes Verbrechen begangen hatten, als gegen die Unabhängigkeit zu sein. Mit einem Wort, man benahm sich durchaus modern. So, wie sich neue Herren zu benehmen pflegen, die nicht mehr einen noch auswissen. Und als alles nicht ausreichte, begann man Papiergeld zu drucken. Im Ganzen so an die 400 Millionen Dollar. Der Dollar war die neue amerikanische Währung. Leider war sie ungedeckt. Es kam der Tag, an dem wörtlich die Friseure damit ihre Barbierstuben tapezierten. Es musste etwas geschehen. Ach Gott, ja, es musste an allen Ecken und Enden etwas geschehen. Man sandte Benjamin Franklin, den bewährten Botschafter und Blitzableiter nach Paris. Inzwischen ging der Krieg weiter. Die 6000 Soldaten unter Burgoyne waren wirklich von Kanada losgezogen und befanden sich auf dem Wege ins Hatzental. Es war elend heiß, solange sie über Berg und Geröll zogen und es war duster und unheimlich, wenn es durch die Wälder ging. Mit ein paar Stiefeln und leerem Magen wird alles doppelt unerfreulich. Am oberen Herzen angelangt, dezimiert und halb verhungert machte das Regiment Halt. Von dort bis New York, wohin Burgoyne eigentlich wollte, sind es auch für den besten Marschierer noch einige hundert Kilometer. Man hörte Leuten, Lord Ho plante patriotisches vor wie England ist gleich London, Frankreich ist gleich Paris, Preußen ist gleich Potsdam, Amerika gleich Philadelphia. Doch den Amerikanern war der Kongress schuppen ziemlich Schnuppe. Man zog einfach um. Ho schlug General Washington, der sich ihm entgegenstellte und nahm die Stadt. Er hatte also entlastet. Ging es jetzt leichter mit Burgoyne und seiner Truppe? Wie sollte es nennen? Er stand immer bei nacktem Fuß und leerem Magen. Natürlich ahnte er, mit jedem Tag, den er den Amerikanern Zeit ließ, die Zahl der Freiheitskämpfer wachsen würde. Aber dass die Amerikaner schon die vierfache Übermacht hatten, das wusste er leider nicht. Zu spät beschloss er, im offenen Gefecht die Wände herbeizuführen. Er verlor die Schlacht, kapitulierte und ging mit dem gesamten Regiment in Gefangenschaft. Bis Saratoga war er gekommen. Ein schöner Sieg, nicht übel, wirklich. Von Weitem sah er noch schöner aus als von Nahem. Paris zum Beispiel war entzückt. Ja, dieser Amerikaner, dieses urwüchsige Volk. Die französische dekadente Gesellschaft war gerade mitten im Jean-Jacques-Rousseau-Fieber. Benjamin Franklin lenkte das Entzücken in die richtigen Bahnen, nämlich in die finanziellen. Es ging Frankreich selbst nicht gut. Aber der Gedanke, das schlichte Hirtenvölkchen in Amerika in seiner tugendhaften Armut, Armut ist laut Rousseau immer tugendhaft, zu unterstützen, war ebenso schön, wie der Gedanke, den Engländern eins auszuwischen. So also kamen zunächst einmal die Finanzen des Kongresses einigermaßen wieder in Ordnung. Amerika schrie aber nicht nur nach Geld, es schrie auch nach militärischer Hilfe. Am 6. Februar 1778 schlossen Frankreich und Amerika offiziell ein Bündnis. Französische Truppen landeten, ohne dass England es verhindern konnte. Unter denen, die den Dreispitz ziehend Washington die Hand reichten, war auch ein 47-jähriger Mann aus Deutschland. Amerika benannte vier Städte nach ihm und feiert bis heute seinen Gedenktag. Der Mann hieß Friedrich Wilhelm von Stäuben. Wenn man im Lexikon nachschlägt, findet man folgende knappen Zeilen. Stäuben Friedrich Wilhelm von geboren 1730 in Magdeburg, gestorben 1794 in Stäuben Orneda County. Trat 1747 ins preußische Heer, wurde 1764 unter undurchsichtigen Umständen als Hauptmann verabschiedet, wurde 1775 badischer Oberst und wanderte 1777 nach Nordamerika aus, wo er rasch das Vertrauen Washingtons gewann. Er stieg zum Generalmajor und Generalinspekteur auf. Er übertrug seine preußische Generalstabserfahrung auf die amerikanische Revolutionsarmee für die taktische und operative Kriegsführung gegen die englischen Truppen. Der Sieg der Amerikaner geht zum großen Teil auf ihn zurück. Stäuben wurde ein wahres Geschenk des Himmels. Er machte aus dem Andreas Hofer ähnlichen Soldatenhaufen ein fast preußisches Heer. Die Vereinigten Staaten hatten es bitter nötig. Ihren führenden Köpfen war klar, dass der Ernst des Krieges jetzt erst beginnen würde. Er begann. Frankreich erklärte England offiziell den Krieg. Spanien und Holland Morgenluft witternd schlossen sich an. Mitteleuropa, Skandinavien und Russland verbündeten sich zu einer neutralen Allianz gegen England. Eine ganz schöne Ansammlung von Feinden. London antwortete mit der Entsendung einer Elite-Truppe unter General Clinton. Sie landete nicht an einem der Brennpunkte im Norden. Die Front sollte von Süden aufgerollt werden. Clinton nahm Georgia und Carolina. In Charleston erwischte er einen amerikanischen General mit 5000 Mann. Das sind eine Menge Leute. Wohin mit ihnen? Fast zur gleichen Zeit überrumpelte der im Norden operierende Lord Cornwelles den Liebling der Amerikaner Gates mit seinen Truppen. Der gefangenen Klotz am Bein wuchs. Man war alles andere als glücklich. Im August 1780 stand Clinton schon nahe vor den Toren Regiments. Er hoffte sich mit Cornwelles vereinigen zu können, aber Cornwelles fummelte so lange herum, bis er von inzwischen eingetroffenen französischen Truppen an die Küste abgedrängt wurde. Er verschanzte sich in Yorktown und wollte in Ruhe die Unterstützung der britischen Flotte abwarten. Um es kurz zu machen. 5000 Mann, die Frankreich schleunigst herübergeworfen hatte, sowie einige tausend von Stäuben gedrillte Nordstaatler unter George Washington schlossen Yorktown ein und zwangen Cornwelles mit 7000 Mann zur Kapitulation. Das war ein fetter Brocken. Nun gab es noch Clinton mit seiner angeschlagenen Truppe und 5000 Gefangenen am Halse. Er tat das Klügste, was er tun konnte. Nichts. Es gab auch nichts mehr zu tun. Mit der Kapitulation Cornwelles war die Entscheidung eigentlich gefallen. Der Krieg war praktisch aus. Verloren hatte ihm das Parlament in London. Man schickt nicht. Man schickt nicht eine Handvoll Regimenter los, ein Land von 2000 Kilometer Länge voller feindlicher Bevölkerung und mit französischen Gardetruppen zur Seite zu erobern. Denn erobert hätte es werden müssen. König George III. wollte es immer noch nicht glauben. Notabene war er nicht ganz klar im Kopf. Über diesen konfusen Kopf hinweg rief London seine Generäle und Soldaten zurück. Einige Forts im Innern hielten weiter aus, aber die Küste war sauber. Es dauerte noch einmal ein Jahr, ehe George III. in einer feierlichen Thronrede die Vereinigten Staaten von Amerika als unabhängig und souverän anerkannte. Das geschah am 5. Dezember 1782. Eine lange Leidenszeit für die Amerikaner war vorüber. Sie müsste eigentlich ein paar Bücher statt ein paar Seiten füllen. Aber welche Leidenszeit müsste das nicht und wird mit noch weniger Zeilen abgetan. Nun waren sie also frei und souverän. Das war schön, aber auch alles. Was hatten sie? Eine Urkunde und einen Kongress. Die Urkunde war ein Papier und der Kongress eine Null. Er konnte alles Mögliche beschließen. Keiner der Staaten brauchte sich daran zu halten. Man war ja souverän. Von Zeit zu Zeit hielten die Kongress Mitglieder ihr Tabakskollegium ab, rauchten ihr Pfeifchen und palaverten über das, was man alles tun würde, wenn man könnte. Und dann gingen sie wieder nach Hause. Jedoch etwas gab es, was man in schöner Einigkeit als erstes tun konnte. Das, was neue Herren nach Revolutionen stets tun, verfolgen. Man verfolgte die englandtreuen Amerikaner, als wären sie Abschaum. Hunderttausend flohen nach Kanada, nach Westindien, nach England. Die Sieger lachten hinter ihnen drein, was sie nicht hätten tun sollen. Denn die Flüchtlinge waren es, die Kanada wie eine Überschwemmung anglisierten, aber den Anschluss an die Vereinigten Staaten ebenso hassten wie die eingesessenen Franzosen. Was die schnelle Rache manchmal sät, wem sage ich das? Ohne die Überschwemmung durch die Loyalisten wäre Kanada französisch geworden. Mit einem französischen reichen Kanada hätte Frankreich vielleicht den Bankrott abwehren können, ohne den Bankrott wäre die französische Revolution vielleicht nicht gekommen. Ohne die Revolution ganz sicher kein Napoleon. Ohne Napoleon ein anderes Europa. Nun ja, wer fragt noch danach heute, da die Abnabelung von der Geschichte als schick gilt? Die Amerikaner fanden die Entwicklung damals prima. Die kulturtragende Schicht war zwar so gut wie weg, aber Holzhacker, Tabakpflanzer und Kolonialwarenhändler sterben nicht an fehlender Kultur. Sie hielten sich an handfesten Dingen schadlos. Man teilte die verlassenen Ländereien und Häuser untereinander auf. In Virginia wurde der riesige Besitz von Lord Fairfax konfisziert. New York enteignete 59 Plantagen, einige bis zu 300.000 Quadratmeilen groß. Auf dem Gut eines Sir John Johnson hatten 10.000 Neusiedler Platz. Der Besitz Grand Vils in North Carolina umfasste eine Million Morgen. Stadthäuser, Fabriken, Maschinen, Geräte. Den Siegern lachte das Herz im Leibe. Aber leider sah es trotz allen Lachens nicht gut aus. An allen Ecken und Enden fehlte hartes Geld. Papierlappen gab es tonnenweise. Jeder druckte, was die Maschinen hergaben. Die Steuern waren höher als je zuvor. Aber was zurücklief in die Kasse war wieder Papier. Die inneren und äußeren Schulden der Konföderierten betrugen 14 Milliarden Dollar. Nein, das sah nicht gut aus. Schlimmer, es sah aus wie eine kolossale Pleite. England gab die Force im Inneren des Landes nicht heraus, solange die USA nicht die Immigranten entschädigten, wie es der Friedensvertrag vorsah. Spanien benutzte die Ratlosigkeit, die Mississippi- Gebiete wieder an sich zu bringen. Und afrikanische Seeräuber erschienen vor den Küsten über vielen unter freundlichem Lächeln der Briten amerikanische Schiffe. So begann Amerika seine Freiheit. Gebildete Amerikaner dachten schon an eine Militärdiktatur, in dem sie sich aus der Schulzeit vage an Camillus und Zincinnatus, jene wackeren Männer erinnerten, die aus dem Sauhaufen Rom wieder einen ehrenwerten Staat gemacht hatten. Aber so dachten vielleicht einhundert. Drei Millionen neunhunderttausend neunhundert dachten mit Grausen an jeden Zwang. Es ist Tatsache, dass sie am liebsten überhaupt keinen Staat gehabt hätten. Wozu war er eigentlich Nütze? Straßen besorgen die Städte, Häuser bauten die Bürger, gefegt wurde vor jeder Tür, Kanalisation gab es keine, Beleuchtung lieferte der Mond. Elektrizität war noch nicht entdeckt, Gaslicht noch nicht erfunden, Eisenbahnen existierten nicht. Mörder bekamen keine möblierten Zimmer mit Vollpension, sondern wurden gehängt. Den Büttel bezahlten die Bürger. Richter konnte noch jeder sein, der seinen Grips beieinander hatte und ein Ehrenmann war. Wo war der Staat, wenn die Indian eine Siedlung überfielen? Wo war der Staat, wenn die Ernte verhagelte oder das Vieh starb? Wer war eigentlich dieser gottsverdammte Staat? Wissen Sie eine Antwort, die man einem Robinson Kruse geben kann? Darf ich Sie, meine Freunde, einmal beiseite nehmen und in einem Eckchen, wo uns niemand hört, fragen, was Sie davon halten? Ich persönlich denke seit meinem 29. Lebensjahr über das Wesen des Staates nach. Damals hing ich der Theorie der erweiterten Familie an, der sogenannten Patriarchat-Theorie. Es leuchtete mir ein, dass sich ein Staat bildet, wenn sich das Prinzip des Familienlebens zu einer großen Gemeinschaft unzähliger Familien ausdehnt. Ich dachte da, als Humanist gleich an die Quelle gehend, an Hellers und konnte mir Athen sehr gut als Zusammenschluss von Familien, als Interessengemeinschaft vorstellen. Bei einigem Nachdenken jedoch kamen mir Zweifel, ob die Polis, der Stadtstaat, wie die Griezisten ihn nennen, wirklich ein Staat gewesen ist. Eine souveräne Gemeinde ist sicher noch kein Staat. San Marino, falls Ihnen das von ihren Urlaubsfahrten an die Ade ein Begriff ist, nennt sich gewiss zu Unrecht Staat. Vielleicht, so bohrte ich weiter, hatten die altgriechischen Stadtstaaten viel eher den Charakter von Enklaven. Dieser Gedanke gefiel mir außerordentlich. Mich störte auch nicht, dass Enklaven, wie das Wort ja besagt, eingeschlossen sein müssen. Athen war in nichts eingeschlossen, Theben war in nichts eingeschlossen, sehr richtig. Sie waren nicht, sie hatten sich eingeschlossen zwischen lauter ihres Gleichen. Viele von ihnen hatten die gleichen Gesetze und Sitten, viele die gleichen Lebensbedingungen, viele waren versippt, alle des gleichen Blutes und des gleichen Glaubens. Sie hatten diesen und jenen Bund geschlossen. Aber etwas haben sie wie die Pest vermieden, sich zu einem Staat, einem griechischen Staat, zu vereinen. Ich glaube, sie hielten ihn, wie die frühen Amerikaner, für Schwindel. Staat ist also ganz sicher einst kein Vorstellungszwang gewesen. Wie sind wir mit unserem Denken da nur hineingerutscht? Menschen, die sich den Luxus leisten, auch heute noch nachzudenken, sind alle zu der Erkenntnis gekommen, dass Staat keine Form ist, die die Natur verlangt, sondern eine Erfindung, etwas Künstliches, was vielleicht einmal Bündnisaufgaben hatte, Recht, Fürsorgeschutz, aber längst ein selbstherrlicher, allmächtiger Homunculus geworden ist. Karl Burkhardt hat den Staat ein schönes, aber unheimliches, dem Einzelnen innerlich fremdes Ungeheuer genannt. Meinicke sprach ihm einen höheren, übergeordneten Sinn völlig ab. Es gibt nichts, was nicht die kleine Gemeinschaft lösen könnte und in Wahrheit auch löst und trägt. Nichts! Außer dem Krieg. Solange ich zurückdenken kann, ist auch für mich der Staat immer ein fremdes Ungeheuer gewesen. Politik, Hunger, Politik, Krieg, Inflation, Vertreibung, Politik, Krieg, Verrohung, Verarmung, verlorene Jahre, gestohlene Jugend. Der Staat hat mich nie gekannt, nie angesehen. Ich habe ihn nur kennengelernt, wenn er wie ein von der Sauftour heimkehrender Vater mich entdeckte und prügelte. Fallen Sie nicht auf die Lüge herein, dass Vaterland gleich Staat sei. Darf ich jetzt weitersprechen? Nach dem Kriege las ich Rousseau und Locke. Ich erfuhr, dass sie den Staat einen Vertrag nannten und die Entstehung eines Staates auf freiwillige vertragsmäßige Unterwerfung des zurückführten und hier gingen mir die Augen auf. Hat der moderne Mensch wirklich den Wunsch, sich zu unterwerfen? Für ein bisschen Schutz, ein bisschen einheitliches Recht und ein bisschen breiter fundierte Wohlfahrt? Ja? Dann ist das Ducken, das Kriechen in einen Staat die Bankrotterklärung des Menschen als soziales Individuum. Ist es das? Wahrhaftig ich glaube es heute. Der Staat als Institution hat die Welt erobert. Die Erdoberfläche ist mit Staat wie mit Flechten überzogen. Wo ist noch kein Staat? Niemand kann mehr in keinem Staat leben oder leben wollen. Er kann staatenlos sein. Das heißt ohne die Rechte eines Staatsbürgers, aber wo er auch hingeht, so weit ihn die Füße tragen, überall ist Staat. Mit welchem göttlichen Recht? Als der Staat sich ein Territorium zulegte und sich damit identifizierte und als er seine Macht verselbstständigte, hatte er seine Unschuld verloren. Ich weiß, im heutigen Leben, vier Milliarden Menschen, geht es nicht mehr ohne Staat und nicht mehr ohne Loyalität zum Staat. Aber das ändert nichts daran, dass wir erbärmliche Wichte sind. Das aber wollten die Amerikaner von 1783 nicht sein. Wer drängte denn nun eigentlich auf eine Gesamtstaatsgewalt? Die Offiziere drängten. Sie hatten, durch Stäuben, inzwischen preußischen Geist inhaliert. Ferner drängten die Verwaltungsleute, die mit zwischenstaatlichen Dingen zu arbeiten hatten. Dann drängten einige geredig besorgte Männer, die dem Wettlauf der einzelnen Staaten ins Innere des Kontinents ein Ende bereiten wollten. Denn seit dem Abzug der Engländer versuchte jeder der 13 Land an sich zu reißen, um groß zu werden. Vor allem aber drängten die Politiker. Zwei der treibenden Kräfte waren George Washington, der an Mount Vernon die Daumen drehte und der ehrgeizige Alexander Hamilton, junger Rechtsanwalt in New York. Der Fortschritt ließ sich nicht mehr aufhalten. Im Mai 1787 versammelten sich in Philadelphia unter dem Vorhutus des alten Washington 55 Delegierte mit dem Auftrag, für die Vereinigten Staaten von Amerika eine Verfassung zu erarbeiten, die sie zu einer Nation zusammenschweißen konnte. Die 55 Delegierten waren prächtige handfeste Leute, weder die alten Revolutionären Quengler waren darunter noch mörderische Utopisten vom Typ Robespierre, die es sehr wohl gab. Brave Männer also, die Hälfte wie üblich Advokaten. Leider waren sie nicht vom Volk gewählt, sondern von den Regierungen einfach ernannt. Und das ist nicht viel. Diese Versammlung, um es von vornherein deutlich zu sagen, überschritt ihre Vollmachten gewaltig. Die 55 Herren erarbeiteten nämlich nicht wie vorgesehen einen Text auf der Grundlage der Konföderation, sondern setzten sie einfach außer Kraft, schufen eine Verfassung auf völlig neuer Basis, zum Glück, genehmigten sie auch gleich und unterschrieben sie. So wurde sie den 13 Unionsstaaten zur Ratifizierung zugestellt. In diesen turbulenten Sitzungen spielte Washington Bodennebel, das heißt, er saß da und schwieg sich aus. Freilicher war von Natur wortkarg, aber hier war es mehr. Überheblichkeit, die ihm unversehens das Ehre des Olympischen gab. Aber ganz so überrumpelt schnell, wie man es sich gedacht hatte, ging es nicht. Es dauerte noch eine Weile, bis alle so hypnotisiert oder so ermüdet waren, dass sie Ja und Amen sagten. Am 4. März 1789 wurde auf einem feierlichen Kongress die Verfassung proklamiert. Die 13 Staaten waren ein echter Staat geworden. Am gleichen Tage noch brachen die Kongressmitglieder zum ersten Mal die neue Verfassung. Sie nahmen dem Volk die lästige Bürde der Wahl eines Staatsoberhauptes ab und ernannten aus eigener schöner Machtvollkommenheit kurzerhand selbst den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. George Washington Unschuldig Wie ein neugeborenes Kind traten die USA ins Leben. Sie waren in so einzigartiger Lage wie nach dem Zweiten Weltkrieg die DDR. Die Deutschen der DDR haben bekanntlich nie das geringste mit Hitler zu tun gehabt. Sie haben keinen Juden je etwas angetan. Sie waren nicht in Stalingrad. Von Coventry haben sie nie etwas gehört. Die DDR war da noch gar nicht geboren. Sie ist an nichts schuld und niemand des Rechts Nachfolger. In dieser Lage waren die Amerikaner. Wer hatte die Indianermassaker auf dem Gewissen? Die Briten. Wer hatte die Schlachten geschlagen? Briten gegen Briten. Wer hatte die Hunderttausende von Sklaven herangeschleppt? Die Briten. Das alles war passiert, ehe es die Vereinigten Staaten von Amerika gegeben hatte. Das Banner der USA war ohne Flecken, wenn man von dem kleinen Verfassungsbruch absieht. Mit dieser Verfassung müssten wir uns nun eigentlich eingehend beschäftigen. Aber ich würde es lieber kurz machen. Wenn man Verfassungen so gründlich durchkaut, wie es Staatsrechtlern Freude macht, geht spätestens nach zehn Minuten das Sandmännchen um. Und das hat die amerikanische Verfassung nicht verdient. Sie ist nämlich gut. Wie brav sie ist, sieht man daran, dass sie bis heute gehalten hat. An der Spitze der USA steht für jeweils vier Jahre der Präsident, der zugleich Regierungschef ist. Er beruft seinen Stellvertreter, seine Minister, Secretaries of State, die Bundesrichter, Diplomaten und Leiter der Bundesämter. Er ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Einen Krieg zu erklären, ist jedoch nur der Kongress befugt. Der Kongress, das heißt die Gesamtheit der Volksvertretung, setzt sich aus zwei Häusern zusammen, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Sie haben keine Ähnlichkeit mit dem englischen Ober- und Unterhaus, sondern sind aus der Notwendigkeit entstanden, zunächst einmal alle 13 ursprünglichen Staaten gleichmäßig und ohne Ansehen ihre Größe zu berücksichtigen, durch je zwei Senatoren. Das Repräsentantenhaus schuf den Ausgleich für die volkreichen Gebiete, die Zahl der Abgeordneten wurde entsprechend der Bevölkerungszahl vergeben. Alle Vertreter werden vom Volk gewählt, die Senatoren alle sechs Jahre, die Repräsentanten alle zwei Jahre. Die Befugnisse von Senat und Repräsentanten Haus sind sorgfältig aufgeteilt, so dass das Machtverhältnis Senat Repräsentanten Haus Präsident möglichst ausbalanciert ist. Auch gegen den höchsten Beamten, den Präsidenten kann vorgegangen werden. Der Weg im Falle schwerster Pflichtverletzung oder Eidbruch ist dann, das Repräsentanten Haus klagt an, der Senat richtet. Hüter der Verfassung ist das oberste Bundesgericht. Es gibt eine Einrichtung, die uns Europäer leicht verwirrt. Die Wahl des Präsidenten durch die sogenannten Wahlmänner. Sie ist aus der Not geboren. Bei den riesigen Entfernungen in den USA, wo Maine von Georgia so weit entfernt ist wie Bonn von Moskau, schien es vernünftig, nicht einzeln die Ergebnisse jedes Wahlbezirks in die Hauptstadt einzusenden, sondern in jedem Staat Vertrauensmänner in allgemeiner und unmittelbarer Wahl zu bestimmen, die dann nach Washington auf die Reise geschickt wurden. Jedem der Staaten stehen so viele Wahlmänner zu, wie er Senatoren und Repräsentanten im Kongress hat. Heute im Zeitalter des Funks und des Computers ist das Prinzip natürlich überholt. Aber da der stolz der Amerikaner auf jede Tradition im umgekehrten Verhältnis zu deren Reichtum steht, halten sie an diesem Zopf fest. Leider ist es nicht nur ein schmückender Zopf, sondern das gefährliche schwache Glied in der Verfassung. Die Wahlmänner sind nicht in allen Staaten der USA gesetzlich verpflichtet, ihre Stimme dem Kandidaten zu geben, für den sie beauftragt wurden. Überdies ist der letzte Wahlgang geheim. Es kann also passieren, dass durch Manipulation oder Charakterschwäche von Wahlmännern ein nicht gemeinter Kandidat siegt. Ist es vorgekommen? Sie fragen mich zu viel. Wozu überhaupt das ganze Theater, wenn es alle Naselang geschieht, dass beim Tode eines Präsidenten nicht ein Neuer gewählt wird, sondern sein Stellvertreter ins Weiße Haus einzieht. War die Verfassung vielleicht doch nicht so gut? War Fultons erstes Dampfschiff vielleicht doch nicht so gut? Das ist die Antwort. Je nun, den Amerikanern gefiel Fultons Dampfboot damals großartig und die Geburt ihres Monsterstaates nicht minder. Na nun, ihnen gefiel es, dass ihre 13 Regierungen noch eine übergeordnete Huckepack aufgeladen bekamen? Vor Tische las man's anders, würde Schiller sagen. Das stimmt. Aber mit vollendeten Tatsachen zu leben, wandelt die Menschen. Was den Amerikanern jetzt ausgesprochen Spaß machte, war die Tatsache, dass jeder durch den Stimmzettel seines Glückes Schmied war. Mit einem Wort, dass jeder Einzelne mitregierte und das ohne jede Mühe. Ganz einfach so in dem er ein Kreuz machte. Wenn die Amerikaner nach Europa blickten, das alte Europa, mit seinen albernen Gottesgnaden Königreichen, so schwoll ihnen die Brust, das arme, geknechtete Europa. Amerika war die neue Zeit. Amerika besaß etwas, was sonst niemand besaß, die Demokratie, die Volksherrschaft. Hier war nun wirklich jeder seines Glückes Schmied. Wirklich? Es gibt zum Lobe und zur Verteidigung der Demokratie drei landläufige Antworten, die je nach dem Intelligenzgrad wie aus der Pistole geschossen kommen. Da ist zuerst die Antwort, die der französische Gelehrte und Philosoph des siebzehnten Jahrhunderts, Descartes, anbietet. Der gesunde Menschenverstand ist diejenige Sache in der Welt, die am besten verteilt ist. Dem widerspricht der Augenschein an allen Ecken und Enden. Descartes gibt zu, dass er einschränkend nur diejenigen meint, die unverbildet sind und ein gesundes Empfinden haben. Damit hebt er aber seine allgemeine Behauptung leider auf und macht sie wertlos. Denn dass Menschen mit gesundem Urteil ein gesundes Urteil haben, ist keine großartige Erkenntnis. Der große Philosoph des alten Griechenland Aristoteles hat dagegen in seiner Schrift Politik gesagt, da es für die Demokratie wesentlich ist, dass völlige Gleichberechtigung herrscht und da es hierbei allein auf die Zahl, die Quantität und nicht mehr auf die Qualität ankommt, ist die Folge, dass die Beschränkten und Unwissenden mehr Stimmen zusammenbringen als die Kritischen und Erfahreneren. Heute kommt noch die ungeheure Macht der Massenmedien hinzu, die durch Manipulieren von Nachrichten, ja allein schon durch geschicktes Präsentieren von photogenen Gesichtern die Masse des Volkes dirigieren können. Die zweite Antwort, die möglich und sehr beliebt ist, argumentiert so, jeder ist dort, wo der Wille des Volkes strikt verwirklicht wird, wenigstens seines eigenen Glückes schmied. Diese Antwort hat auf den flüchtigen Hörer noch nie ihre Wirkung verfehlt, in Wahrheit ist sie jämmerlich. Wenn der Wille von 51 Prozent Bürgern durchdringt, ist es für die übrigen 49 Prozent ein sehr schwacher Trost, dass sie auch mitstimmen durften. Ihr Wille, wie das Glück zu schmieden sei, wurde also nicht verwirklicht. Da man im Leben nicht zwei entgegengesetzte Meinungen gleichzeitig durchsetzen kann, steht die Demokratie wie jede andere Regierungsform vor der Notwendigkeit den Willen eines großen Teiles des Volkes einfach zu ignorieren. Die dritte Antwort nun ist die weitaus vorsichtigste. Alle Bedenken gegen Quantität über Qualität mögen zutreffen. Aber zwei Vorteile der Demokratie lassen sich nicht leugnen, nämlich, dass bei keiner anderen Regierungsform eine Opposition sich so furchtlos melden kann und ferner, dass das Volk als Ganzes weniger leichtfertig mit Menschenleben umspringt und weniger besessen handelt, als es einzelne Machthaber oder Gruppen tun. Ich glaube, den ersten Teil der Antwort können wir vom Tisch fegen, seit uns Demokratien vorgeführt haben, wie sie furchtlose Opponenten an die Wand stellen oder ins Irrenhaus stecken. Aber der zweite Teil, der, den sie wahrscheinlich benicken, ist weitaus interessanter. Im Jahre 399 vor unserer Zeitrechnung als Athen Demokratie war, wurde einer seiner größten Söhne vor ein Volksgericht gestellt und der Verderbung der Jugend angeklagt. Sokrates. Jedermann wusste, dass die Anklage in dieser Form nicht stimmte. Aber das Volk hatte Sokrates spöttische Moralpredigten und Wortverdrehungen einfach satt und war wütend. Sokrates hielt, schon im Bewusstsein, dass es vergeblich sein würde, eine Verteidigungsrede, die zu dem liebenswertesten gehört, was uns die Weltliteratur überliefert hat. Jedoch das Volk wollte nicht. Mit 30 Stimmen Mehrheit von 501 verurteilte es Sokrates zum Tode. Das ist eine sehr lehrreiche Geschichte. Keiner der geistig führenden Männer Athens hätte dieses Urteil gefällt. Keiner von ihnen wäre so intolerant, keiner so von Leidenschaften verhetzt gewesen. Jedoch Quantität ging vor Qualität. Die Mehrheit in einer Demokratie macht mit ihrem Beschluss nicht einen Vorschlag, sondern ein Diktat. Soll ich die Beispiele fortsetzen? Die Weltgeschichte bis auf den heutigen Tag ist voll von Dokumenten über das totale Versagen des Volksempfindens. Am 30. April 1789 trat George Washington sein Amt als erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an. Man hatte als vorläufigen Sitz New York gewählt. Washington von Süden kommend überquerte die Bay in einer Barke. Sie war mit rotem Samt ausgeschlagen, der als lange Schleppe noch auf dem Wasser nachschleifte. Es sah alles ein bisschen nach Lohen, Green und Bayreuth aus. Unter freiem Himmel leistete er vor einer großen Menge den Eid. Er dankte Gott, sonst niemanden. Und er reicht auch keinem die Hand. Nun konnte das Regieren also losgehen. Aber bis zum Ende des Jahres tat sich überhaupt nichts. Das entbehrt nicht der Komik. Neun Monate Untätigkeit einer frisch eingesetzten Regierung können nur zwei Gründe haben. Entweder sie ist hilflos und das Volk lebt auf eigene Faust, so gut es geht, oder sie hält vergeblich nach Arbeit Ausschau, wie ein neun niedergelassener Arzt nach Patienten. Fast traf das Zweite zu. Es galt niederigens einzugreifen. Die größeren Städte verwalteten sich selbst zu aller Zufriedenheit. Die Dorfe und Siedlungen kamen gut zur Rande. Die Farmen hatten keine Scherereien. Der Alltag sah aus wie immer. Die Schuster kloppten auf den Schuhen herum, die Schneider nähten braune und schwarze Bratenröcke, die Leutnants hämmerten den Soldaten preußischen Drill und stäubensche Taktik ein. Die Konturisten saßen auf ihren hohen Schemeln und kritzelten die Geschäftsbücher voll. Es herrschte auch Friede. Wie hätte ein neugeborenes, unschuldiges Land auch so etwas Böses wie Krieg im Sinne führen können? Da war zum Beispiel früher mal, zur Zeit der Briten, die Indianer Frage gewesen. Die gab es gar nicht mehr vor lauter Friedensliebe. Der Kongress beschloss und verkündete, jeder Indianerstamm, der den Interessen der Vereinigten Staaten freundlich gegenübersteht, soll die Möglichkeit haben, sich diesem Bund anzuschließen, einen Staat zu bilden und seine Vertreter in den Kongress zu schicken. Das ist doch nun wirklich nobel. Eine Angelegenheit gab es allerdings, die die Sonne etwas verdunkelte und ausgerechnet sie war die einzige, die Washington sich selbst auf den Schreibtisch schlägte. Die Schulden. Sie betrugen 14 Milliarden Dollar. Genau genommen ging diese beängstigende Schuldenflut Washington nichts an. Sie war Sache der einzelnen Staaten. Sie und nicht die Bundesregierung hatten sie gemacht. Man kann sich vorstellen, wie die amerikanischen Bürger aus allen Wolken fielen. Hundert Dinge hätte der Präsident an sich reißen können, um die Schulden musste er noch einen weiten Bogen machen. Die Amerikaner hielten den Atem an und warteten auf den Knall, mit dem die Seifenblase platzen würde. Washington berief als erstes vier Männer zu seinen Staatssekretären und übertrug ihnen die einzelnen Ressorts. Thomas Jefferson, der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, übernahm die Außenpolitik. Für das Heer und das Kriegswesen wurde General Knox verantwortlich. Seine rechte Hand Stäuben. Randolph, ein vornehmen Herr aus Virginia, übernahm die Justiz und das Amt des Generalstaatsanwalts. Nun fehlte noch der Schatzsekretär, der statt eines Schatzes den Schuldenberg vorfinden würde. Washington erinnerte sich jenes dynamischen Rechtsanwalts aus New York, der schon beim Verfassungskongress Unmögliches möglich gemacht hatte. Alexander Hamiltons. Hamilton nahm die Berufung ohne Zögern an. Er war zu diesem Zeitpunkt gerade 32 Jahre alt. Vielleicht lag's daran. Er krempelte die Ärmel hoch und legte los. Zunächst erhob er Steuern, die an den Bund abzuführen waren. Washington sah, dass sie maßvoll waren und die kleinen Leute nicht betrafen und unterschrieb. Das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es war ein wichtiger Versuchsballon für die Macht des Bundes. Dann kam der entscheidende Schachzug. Hamilton überredete eine Reihe von finanzstarken, sehr starken Männern, unter der Hoheit des Bundes eine Bank zu gründen, die er Staatsbank nannte. Sie sollte das alleinige Recht haben, eine neue Währung herauszugeben, die in allen 13 Staaten gesetzlich gültiges Zahlungsmittel und von der Bank garantiert werden sollte. Den finanzstarken, sehr starken Herren trat zwar der Angstschweiß auf die Stirn, aber je nun sie unterschrieben. Washington setzte seinen Namen unter das Gesetz. Amerika hatte die Inflation beendet und eine neue Währung. Der nächste Schachzug war schon in vollem Gange. Er bestand darin, dass die Bundesregierung herrenloses Land zum Staatsland erklärte und zu Schleuderpreisen verkloppte. Die Folgen überblickte Hamilton durchaus. Er nahm sie in Kauf. Und die Schreie der Empörung über die Spekulanten und Währungsgewinner ließ ihn kalt. Es eilte, er musste Parfors reiten. In Massachusetts allein wurden 9 Millionen morgen losgeschlagen. Herr Minister Knox sicherte sich anderthalb davon und zahlte 21 Cent pro Morgen. 4 Millionen kaufte der gut situierte Herr Macomb im Bereich von New York für je 8 Cent. Ein Sir William Pulteney und einige holländische Banken legten ihr gutes, hartes Geld in 15 Millionen morgen an. Auch Hamilton selbst beteiligte sich ein bisschen am Ontario-See. Ein Strom von Gold, Silber und Devisen floss in die Staatsbank. Hamiltons Rechnung war aufgegangen. Merken Sie sich, in den Vereinigten Staaten muss immer die Rechnung stimmen. Die Moral kommt später und von selbst. Eine böse Bemerkung. Ich werde Ihnen noch sagen, warum ich Sie so wichtig nehme. Hamilton hatte damals bewusst den Gedanken, das Geldwesen zum Fundament der Vereinigten Staaten und der Macht der Zentralregierung zu machen. Das war der Hebel, der ihm zur Verfügung stand und er setzte ihn an. Er war ihm adäquat, er war seines Geistes. Vom Geld her in Gang setzen, das ist seitdem tief verwurzelt im amerikanischen Menschen. Es ist der Stern von Bethlehem, der ihnen einst erschien und an den zu glauben, sie bis heute verdammt sind. Das Bankkonto ist der Adelsbrief Amerikas geworden. Ein schäbiger, aber ein Beweiskräftiger für einen Kalvinisten, denn Gott ist mit den Reichen. Ist er wirklich so schäbig? Haben diese Männer nicht den Staat gerettet? Haben sie nicht das Land als Dank und Ausweis dafür bekommen? Hat nicht auch Otto von Wittelsbach für Barbarossa dasselbe getan? Hat nicht auch er als Dank und Ausweis dafür das Land Bayern bekommen? Sollte das eine wie das andere keinen Schuss Pulver wert sein? Sie fragen mich? Der eine hat mit seinem Leben den König gerettet, ohne auf Dank zu warten, aus Treue. Der andere hat die Finanzen des Landes mit seinen Kröten saniert. Wer diesen Unterschied nicht begreift, ist eine Krämerseele. Ein Mann, der seine Stimme gegen diese zynische Etablierung eines Staates erhob, war Thomas Jefferson. Er erhob die Stimme leise, wie es seine Art war, aber schneidend. Eine schillernde Gestalt. Im Augenblick war er noch als Botschafter seines Landes in Paris. Ein teuer, aber salopp gekleideter Herr, ehemals, wie Sie sich erinnern werden, Advokat. Äußerst gebildeter Herr aus Virginia. Um von seinem Äußeren zu reden, groß, schmal, rothaarig, sommersprossig, mit leichter Aufwärtsnase und zu kurzer Oberlippe. Um von seinem Geistigen zu sprechen, idealistisch bis zur Schwärmerei. In der Theorie ein Bruder der Masse, in der Praxis ein reicher Aristokrat. Träge und arbeitswütig zugleich. Er schrieb gut, er musizierte gut, er war ein ausgesprochen begabter Architekt. Einige der schönsten Landschlösschen Virginiens sind von ihm entworfen. verliebt in die Menschenwürde und die Duldsamkeit, begeistert für Liberté, Égalité, Fraternité, blind für die Scheußlichkeiten der Französischen Revolution. Ein begnadeter Mann, ein unheilvoller Mann, ein kluger Kopf, ein Dummkopf. Wenn Sie können, machen Sie sich daraus ein Bild, schwer ist es nicht. Im kleineren Maßstab ist die Welt auch heute noch voll davon. Jefferson hasste Hamilton. Hamilton seinerseits gähnte, wenn Jefferson seine Gesänge anzustimmen begann. Der große alte Mann Washington saß dabei und hörte stumm zu. Wie die drei so dasaßen, ahnten sie nicht, dass sie die Urheber der politischen Parteien Amerikas werden würden. Hamilton und Washington der heutigen republikanischen, Jefferson der demokratischen. Politik in des Wortes suspekter demagogischer Bedeutung hatte es bisher nie gegeben. Richtig, aber nun ist der Staat da. Faust hat sich dem Pudel verschrieben, dessen Kern wir seit Goethe kennen. 1793 wurde George Washington zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt. Er war nun über sechzig, körperlich gealtert, geistig resignierte. Da waren immer noch die englisch besetzten Fours im Hinterland und da waren noch die ungeklärten lebenswichtigen Handelsfragen. Im Sommer 1794 schickte Washington seinen Vertrauten John Jay nach London, der auch tatsächlich mit einem Vertrag nach Hause kam. Die Vorbesatzungen zogen ab, aber von freier Schifffahrt freiem Seehandel war nicht die Rede. Der großen Mehrheit der Amerikaner war der Vertrag mitsamt John Jay egal. Aber die Städte und fast alle großen Städte waren Häfen. Die Städte mit ihren Unternehmern, Importeuren, Exporturen, Fabrikanten und Rädern wandten sich von Washington ab. Die Fours interessierten plötzlich nicht mehr, Washington war ein Trottel. Sick Transit Gloria. Washington war Schnuppe. Er trat sang- und klanglos ab. Was hinter ließ er? Eine gähnende Lehre. Der einfache Bürger konnte sich gar nicht vorstellen, dass es den alten nicht mehr gab. War Washington nicht Amerika? War er nicht der Vater des Vaterlandes? Blödsinn. Dieser Mann schrieb eine Zeitung und es war pikanterweise die seines Schwiegersohnes. Dieser Mann war die Quelle allen Missgeschicks unseres Landes. Wenn es jemals Augenblicke gab, sich zu freuen, dann jetzt. 1976 anlässlich der 200-Jahr-Feier zur Unabhängigkeit ehrte der amerikanische Kongress Washington, indem er ihn zum Sechs-Sterne-General ernannte. Wahrhaftig, sie wagten es. Ein Haufen von zivilen Ignoranten und gescheiterten Militärs hatte die Güte, Washington zu befördern. Fast ist mir der Presse Lümmel lieber, der jenen Zeitungsnachruf schrieb. Man könnte den neuen Präsidenten mit einem neuen Kapitel beginnen, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Aus der Wahl ging John Adams hervor, den schon Washington zu seinem Stellvertreter ernannt hatte. Es ist jener John Adams, der seit Beginn dabei gewesen war, sozusagen alter Kämpfer. Ein inzwischen ruhig und besonnen gewordener älterer Herr. Ein zeitgenössisches Porträt zeigt ihn, das weiße Haar in Locken gelegt, mit schmaler Nase und zu kurzer Oberlippe. Sie können ja schließlich nicht alle von Natur eine zu kurze Oberlippe gehabt haben. Der Verdacht liegt also nahe, dass ab sechzig die Zähne rar wurden. Aber sonst schien es ihm gut zu gehen. Er hatte Hängebacken und um seinen kleinen Mund spielte ein leicht ironischer Zug. John Adams war von Haus aus Jurist. Sie alle damals, die eine Rolle spielten, waren keine Männer hinter dem Mond. Adams war Gesandter in London gewesen und wird dort in der Gesellschaft gewiss eine gute Figur gemacht haben. Er war einst auch mutig gewesen. Er war es, der Gericht zu verteidigen gewagt hatte. Na und so weiter. Was ein anständiger Mann so tut, der keine Angst hat. Sie werden sich fragen, warum ich John Adams so eingehend beschreibe. Offengestanden, weil es sonst nur wenig zu berichten gibt. In den Geschichtsbüchern werden Sie zwar des Langen und Breiten über einen kleinen französisch- amerikanischen Krieg unter John Adams lesen können, ich das jedoch für alle Zeiten in die Geschichte einging. Er verlegte den Sitz des Präsidenten und der Bundesregierung von Philadelphia in ein kleines Nest. Dieses Nest war kein Dorf, es war sozusagen eine Stadt im Rohbau. George Washington hatte einst seine Liebe an diese Valhalla Stätte gehängt. Ihm hatte etwas von Ruhmes Halle, von Pantheon und römischer Klassik vorgeschwebt. Er hat auch Geld hineingesteckt und vor Jahren schon den Grundstein zu dem Kapitol gelegt. Inzwischen waren einige Prachtbauten fertig geworden und der Kongress beschloss mit diesem Umzug zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, einen sichtbaren neuen Anfang zu machen und zugleich ein Zugeständnis an den Süden, dem wie heute den Bayern die Saupreußen mit dem Nordstaatler Adams und dem nordstaatlerischen Philadelphia langsam reichten. Patjomkinsche Dorf nach seinem Gründer Washington. Inzwischen ist daraus der Nabel der Welt geworden. Damit verabschiedete sich John Adams, der zeitlebens geglaubt hatte, ein besserer Präsident gewesen zu sein als George Washington. Nun können wir mit gutem Gewissen ein neues Kapitel beginnen, denn Amerika begann es auch. Jefferson kam. Bitte legen Sie nun die dritte CD ein. CD Nummer 3 Zum ersten Mal erlebten die Amerikaner eine Präsidentenwahl mit dem ganzen Hader, den Lügen, den Propagandaparolen, die ideologischen Verteufelung und Verhetzung, die unausweichlich sind, wenn Parteien in der Institution Staat das Machtinstrument sehen, das sie in die Hand bekommen müssen. Da es das Wesen einer Ideologie ist, sich nicht am Leben auszurichten, ist der Staat das einzige Instrument, mithilfe dessen man das Leben nach der Ideologie ausrichten kann. Der Wahlradau ging nicht so sehr von den Föderalisten, nicht nach heutigem Sprachgebrauch Gegner Gegner der Bundesmacht, sondern gerade umgekehrt Anhänger aus, als vielmehr von der Gegenseite, die von Jefferson zu einer regelrechten Partei organisiert worden war. Im ersten Wahlgang schien John Adams aus. Nach Sage und Schreibe 35 Wahlgängen siegte endlich Jefferson. 1801 trat er sein Amt an. Natürlich geschah es auf typisch volksbeglückende Weise. Er benutzte nicht die Staatskutsche, sondern marschierte zu Fuß durch die dörflichen Straßen zum Kapitol. Nachdem er noch ein paar andere Mätzchen praktiziert hatte, wurde er ganz normal. Zur großen Enttäuschung seiner Parteigänger, die erwartet hatten, dass die Marseillais die neue Nationalhymne werden würde. Nachdem er sich seiner Kultur entsprechend im Weißen Haus aufs Beste eingerichtet hatte, ging er an die Arbeit. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass man ohne Macht nicht regieren kann, worauf er erst einmal sein Hauptprinzip Entmachtung des Bundes über Bord warf und ihm postwendend auch gleich ein anderes Ideal hinterher schmiss, dass er einst gegen Washington und Hamilton bis aus Blut verteidigt hatte, nämlich seine Überzeugung, dass der Bund nur so viel Handlungsfreiheit habe, wie sie die Verfassung ausdrücklich nenne. Washington hatte es anders gelesen. Die Bundesregierung habe alle Rechte, die ihr durch den Text der Verfassung nicht ausdrücklich genommen seien. Es trat ein Ereignis ein, für das er die neu interpretierte Handlungsfreiheit schleunigst in Anspruch nahm. Er erfuhr, dass Spanien seine Besitzungen nach Mississippi und in West Florida unter dem Druck Napoleons in einem Geheimvertrag an Frankreich abgetreten habe. Franzosen im Süden und Westen und Franzosen vielleicht bald in Kanada. Das krempelte auch die heißeste Liebe zur Marseillais in Jefferson um. Sollte die Welt vielleicht doch nicht so schön und der Mensch doch nicht so gut sein? Hier nun endlich wurde aus Saulus ein Paulus aus dem Jefferson beinahe ein Hamilton. Sein erster Gedanke war klassisch amerikanisch das muss mit Geld hinzukriegen sein. Jefferson trug die Sache immer schön mit leiser Stimme mit vielen Abschweifungen und geistreichen Sentenzen dem Kongress vor. Was er wollte war nichts weiter als bei Napoleon mal in aller Unschuld anzufragen. Das erlaubte man ihm. Es reiste ein Mann hinüber, der später selbst Präsident werden sollte, James Monroe. Jefferson gedachte, 50 Millionen Frauen locker machen zu können und schärfte Monroe ein, notfalls 40 Millionen allein für die Hafenstadt New Orleans zu bieten. Diese Stadt war im Stande, den ganzen Südwest Handel Amerikas lahmzulegen. Monroe, der sicherlich Tage und Nächte lang seine Rede repetiert hatte, denn er war kein Mann, der sich auf dem Parkett leicht zurecht fand, trat also vor den gefürchteten ersten Konsul Bonaparte. Seinem Ruf entsprechend schien Napoleon bereits genau informiert, auf dem Büro Plat lag die Landkarte der Vereinigten Staten. Die Audience war kurz. Monroe holte gerade Tiefluft, da war praktisch schon alles vorbei. Napoleon holte seine Pranke aus dem Westenausschnitt legte sie auf die Landkarte und sagte Einzelheiten interessieren mich nicht, alles oder nichts, 60 Millionen Franc, au revoir. Monroe blieb vor Glück sprachlos. Ein Adjutant führte ihn zur Tür, wie man einen verdatterten Vater hinaus begleitet, der soeben die Nachricht über die Geburt von Drillingen erhalten hat. Jefferson war begeistert. Jetzt musste also das Geld irgendwo her. Er wusste, dass er mit dem Kongress nicht rechnen konnte. Man kann Kaufleuten, Anwälten, Plantageherren nicht klar machen, warum sie 15 Millionen gute Dollar für Wüsten und Wildnisse zahlen sollten. Er musste also den Kongress vor die vollendete Tatsache stellen. Aber wie? Und hier nun tat Jefferson etwas Außerordentliches. Er brach die Verfassung, er unterschrieb den Staatsvertrag, ohne ermächtigt zu sein. Der nächste Schachzug, der seinen Stuhl retten musste, war ebenso gerissen wie simpel. Ehe die Öffentlichkeit erfuhr, was der Präsident getan hatte, legte Jefferson in Eile dem Senat als zuständigen Gremium den Vertrag unter der schlichten Bezeichnung Eines eines einfachen Handelsabkommens vor. Er habe doch bloß etwas gekauft, nicht wahr? Und das darf ein Präsident, nicht wahr? Immer schön mit leiser Stimme und vielen Abschweifungen paukte er das Handelsabkommen durch. Dann wischte er sich den schweißvollen Stirn. Was war eigentlich los? Wenn Sie einmal den Atlas aufschlagen, so wird Ihnen schlagartig klar werden, was geschehen war. USA, das bedeutete bisher einen Küstenstreifen von einigen hundert Kilometern Breite von Boston bis Florida. Ein Netz von Kapillaräderchen bildeten die Farmer und Sättler, die nach Westen eingesickert waren. Der riesige Kontinent war im atlantischen Osten nicht mehr als angekratzt. Faktisch bedeckten die Vereinigten Staaten eine Fläche wie Frankreich. Napoleon verzehnfachte das französische Imperium um den Preis von Hunderttausenden von Toten und um den Preis der völligen Verarmung Europas. Jefferson verzehnfachte die Vereinigten Staaten ebenfalls. Ohne einen Toten. Napoleons Reich brach zusammen, Jeffersons Reich hielt. Es reichte nun anerkannt vom Atlantik fast bis zu den Rocky Mountains, vom Golf von Mexiko bis zu den Quellen des Mississippi am oberen See. Aus dem ungehorsamen Sohn Englands mit seinem Streifchen Küste war ein Koloss von fast zwei Millionen Quadratkilometern geworden. Aber ein Lehrer Koloss Ja, noch ein Lehrer Koloss Doch in hundert Jahren würde er gefüllt und das Arkadien der weißen Menschen sein. Jefferson hatte schon immer von diesem Arkadien geträumt. Vorher würde man sich noch mit den Indianern auseinandersetzen müssen. In melancholischen Stunden ahnte er, wie dieses Auseinandersetzen nur aussehen konnte. Nun, es würde ihn nicht mehr treffen. Er war jetzt über sechzig Jahre alt. Sollten es andere tun. Als Jefferson 1805 zum zweiten Mal gewählt wurde, hatte sein Schatzsekretär Gallatin die ganze Schuld von 15 Millionen Dollar bereits abgetragen. Durch New Orleans blühte der Handel mit Mexiko auf, durch Spekulationsverkäufe und Zölle schwoll die Kasse an, lauter Maßnahme, die Jefferson an Hamilton so verabscheut hatte. Der Herr der Zukunft ist, wer sich wandeln kann, nicht wahr? Hatte er sich eigentlich gewandelt? Nicht freiwillig und nicht durch eigenes Reifen, gewiß nicht. Das Leben hat ihm die Flausen ausgetrieben, das war's. In Frankreich wäre aus ihm ein Mittelding zwischen Graf Mirabeau und Danton geworden. Vor 20 Jahren hatte er einmal gesagt, jede Generation sollte ihre Revolution erleben. Er konnte dem Schicksal dankbar sein, dass er keine Revolution zu erleben brauchte. Jede hätte ihn innerlich zerbrochen, denn er war darin ein Kind, das bei der Zerstörung seiner Puppe bitterlich weint. So, wie nun alles gekommen war, konnte er mit sich und der Welt in Frieden sein Amt 1809 in die Hände des nächsten Präsidenten legen. War er ein großer Mann? Weiß der Teufel wie das Schicksal das fertig gebracht hat? Ja, er war ein großer Mann und er wäre in den Gehirnen der Heldensammler ein noch viel größerer. Er wäre ein Napoleon, wenn er damals statt mit 15 Millionen Dollar mit 100.000 Gefallenen bezahlt hätte. Sie glauben es nicht? Ich glaube es. Der nächste Präsident sah ganz so aus, als würde er eine Verschnaufpause werden, in der wir uns einmal im Alltag der Amerikaner ein bisschen in Ruhe umsehen könnten. James Madison, zu dessen Unsterblichkeit am meisten der Madison Square Garden mit Jack Dempsey, Max Schmelin und Cassius Clay beigetragen hat, war 58 Jahre alt, als er vierter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde. Als junger Mann war er bei der Unabhängigkeitsbewegung dabei gewesen, dann bei der Verfassungsgebung Virginias und schließlich als Staatssekretär unter Jefferson. Ein offenbar kluger Mann. Sonst wäre seine Laufbahn nicht zu erklären, denn Ellbogen hatte er nicht. Er war klein, unscheinbar und schüchtern. Der richtige Mann, um vom Kongress überspielt zu werden. Der Kongress war es auch, der ihn 1812 nach drei ruhigen Jährchen in ein lächerliches Abenteuer stürzte. Also aus unserer Pause wird leider nichts. Wie es begann, ist heute fast unverständlich. England beschränkte immer noch den Überseehandel, zugegeben. Aber die USA waren bisher nicht daran gestorben. Der Kontinent war im Norden, in Kanada noch englisch, zugegeben. Aber sich das wegzuwünschen waren nicht nur Träume, sondern auch sehr kriegerische Träume. Die Wahrheit ist, dass die USA sich an die berauschenden Erfolge Napoleons anhängen wollten. Zu diesem Zeitpunkt gehörte dem Usopator bereits das ganze europäische Festland und er war auf dem Marsch nach Moskau. Sein nächstes Ziel würde dann wohl England sein. Da musste man sich rechtzeitig an seine Rockschöße hängen. Madison wurde eine lange Liste angeblich von England gekaperter Schiffe vorgelegt, die gefälscht war, so sicher wie das Abend in der Kirche. Ein Teil der Abgeordneten lachte ganz offen. Madison lachte nicht, ihm war unheimlich zumute. Er konnte nichts gegen die Warhawks, die Kriegsfalten ausrichten, von denen der Kongress voll war. Um einem eventuellen Irrtum vorzubeugen, muss ich hinzufügen, dass die Warhawks nicht Rechte, sondern Linke waren. Die Demokraten, wie sie sich jetzt nannten, beherrschten das Repräsentantenhaus. Unglaublich, aber wahr. Amerika erklärte England den Krieg. Im selben Moment, als Napoleon in Russland besiegt war, fühlte England sich frei und warf seine Truppen nach Amerika hinüber. Es hätte eine Katastrophe werden können. Während einige amerikanische Regimente eine ihrer dümmlichen Invasion nach Kanada versuchten, landeten die Briten in der Portemec Bucht, stimmten auf Washington los und brannten es nieder. Die Warhawks sind, wie ich ihnen versichern kann, nicht mit verkohlt. Der Ausgang des Abenteuers wäre übel gewesen, wenn nicht das Schicksal beschlossen hätte, dem lächerlichen Anfang des Krieges ein ebenso lächerliches Ende daran zu setzen. Der Zar überredete auf dem Wiener Kongress England mit den USA Frieden zu schließen. Nach einem Motto, das nach Siegen über Diktatoren sich mehr und mehr Beliebtheit erfreut. Friede, Friede. Der Bösewicht ist weg und wir Übrigen sind gut und die Welt ist schön. Am Heiligabend 1814 wurde in Ghent der Friede geschlossen. Selbstverständlich nannte er sich Ewiger Friede. Das haben Frieden so an sich. Die nächsten Jahre brachte das amerikanische Löwenbaby damit zu, seine Wunden zu lecken und Washington wieder aufzubauen. 1817 übergab Madison nach zweimaliger Amtszeit seinen Stuhl einem alten Bekannten von uns, James Monroe. Er regierte der letzte der virginischen Linie bis 1825. Später nannte man diese Zeit »The Era of Good Feeling«, die glücklichen Jahre. Das waren die Jahre, als Beethoven seine neunte Sinfonie komponierte, als Goethe die Marienbader Elegie erlebte, als Kaspar David Friedrich den Mondaufgang über dem Meer malte, als Champollion das Geheimnis der Hieroglyphen entzifferte, als durch Berlin der erste Pferde Omnibus fuhr und die Linden zum ersten Mal im Gas Licht erstrahlten. Das hört sich auch nach Good Feeling an, nicht wahr? Es Es glückliche Jahre, naja, sagen wir ziemlich glückliche. Wie kommt das? Es kommt, wenn nichts weltgeschichtlich heroisches geschieht. Das sind jene Atempausen, in denen die Nemesis ein Nickerchen macht. Auch Völker müssen sich einmal die Hausjoppe anziehen und unter die Leselampe setzen, während auf dem Kachelofen die Bratäpfel schmoren. Ein bisschen ist es vielleicht hausbacken und spießig, aber nur ein bisschen. Nur Schwächlinge wollen dauernd Helden sein. Renan nannte diese Jahre auch für Frankreich die glücklichsten. Es ist der siebente Tag, der Sonntag, an dem alles geschlossen ist. Im Atemholen, hat Goethe einmal gesagt, sind zweierlei Gnaden, die Luft einziehen, sich ihrer entladen, jenes bedrängt, dieses erfrischt, so wunderbar ist das Leben gemischt. Das Furchtbare ist, dass sie Amerikaner, solange sie existieren, immer nur inhaliert haben. Im alten Europa begann damals die Windstille der Biedermeier-Zeit. Die Uhren rasten nicht mehr, die Zeit flog nicht mehr. Man entdeckte die kleinen Freuden wieder, die Pelergonien auf dem Fensterbrett, die lange Tabakspfeife, den Sonntagskuchen, den Mond über den Dächern, die Rehe am dunklen Waldrand. Man fühlte wieder, dass der Höhenflug eine Sache des Gemütes und nicht der Fäuste ist. Ist das Glück? Das ist ganz gewiss jenes Glück, das Gott gemeint hat. Gloire kommt aus dem Lärm, Glanz aus der Stille, auch das wirklich bewusste Leben. Je älter ich werde, desto sicherer weiß ich, dass man nur in den wenigen Stunden, in denen man von der Freude zu leben, wie von einem Blitz getroffen wird, wirklich lebt. Wie viele sind das? Ich glaube, dass ein Rotkehlchen länger lebt als wir. Für Amerika, das immer ruhelos war, bedeutete Good Feeling etwas anderes. Es hatte ein Ferien- vom Staat- Gefühl und konnte nun wieder ungestört Pläne schmieden. Alle Amerikaner dachten Tag und Nacht an die Zukunft. Alle standen unter dem Starkstrom der Erwartung. New York war nun schon eine große Stadt und man sah es ihr an. Vom Harzen Fluss aus konnte man sehen, wie lang es sich hin zog. Es füllte schon fast die Manhattan Insel bis zum Harlem River. Im Hafen lagen die Atlantiksegler, die den Reichtum brachten. Aber auch von Norden aus dem Binnenland kamen Schiffe an, Lastkähne voll Salz, Korn, Kohle und Holz, denn soeben war der Eri-Kanal fertig geworden, der die großen Seen mit dem Harzen verbannt. Ein schmaler Kanal, doch ein stolzes Werk. Treidelpferde zogen die Schiffe zwischen den Feldern und Wäldern und durch Schleusen über 600 Kilometer. Boston wirkte da direkt etwas zurückgeblieben. Das kommt davon, wenn man zu konservativ ist. Auch mit Philadelphia und Richmond war es noch nicht weit her, und Washington sah mehr wie ein Ausstellungsgelände aus als eine gewachsene Stadt. Natürlich, die Prachtbauten waren eine Reise wert. Das Kapitol konnte sich mit der St. Paul's Cathedral von London messen. Eine Sitzung im Repräsentantenhaus zu erleben war unvergesslich, wenn auch die hartgesottenen Hinterwäldler nie ganz den Verdacht los wurden, dass die Burschen im Grunde alle Tageliebe waren. Aber das Schauspiel war schon überwältigend. Der Saal mit der gewaltigen Kuppeldecke und die Reihen der Marmorsäulen hatten wohl nur noch im Pantheon des antiken Rom ihresgleichen. So sah es in den Städten an der Küste aus. Vor Kurzem konnte man noch sagen, der Rest ist schweigen. Auch das stimmte längst nicht mehr. In den kleinen Städtchen landeinwärts saßen auch die Ärmeren fast alle auf ihrem eigenen Fleck Erde und in ihrem eigenen Häuschen. Und hier faßten auch die Neueinwanderer schnell Fuß. Man fühlte sich gesichert und stark. Pioniere hatten diese Hunderte von bescheidenen Orten gegründet und als Pionier fühlte man sich immer noch. Man besaß ein Drugstore oder eine Bäckerei oder ein Tuchgeschäft oder eine Pferdeausspannung oder man war sogar Advokat oder Arzt. Oder man arbeitete im Dienste der Gemeinde. Man war Stadtschreiber oder Sheriff. Und die Söhne von diesem und jenen, dessen Sinn nach Hohem stand, studierten vielleicht in Howard oder Yale. Mr. Howard und Mr. Yale hatten sie einst als eine Art Fachschulen geschliftet. Aber jetzt waren es Universitäten, die für das Land die Wissenschaftler und Gelehrten schon in eigener Produktion auswarfen. Wenn die Söhne in Ferien nach Hause kamen, die Reise dauerte tagelang, dann sah das Städtchen in ihnen neidlos die künftigen großen Männer. Vorausgesetzt allerdings, sie zogen die alte Kluft an, griffen mal schnell zu Nagel und Hammer oder halfen die Pferde ausspann. Und sonntags gab es Truthahnbraten. Man saß in der geschonten guten Stube auf dem Tisch noch das blüten weiße Leinen und zum Abschluss des köstlichen Mahls gab es Plumpudding, jenes Monstrum zwischen Paste und Kuchen, wie es Präsident Monroe, der Glückliche, jeden Tag essen durfte. Auch hier also sieht das Good Feeling idyllisch aus. Es täuscht. In Wahrheit waren alle diese Menschen voll von Tatendurst. Auch hier tänzelten alle nur auf der Stelle, wie Rennpferde, die nicht zu lange im Stall stehen dürfen. Im Norden blieben diese kleinen Orte noch eine Weile so. Im Mittelteil und im Süden trat eines Tages eine Umwälzung ein. Ein Startschuss fiel. Der Starter war ein junger Mann namens Ailey Whitney. Er besuchte nach einem Studium in Yale eine freundliche ältere Bekannte auf ihrer Baumwoll Plantage in Georgia. Dort bei der alten Dame hörte er von der Mühsal der Baumwoll Aufbereitung. Das Schlimme war das Entkernen. Es ruinierte die Finger. Ein Sklave schaffte, wenn er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeitete, ein Pfund Baumwolle. Es lag an der einheimischen harten Pflanzensorte. Ailey grübelte ein paar Nächte darüber nach, dann ging er in die Werkstatt der Farm und begann zu basteln. Als er aus dem Schuppen herauskam, hatte er die Baumwoll Entkernungsmaschine erfunden. Er brachte das erste Exemplar, einen nicht besonders großen simplen Holzkasten mit Kurbel, gleich unter dem Arm mit. Anschließend führte er ihn vor. Er leistete etwa so viel wie ein Dutzend Arbeiter in der gleichen Zeit. Man hat nicht gehört, dass Whitney reich wurde. Das wurden andere, viele und sehr, sehr reich. Die Maschine arbeitete bald so schnell, dass die Pflöker kaum nachkamen. Die Farmer begannen Land hinzuzukaufen, denn Baumwolle erschöpft den Boden schnell. Bald hatten die Plantagen den Gürtel der kleinen Städte erreicht und okkupiert. Das Leben krempelte sich um, Neger zogen ein, die einheimischen jungen Männer wechselten die Berufe, gutes schnelles Geld lockte, Geschäfte vergrößerten sich, neue Schossen aus der Erde. Aus den Pflanzern wurden Großunternehmer. Vor kurzem hatte die Baumwoll Ausfuhr noch 2000 Zentner betragen, jetzt betrug sie 300.000. Hören Sie, wie die Kasse klingelt? Aus dem weiten Vorland der alten Staaten wurden neue selbstständige Mitglieder des Bundes. Es entstand Kentucky, es entstanden Tennessee, Alabama, Ohio, Illinois, Louisiana, Indiana und Mississippi. Alle fünf oder zehn Jahre prangte ein neuer Stern im Sternenbanner. Es ging mit Riesenschritten vorwärts, es war aufregend very good feeling. Die alten Leute, die das alles erkämpft hatten, wurden ein bisschen überrollt. Aber wo werden sie das nicht? Alles drängte jetzt nach Westen. Die Unternehmer schoben automatisch die Welle der Pioniere und Siedler vor sich her. Es gab sehr viele Leute, die sich in alten Orten nicht mehr wohl fühlten. Sie vermissten das einfache Leben, in dem man sich ebenso einfach zurecht finden konnte. Sie beschlossen, Haus und Hof zu Geld zu machen und aufs Neue aufzubrechen. Auch für die Scharen von europäischen Einwanderern, die jährlich zu Tausenden hereinströmten, war der Zug nach Westen die beste Lösung. Unter Monroe kamen besonders Hessen, Pfälzer und Badener, die nach den Napoleonischen Kriegen schlimme Hungerjahre durchlitten hatten, in das Land, in dem angeblich Milch und Honig floss. Emerson, Dichter und Unitarier Prediger schrieb über sie, die Deutschen sind für Amerika nur dazu da, um den Boden zu düngen. Sie kommen herüber, bestellen Land und legen sich dann hin, um selbst ein Stückchen grünen Rasens zu werden. Das ist ihre Kulturaufgabe für Amerika. Stellen Sie sich einen ähnlichen Ausspruch aus dem Munde Bismarcks vor. Sie verstanden oft kein Wort Englisch. New York konnte leicht mutlos machen, jedoch ein paar hundert Kilometer weiter kehrte die Zuversicht zurück. Man war in Pennsylvania, wo man wieder die ersten deutschen Laute hörte. Das war, als wäre man erwartet worden. Das gab ein gutes Gefühl. Sie waren auch wirklich erwartet worden. An den Mauern klebte ein Anschlag, der uns erhalten ist in deutscher Sprache. Für westliche Einwanderer. Jovaland im Tale des Eine Million Acker zu verkaufen gegen Kredit von der Des Moines Navigations Company. Ein endloser Zug von Reitern und Planwagen wälzte sich gen Westen. Fast alle Namen die neu erbaute Nationalstraße von Portomec nach Wheeling am Ohio. Dann begann der Weg ins Ungewisse. Zehn Jahre vorher wäre es noch für viele der Weg in den Tod gewesen. Sie wären direkt in die Pfeile und Tomahaks der Es waren die Jahre des Tecumsee Aufstandes. Nun war alles vorüber. Der große Treck ging nicht mehr auf Leben und Tod. Ich fürchte, dass der Name Tecumsee keine Erinnerung in ihnen weckt. Er war der Kriegshäuptling der Shawnee aus South Carolina. Der Weidegründe beraubt, der Büffelherden beraubt, waren die Shawnee nordwestwärts gewandert, immer weiter gehetzt, immer in Sorge um die Nahrung, immer auf der Flucht vor den Gewehren der Weisen. Jetzt unter Tecumsee waren sie am oberen Ohio angelangt. Tausend Kilometer zurück lag ihre alte Heimat. Es genügte nicht, die Weisen kamen nach. Sie konnten das Land zwar gar nicht füllen, aber sie wollten es haben. Wem gehörte es. Später hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten einmal das Urteil gesprochen, dass ein Indianer durch Abstammung und von Geburt fremdrassig ist und grundsätzlich kein Staatsangehöriger der USA sein kann. Die Siedler zogen mit der Kaufurkunde in der Tasche hinter den Shawnee her. Der Gouverneur des Indianer Territoriums, der berüchtigte William Harrison, hatte auf eigene Rechnung riesige Ländereien von den Indianern gekauft. Bitte stören Sie sich nicht daran, dass die Indianer angeblich keine Besitzrechte hatten. Er tat das auf einfache Weise. Er lud Stammes Älteste ein, machte sie betrunken und ließ sie für eine Flasche Schnaps den Kaufvertrag für nun sagen wir zehn Quadratkilometer Land unterzeichnen. Die alten verfielen in Liturgie, die Jungen tranken. Der weiße Pedler, der Hausierer mit seinem Planwagen und seinem abgetriebenen Klepper streifte durch die Indianerdörfer unter den Ballen von Baumwolldecken und Tabak heimlich die Whiskyfässer. So war die Lage, als Tekumsee sich entschloss, den Kampf aufzunehmen. Was für ein Entschluss war das? Das Gewehr zu nehmen, seine Krieger Pfeil und Bogen angreifen zu lassen? Aufzubrechen? Wohin? Gegen wen? Zu viele Feinde, zu viele. Tekumsee hätte schon die Einigung der Stämme nicht geschafft, ohne seinen Bruder, der eine geradezu hypnotische Redegabe besessen haben soll. Wie lang der Weg war von der ersten Rede bis zum Laden der ersten Kugel? Wer kann das nachfühlen? Ein Weg voller Kreuzstationen. Hörten die Weißen schon das Knistern? Sie mussten es hören, denn die Paddlers wurden zum ersten Mal verjagt, die Pelz Handel Stationen verödeten, kein Indianer kam mehr mit Fällen, jeder Handel hörte auf. Die Amerikaner wurden nervös. Auch Registrierkassen haben Nerven. Es genügte. Gouverneur Harrison erschien eines Tages plötzlich vor dem Dorf der Shawnee und über vieles. Die Brüder Tekumsee waren nicht unter den Toten. Als Harrison Erfolgsmeldung nach Washington machte, nannte man ihn den Helden von Tipikenu. Das Maß war voll. Tekumsee rief die Krieger der Nachbarstämme zusammen, es werden tausend oder zweitausend gewesen sein. Während sein Bruder, der Prophet, mit Engelszungen redete und die Krieger beschwor, einig zu sein und an ein glückliches Ende zu glauben, befielen Tekumsee wieder Zweifel. Er fürchtete nicht den Tod, er fürchtete, Fehler zu machen, die das Ende bedeuten würden. Er rang sich dazu durch, sich den kanadischen Engländern zu offenbaren. Er bat um Hilfe, er beschwor sie. Die Briten sagten tatsächlich zu. Die beiden Verbündeten vereinigten sich am Ufer des Ontario-Sees. Die Spione meldeten es dem Gouverneur. Gouverneur General Harrison rückte mit starkem Heer vor. Tekumsee nahm die Schlacht an. Es sah gut aus. Und dann kam das Verhängnis. Der Prophet, der eine Abteilung führte, setzte sich in blindwütigem Hass gegen die Weißen über einen Befehl seines Bruders hinweg, griff zu früh an und verriet dadurch die ganze Strategie der Umklammerung. Gott war mit den Amerikanern. Unter den Toten lag auch Tekum See. Irgendein Verrückter nannte später eine Stadt in Nebraska nach ihm. So war das damals gewesen. Seitdem herrschte Friedhofsruhe. Die großen Tracks brauchten nicht mehr viel zu fürchten. Wirklich glückliche Jahre. Wenn die Amerikaner unter das Soll und Haben dieser Zeit die Buchhalternase setzten, ging die Rechnung zufriedenstellend auf. Auch ganz Florida gehörte nun ihnen. Monroe hatte die spanische Enklave beinahe gütlich von Spanien für fünf Millionen Dollar gekauft. Ehe James Monroe sich 1825 verabschiedete, verfasste er noch eine Proklamation. Diese Proklamation, die später unter dem Namen Monroe-Doktrin berühmt wurde, galt den Amerikanern bis zum 20. Jahrhundert als Stein der Weisen. Danach galt sie als Blödsinn. Sie besagt in kurzen Worten, die Vereinigten Staaten von Amerika, mögen es sich zum Grundsatz machen, keiner fremden Nation eine Einmischung in ihre Angelegenheiten zu gestatten und sich auch selbst niemals in die Angelegenheiten einer anderen Nation einzumischen. Damit nahm Monroe seinen Hut und ging. Mit ihm die glücklichen Jahre. Sein Nachfolger, von dem alle wussten, dass er nur eine Interimsfigur war, wurde Quincy Adams. Leben in die Bude brachte erst wieder der Nächste. Wenn sie ihn kennengelernt haben, werden sie meinen saloppen Ausdruck verstehen und milde finden. Mit großer Mehrheit und unter dem Jubel der Hinterwäldler wurde 1829 Andrew Jackson zum Präsidenten gewählt. Mit ihm zog zum ersten Mal ein einfacher Mann aus dem Volke, ein Mann mit dem Blockhütten Geruch ins Weiße Haus. Wenn sie den Verdacht haben, ich möchte ihn am liebsten einen Proleten nennen, so haben sie recht. Alle, die seines Geistes waren, nannten ihn Alt Hickory. Sie sahen in ihm also vor allem den knorrigen Kerl, was sie offenbar für besonders geeignet zu einem Präsidenten hielten. Er hatte noch einen zweiten Beinamen, Indianertöter. Seine Eltern waren aus Irland eingewandert. Mit 15 Jahren wurde Jackson weise. Er schlug sich in Tennessee, das damals einen finsteren Ruf hatte, mit großem Mut durchs Leben, nahm mit 16 Jahren eine Lehrstelle an, er selbst war halber Analphabet, Drei Jahre später trat er in ein Anwaltsbüro als Irgendwas ein und nannte sich Jurist und mit 21 wählten ihn die Polypheme von Tennessee zum Staatsanwalt. Bald zog er in den Kongress ein, sprang dort zum Gouverneur über, wurde auch General und kehrte als Alt Hickory und Indianertöter hochbeliebt heim. Zuhause angekommen widmete er sich hauptsächlich drei Beschäftigungen. Er betrieb einen Drugstore mit Tabak und Pökelfleisch als Spezialität, ferner betrieb er einen ausgedehnten Handel mit Sklaven und drittens betrieb er und dies am intensivsten den Rufmord an Präsident Quincy Adams. Er hatte schon vier Jahre zuvor Präsident werden wollen. Warum auch nicht? Adams und die bornierten Eierköpfe aus dem Norden hatten ihm das vermasselt. Nun war es soweit. Er war Präsident des Landes der zu Fuß wie einst Jefferson begab er sich zum Kapitol. Der kleine Unterschied bestand darin, daß Jefferson als einsamer Johnny Walker dahergekommen war, während Jackson die Spitze eines langen Zuges von Fans bildete. Es herrschte schlechtes Wetter, er und das Kapitol wurden gleichermaßen schmutzig, aber was ficht das einen Old Hickory an? Anschließend an seine Vereidigung gab ihr ein großes Gelage für alle raufte sich an den Buffets, betrank sich anschließend mit Punsch, zertepperte das Porzellan und bepflasterte die Teppiche mit Kautaback. Wollen Sie wissen, wie Jackson aussah? We old Wabble in Karl Mies Schuh hemd. Lang, dünn, etwas verkrampft forsch, in seinem Körper steckten immer noch mehrere Kugeln, wallendes graues Haar à la Franz List. Das Gesicht, tja, was für ein Gesicht war das? Auf einem Gemälde, das mir vorliegt, sieht er aus wie ein verbitterter, von allen Gesellen gefürchteter Handwerksinnungsmeister. Jackson gilt als Erfinder des sogenannten Beutesystems. Das Wort sollte ausdrücken und drückt auch plastisch aus, dass der Staatsapparat mit allen Posten eine Beute des jeweiligen Präsidenten und seiner Parteigänger wurde. Quincy Adams hatte Fachleute in alle Schlüsselpositionen berufen oder die alten Beamten belassen. Andrew Jackson warf sofort jeden hinaus, der nicht zuvor für ihn gewesen war. Er machte Tabula Rasa. So knorrig war Old Hickory. In den acht Jahren seiner Präsidentschaft hat Jackson ununterbrochen im Topf gerührt und Unruhe gestiftet. Wozu die ewige Verunsicherung und Unruhe? Falls Sie sich diese Frage stellen, muss ich sie ernstlich ermahnen. Es ist ein Ideologe am Werk. Und ich sagte Ihnen bereits, dass Ideologen sich nie am Leben, auch nicht an einem paradiesischen ausrichten, sondern stets das Leben an der Ideologie. Darum werden sie niemals fertig, bevor wir als Ruinen oder als Ameisen stattenden. Old Hickory hatte viele Ideen, alle waren sehr idealistisch, sehr edel. Zum Beispiel hasste er die Macht des Geldes. Er ging also frohen Mutes daran, die Macht des Geldes zu zerschlagen. Und er wollte den wilden Spekulanten den Hals umdrehen. Dies natürlich nicht wörtlich, sie waren ja keine Indianer. Sein erstes Opfer war die Bundesbank. Sie war zwar eine halb private Gründung, aber ihre außerordentlichen Privilegien hatte sie vom Bund erhalten, und zwar nicht für alle Ewigkeit. Der Bundesstatus musste periodisch erneuert werden. Die Bundesbank war eine Macht. Sie garantierte die harte Währung, sie war ein Pfeiler, auf dem die USA ruten. Die Bank ging allerdings auch oft selbstherrlich mit ihrer Macht um. Sie vergab Kredite, die manchmal einer Begünstigung gleichkamen. Diese Willkürakte der Bank waren natürlich nicht der wahre Grund für Jacksons Eingreifen. Der wahre Grund war, er wollte das Symbol treffen, das goldene Kalbstürzen. Bei der Prolongierung des Bundesstatus der Bank legte er sein Veto ein und verbot alle künftigen Zahlungen in die Kasse der Bundesbank. Die Gelder flossen jetzt in die Banken der einzelnen Staaten. Das goldene Kalb blökte und wackelte, der Dollar fiel, der Überseehandel kam in Stocken, der ganze Osten erschrak. Das Politariat in den Städten von seiner Presse liebevoll über die bösen Banken aufgeklärt und die Siedler im Westen jubelten. War Hickory, ein wahrer Vater der Armen, Vater holte zum zweiten Schlag aus und der traf die Vereinigten Staaten nun wirklich ins Mark. Er brachte ein Gesetz durch, dass alle öffentlichen Verkäufe und alle Kredite nur noch auf Hartgeld Basis erfolgen durften. Jetzt ging es also den spekulierenden Banken an den Kragen. Die Wirkung war grandios. Nur Narren wissen nicht, dass die Wirtschaft von indirekten Krediten, von Stundungen, von Garantien, vom Gutsagen lebt und nicht von Ruckzuck Geschäften. 1836 waren 600 Banken zusammengekracht. Fabriken bankrott, Zehntausende von Arbeitern arbeitslos. Firmen, die einen Wert von einer Million Dollar gehabt hatten, konnte man nun für 20.000 Bar in fünf Minuten kaufen. Wer? Wer hatte 20.000 harte Dollars in der Truhe? Die lebensgefährliche Wirtschaftskrise dauerte sieben Jahre. Ja, was Old Hickory machte, machte er ganz, der alte Haudegen. Sagte ich schon, dass er auch Bigamist war? Er wurde 78 Jahre alt, mit mehreren Beinbrüchen, mit Kugeln im Leib, mit Verkalkung, mit Rheumatismus und offener Tuberkulose. Was dem lieben Gott manchmal gefällt, da kann man nur staunen. Ich muss Ihnen gestehen, dass mein Bedarf an bedeutenden Präsidenten wieder für eine Weile gedeckt ist. Die Geschichte tut mir den Gefallen. Die Nächsten sind ohne große Bedeutung. Wir können sie da liegen lassen, wo sie liegen, in der Vergessenheit. Das heißt natürlich nicht, dass nichts los war. Das gibt es nicht bei der amerikanischen Mentalität. Bloß keine Ruhe, bloß kein Stillstand, Bewegung, Taten, Unruhe ist der Gutschein für Glück. 1848 wurde im Sacramento-Fluss Gold gefunden. Der Goldrausch kam wie ein Fieber über Amerika. In fünf Jahren wurde Gold für 80 Millionen Dollar geschürft. Welch Segen Gottes. Gold vermag ja alles. Alles. 1846 kauften die USA von England Oregon das Gebiet an der kanadischen Grenze hoch im Nordwesten. Damit erreichten sie endlich den stillen Ozean. 1848 kam nach einem vom Zaun gebrochenen Krieg mit Mexiko Texas zur Union. Damit Mexiko nicht weinte und auch Gott zufrieden war, zahlten die Vereinigten Staaten 15 Millionen Dollar. Gold stillt Blut besser als Hansaplast. Gleich sprangen noch andere Gebiete in das Boot USA, in das Boot der Erfolgreichen, in das Glücksboot. Die ursprünglich spanisch kolonisierten Kalifornier, New Mexico, Arizona, dann Nevada, Utah und einige Landstriche von Colorado und Wyoming. Alle freiwillig. Die Vereinigten Staaten reichten nun von einem Ozean zum anderen. Jeder Amerikaner, auch wenn er nichts damit anzufangen wusste, wuchs innerlich um zehn Zentimeter. Es war die Geburtsstunde des amerikanischen Größenwahns. 1854 verfasste Amerika eine Erklärung, in der es hieß, die USA benötigten für ihre Sicherheit Kuba und sie hätten das göttliche Recht, Kuba den Spaniern zu nehmen. So oder so. Gerade den Demokraten war es aus der Seele gesprochen. In Euphorie erhoben sie einen gleichgesinnten James Buchanan aus Pennsylvania 1857 zum Präsidenten. Aber Herr Buchanan musste einstweilen auf das göttliche Recht, Kuba zu überfallen noch verzichten. Nicht in Kuba explodierte die Bombe, sondern in den Vereinigten Staaten selbst. Den Schwefelgeruch der Zündschnur konnte man schon riechen. Als Buchanan 1861 abtrat, wurde ein Republikaner Präsident der USA, Abraham Lincoln. Bilder von Lincoln, Fotografien, Zeichnungen, Gemälde haben sie sicher zu Hohlen. Ich erinnere mich, was Oswald Spengler einmal gesagt hat. Das Leben ist Kampf. Zwischen Einzelnen, Klassen der Gesellschaft, Völkern und Staaten, ob er sich nun in wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder militärischen Formen abspielt. Es ist ein Kampf um die Macht und wenn andere Mittel versagen, wird man immer wieder zum Letzten greifen, zur Gewalt. Und dann spricht Spengler ein prophetisches Wort. Und wenn die Welt ein Einheitsstaat wäre, würde man die Kriege Aufstände nennen. Amerika war ein Einheitsstaat. Kann ein Staat mit sich Krieg führen. Das ist nicht möglich. Aber er kann einen Aufstand niederschlagen. Kansas und Nebraska, neue Territorien mit Agrarstruktur, die nur von wenig Weißen bewohnt waren, verlangten das Recht, über Sklaven oder Nicht-Sklaven selbst zu entscheiden, auch wenn sie damit den Missouri-Kompromiss missachteten. Der Norden setzte seine Propagandamaschinerie in Gang. Plötzlich sah man die armen Sklaven nur noch gepeitscht, in Ketten oder von Hunden zerrissen. Das Schicksal begann hörbar mit dem Countdown. Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten war auch Lincoln schon umgeschwenkt. Er hielt eine Rede, die später berühmt wurde. Ein Haus, das in sich selbst geteilt ist, ich füge gleich immer den Kommentar, der sich einem unweigerlich aufdrängt hinzu, kann nicht stehen. Die USA bestanden von Anfang an aus vielen Teilen und hielten sich bisher vorzüglich. Ich glaube, dass unser Regierungssystem halb für, halb gegen die Sklaverei nicht von Dauer sein kann. Warum nicht? Bisher war es von Dauer gewesen. Ich erwarte nicht, dass die Union der Staaten sich auflöst. Ich erwarte nicht, dass das Haus einstürzen wird, sondern ich erwarte, dass es aufhören wird, geteilt zu sein. Und wie? Es wird total das eine oder das andere sein. Wovon spricht der Mann eigentlich? Ich lese daraus eine reine Kriegsdrohung. Auch dem Süden war es klar, es war ihm mehr als klar, dass es nicht um eine plötzlich erwachte Moral ging. Die Neger sollten frei sein, sie sollten abwandern können, sie sollten rebellisch werden, sie sollten Sand im Getriebe werden, sie sollten den Baumwollherren an die Kehle, das war die Moral. Die Reaktion kam schnell und schlug wie ein Blitz ein. South Carolina erklärte seinen Austritt aus den USA. Weitere sechs verließen die Union, Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana und Texas. Eine Katastrophe bahnte sich an. Stellen Sie sich vor, alle deutschen Länder südlich des Mains verließen die Bundesrepublik. Die Südstaaten waren in echtem Revolutionsfieber, wie es sich Jefferson für jede Generation gewünscht hatte. Sie gründeten die konföderierten Staaten von Amerika und wählten einen eigenen Präsidenten. Alle Augen richteten sich auf Lincoln, auf den ewig ironisch scheinenden eckigen Lincoln. Äußerlich ruhig, wie meistens trat er vor den Kongress und sprach die denkwürdigen Worte nicht berühmt geworden, weil etwas peinlich. Ich beabsichtige nicht, mich direkt oder indirekt in die Einrichtung der Sklaverei, wo sie bereits besteht, einzumischen. Man glaubt nicht recht zu hören. Was war das, eine Schlaftablette? Natürlich! Pfeif auf die Neger! Sieben Staaten waren abtrünnig geworden. Das war jetzt das Problem. Ich beabsichtige nicht, das war das Einzige, was er im Moment verabreichen konnte, weil es eine Telefonverbindung zwischen Washington oder Wall Street in New York noch nicht gab. Er wartete noch auf den Postboten. Glauben Sie bitte nicht, dass es ein Scherz ist. Nehmen Sie nicht die Schale, aber nehmen Sie den Kern wörtlich. Hier unter Lincoln haben wir wahrscheinlich den Zeitpunkt zu suchen, an dem die Industrie und die Hochfinanz des Nordens die wahre Macht im Staate übernahm. Virginia richtete die Gretchenfrage nach Washington. Es erklärte sich bereit, in der Forderung nach Freilassung der Sklaven nachzugeben, wenn Lincoln die prinzipielle Selbstständigkeit der einzelnen Staaten garantiere. Lincoln antwortete Nein. Der Postbote war also inzwischen angekommen. Die Wirkung war verheerend. Virginia, North Carolina, Arkansas und Tennessee traten zu den Konföderierten über. Der Kladderat war da. Vor einem Jahr noch wäre das unvorstellbar für jeden Amerikaner gewesen. Die Konföderierten bewiesen sogleich, dass man sehr wohl in einem zweigeteilten Hause leben konnte. Sie schickten die Bundesbeamten und das Bundesmilitär nach Hause und waren nun zufrieden unter sich. Unter sich mit Ausnahme des Forts Samter und Peckens, die die Bundesbesatzung nicht räumte. Das war ärgerlich und ein Schönheitsfehler, jedoch konnte man warten, bis die Herren offiziere Hunger hatten. Lincoln machte Fort Samter sofort zum Präzedenzfall. Er schickte Proviant-Schiffe los. Samter, im Hafen von Charleston gelegen, war schon im Begriff, sich zu ergeben, als es das Corned Beef ansegeln sah. Es lehnte jetzt ab. Die Regierung von South Carolina forderte den Kommandanten zum letzten Mal auf, vergeblich. Im Morgengrauen des 12. April 1861 begannen die Kanonen der Festland-Batterien zu sprechen. Der erste Schuss, der berüchtigte erste Schuss aller Kriege war gefallen. 24 Stunden später kapitulierte Samter, Linkl sah rot. Abermals 24 Stunden später machte er mobil. Alea Jakta. Der Rubikon war überschritten, der Bürgerkrieg begann. Es wird sie vermutlich nicht reizen, über die staatsrechtliche Seite dieses Krieges nachzudenken, mich auch nicht, aber es wird sich nicht umgehen lassen. Wer in einer kriegerischen Auseinandersetzung den ersten Schuss abgegeben hat, ist hauptsächlich für die Journalisten interessant. Zur Beurteilung der Rechtslage sehr selten. Die fundamentale Frage ist, waren die Vereinigten Staaten von Amerika ein Bundesstaat oder ein Staatenbund? Wenn sie ein Staatenbund waren, so ist die Antwort leicht, der Austritt der Südstaaten war staatsrechtlich möglich und zu respektieren. Dann war Lincoln ein Angreifer und Imperialist. Wenn die USA aber ein Bundesstaat waren, wird die Antwort schwieriger und greift vom formal-juristischen ins ethische über. Denn das Wort Bundesstaat betont, dass der Bund selbst den Status eines Staates hat, während die Bezeichnung Staatenbund das nicht tut. Dass man sich aus einer Verbindung von Staaten lösen kann, ist klar. Aber kann man auch aus einem Bund ausscheren, der selbst ein völkerrechtlich anerkannter Staat, ein Großstaat ist, dessen Teilnehmer nur Gliedstaaten sind? Dies war Lincolns Ansicht? Nein. Nie. Lincolns Antwort? Jedenfalls nicht so. Ich wiederhole, nie. Lincolns Antwort? Die Frage ist nicht aktuell. Und damit hört die Debatte auf. Es wird eine Frage der Ethik. Lincolns hat einmal angedeutet, dass ein Austritt aus dem Bund, er sagte Bund, nicht Staat, nur im Einverständnis mit allen anderen Gliedstaaten möglich sei, so wie auch der Eintritt nur auf diese Weise erfolgen konnte. Hier irrt Lincolns. Eine Initialbedingung gebiert nicht zugleich dieselbe Finalbedingung. Auch eine Ehe kann bei Verschulden eines Partners gegen dessen Einverständnis gelöst werden. Die Frage, und hier sprechen Ethik und Anstand mit, ist, war die Ehe den Südstaaten noch zuzumuten? Offenzutage war längst getreten, dass Industrie und Hochfinanz des Nordens den König Baumwolle abwirken wollten. Wie weit darf ein Ehemann gehen? Wie weit könnte er mit der Gewissheit der Unlösbarkeit der Ehe im Hintergrund erpressen? Die Antwort auf Wall Street, niemand wird erpresst, wir wollen die armen Negersklaven befreien. Bravo, da wären wir also wieder. Mit dieser Lüge, Schicksal, nimm deinen Lauf. Als es kein Zurück mehr gab, hat Lincoln zu einem englischen Journalisten gesagt, mein höchstes Ziel in diesem Kampf ist die Rettung der Union. Wenn ich die Einheit retten könnte, ohne einen einzigen Sklaven zu befreien, würde ich es tun. Erschütterndes Geständnis und zu spät. Ja, leider, sagen die amerikanischen Historiker, aber jetzt sei er zum großen Staatsmann gewachsen. Tatsächlich. Dann waren also die Abolitionisten Dummköpfe? Sie wollten lieber den Süden abstoßen, als Zehn und Hunderttausende von Toten auf ihr Gewissen laden. Nein, sie waren keine Dummköpfe. Sie waren nur vollständig unwissend darüber, welche Ziele die Wall Street im Auge hatte. Und Lincoln scheint es, obwohl ich es kaum fassen kann, auch gewesen zu sein. Er klammerte sich an etwas, das sehr, sehr große Ähnlichkeit mit einer Reichsidee, mit dem alten Traum der Weltgeschichte hat. Dachte er nicht an Blut und Edeln, die er herauf beschwor? Ich weiß nicht, wie es in den Köpfen solcher Großveranstalter aussieht. Am 20. April 1861 hingen an den Wänden des ganzen Nordens der Vereinigten Staaten Plakate, die die armseligen Menschen aller Zeiten so gut kennen. Volunteers wanted. Freiwillige vor. Ein Angriff auf Washington erwartet, zur Rettung des Vaterlandes. Nun ist es Zeit, sich anwerben zu lassen. Patriotismus und Liebe zur Heimat verlangen eine bereitwillige Antwort von jedem waffenfähigen Mann. 25.000 eilten zur Fahne. Überwältigend war die Zahl nicht. 19 Millionen Weiße zählte der Norden, 5 Millionen der Süden. 400.000 Neger lebten, zum Teil noch Sklaven im Norden, dreieinhalb Millionen im Süden. Der stehende Heer des Nordens war klein. Man presste 100.000 Neger zum Kriegsdienst. Auch die reguläre Truppe des Südens war zahlenmäßig gering, sie besaß jedoch hervorragende Offiziere. Es zahlte sich jetzt aus, dass die feudalen Pflanze ihre Söhne fast alle erst West Point durchlaufen ließen, ehe sie die väterlichen Güter übernahmen. Die Militärakademie West Point bei New York galt seit zwei Generationen als das Oxford der Offiziere. Chef war der damals 54-jährige Oberst Robert Edward Lee, natürlich ein Virginia. An dem Tage, an dem das Mauerplakat aufrief, zu den Fahnen zu eilen, tat auch er es. Er schrieb an das Kriegsministerium in Washington einen Brief, der zwei Zeilen lang war. Er lautete, Sir, ich habe die Ehre, Ihnen mein Ausscheiden aus meinem Amt als Oberst des ersten Kavalerie-Regiments anzuzeigen. Er packte seine Koffer und eilte zur Fahne, aber zur anderen. Jedes Volk hatte der wandungsreiche Lincoln dreizehn Jahre zuvor selbst gesagt, wo auch immer hat das Recht, sich zu erheben und die bestehende Regierung abzuschütteln, um eine neue zu bilden, die ihm besser geeignet scheint. Lee erhob sich aus Liebe zu seinem engeren Vaterland, nicht um des Sklavenstreits willen. Er gab seine eigenen Neger in gleichem Atemzug frei. Er sollte als Oberbefehlshaber des Südens der bedeutendste General des Krieges werden, der humanste, der kultivierteste. Zum Oberbefehlshaber Nordens avancierte der 75-jährige General Scott. Sie können den Namen gleich wieder vergessen. Im ersten Gefecht des Sezessionskrieges, wie die Amerikaner verschämt ihren Bürgerkrieg nennen, standen sich zwei Milizdivisionen gegenüber. Die des Nordens zählte etwa 30.000 Mann, die des Südens weniger. Die Konfederierten standen auf südlichem Boden, die anderen auf Unionserde. Allerdings muss man hinzufügen, wo, um die Nervosität nämlich am Potomac und er fließt bekanntlich durch Washington. So etwas macht leicht kopflos. Man überschritt also den Fluss und griff die Südstaatler an. Beide Seiten schlugen sich mit vaterländischer Begeisterung. Die Nordstaatler erlitten erhebliche Verluste und mussten sich zurückziehen, richtiger gesagt fliehen, und ihre Niederlage wäre katastrophal gewesen, wenn der Kommandierende des Südens nachgesetzt hätte. Darauf warf Lincoln den armen Tortell Scott hinaus und berief ein frisches Blut den 34-jährigen McClellan. McClellan erbart sich zunächst Zeit, um das Heer auf Vordermann zu bringen. Darüber verging der Winter. Im Süden arbeitete Lee an derselben Aufgabe. Es war ein Wettlauf mit dem Kalender. Es wurde Frühling 62 und als der junge General immer noch an den Truppen herumbastelte, verlor der Präsident oder New York die Geduld und befahl den Angriff auf Richmond. Die beiden Hauptstädte Washington Norden und Richmond Süden lagen sich fast Auge in Auge gegenüber. Er gab McClellan 100.000 Mann und ließen auf Richmond los. Während der Süden noch keinen Fuß auf das Gebiet der Union gesetzt hatte, fielen die Nordstaaten also nun zum zweiten Mal in das Territorium der Konföderierten ein. Die Hauptstadt sollte zur Ruine werden. Es wurde nichts daraus. Lee war inzwischen angekommen. Er operierte mit seinen geringen Mitteln brillant. Auch McClellan war natürlich kein Neuling, aber er war, was Lincoln schon gerochen hatte, ein Zauderer. So kam es, nicht er, sondern Lee plötzlich angriff. McClellan rettete seine Armee über den Fluss in die Wälder. Man begonnen hatte. Die Verluste waren schwer, für den Norden beschämend. Es kam zu ernsten Unruhen in New York. Für den Süden unersetzlich und das ist schlimmer. In diesen Wochen trafen aus dem fernen Westen Nachrichten ein, die dazu angetan waren, die Lage der Konföderierten noch düsterer zu sehen. Unionstruppen waren über den Ohio nach Süden in Richtung New Orleans vorgestoßen und hatten zwei Vores mit 15.000 Rechten. Der Einzige, der bei dem Zwei-Fronten-Krieg nicht die Nerven verlor, war Lee. Er war überzeugt, dass der Krieg im Osten entschieden würde. Er fand den Vormarsch der Nordarmeer Mississippi ziemlich unnütz. Ein Beinbruch war höchstens der Eindruck, den das alles auf die europäischen Höfe machen musste. Er hoffte, dass England und Frankreich sich offen auf seine Seite schlagen würden. Die Blockade der Lincoln vor die gesamte Südküste gelegt hatte, musste die Textilindustrie Europa über kurze oder langen Schwierigkeiten bringen. Lee drängte die Diplomaten. Die Diplomaten drängten Napoleon III. Napoleon III. drängte England. Lord Palmerston, der Premier, sagte Nein. Warum? Der edle Lord war 76 Jahre alt und wie viele verknöcherte Greise starkköpfig und vor allem erbarmungslos. Ihm gefiel es, dass Amerika sich zerfleischte. Ihm gefiel es, dass die Baumwollzucht in den USA zusammenkrachte. Er dachte weiter als die Fabrikanten. Er dachte an die indische Baumwolle und an Ägypten, dass sich ebenfalls auf die Gewinnung von Baumwolle verstand und in nächster Zukunft dringend einer Befreiung durch Großbritannien bedurfte. Selbstverständlich sagte Lord Palmerston das nicht. Er sagte vielmehr, dass er Sklavenhaltung empörend fände. Gegen die Kinderarbeit in der Tiefe der englischen Kohlengruben hatte er nichts. Sie waren ja frei und konnten es bleiben lassen. Mit der Zeit wurde klar, dass Europa nicht helfen würde. Was nun? Lee wurde der Mühe des Nachdenkens enthoben, der Norden griff an. Den Massen der großen Städte dauerte die ganze Geschichte überhaupt schon zu lange. Warum war der Gegner nicht bereits ausgenockt? Vielleicht sollte man doch den Lincoln rausschmeißen. Das gibt es nicht. Man schmeißt immer den nächstniedrigen heraus. Lincoln ernannte statt McLellan einen frischen Besen. Der neue Besen führte seiner Truppen schnurstracks wie befohlen auf Richmond zu, das nun endlich fallen sollte. Lee ließ ihn marschieren. Dann griff er ihn im Rücken an und brachte ihm eine schwere Niederlage bei. Es geschah Ende August 1962 bei Bull Run. Lincoln war empört. Er entließ den neuen Besen und rief McLellan zurück. Diese dammit Untergebenen, sie machen immer alles falsch. Es gelang der Geduld McLellans, die Truppen zum Stehen zu bringen. Inzwischen brach Lee über den Portomag, um Washington und Philadelphia in den Rücken zu kommen. Wenn er die kleine Armee an sich vorbeiziehen sah, diese überanstrengten, müden, schlecht bewaffneten Männer, dann wurde ihm flau im Magen. Aber wenigstens ein Gutes hatte McClellan, er war ein Zauderer. Er würde die Umklammerung zu spät erkennen. Er bemerkte sie tatsächlich sehr spät. Lee war inzwischen durch Maryland marschiert, hatte in weitem Bogen Washington umgangen und stieß bereits auf Harrisburg zu. Der halbe Weg nach New York, noch hundert Kilometer bis Harrisburg, da wachte McClellan auf. Und dann tat er etwas, was er noch nie getan hatte. Er griff Lee an. Lee war nicht unvorbereitet, aber doch überrascht. Die Schlacht kam zu früh, vier, fünf Tage zu früh. Nun, es war nicht zu Ende. Am Abend des 17. September war der Traum von Harrisburg ausgeträumt. Lee gab den Befehl zum Rückzug. Es gab keinen Sieger, aber es gab einen besiegten Lee. Auch wenn er gewonnen hätte, es wäre ein Pyros Sieg gewesen. Das Schicksal Hannibals zeichnete sich ab. Eisen war stärker als Blut geworden, Geld stärker als die Fahne. Fünfzig Jahre später ging Amerika mit dieser Devise auf Tournee. Der Norden bildete sich nicht ein, das Ende des Krieges noch immer Ante Portas. Auch war Lincoln nicht sicher, ob Europa nicht doch noch einschreiten würde. Hier nun, nach langen Gewissenskämpfen, wie die Historiker hellseherisch versichern, griff er zu einem wirkungsvollen Schachzug. Wenige Tage nach der unentschiedenen Schlacht vor Harrisburg erließ er eine Botschaft mit Gesetzeskraft, die zum 1. Januar 1863 die Aufhebung der Sklaverei in den Südstaaten verkündete. Er hoffte, die Proklamation würde zwei Wirkungen haben. Nicht verrechnet hatte er sich darin, dass die europäischen Mächte sich nun nicht mehr gegen einen so humanen und christlichen Norden stellen konnten. Verrechnet hatte er sich in der Hoffnung, die Sklaven im Süden würden sich erheben, die Arbeit niederlegen und sich von ihren Herren lossagen. Nichts dergleichen geschah. Es wurde nicht losgesagt. Es ist historisch, dass die Neger treu blieben. Freiheit war für sie ein Gut, dessen Wertlosigkeit sie für sich erkannten. Ein Kanarienvogel blickt vielleicht sehnsüchtig zwischen den Gitterstäben seines Käfigs den Schwalben nach, aber er ahnt auch, dass er unter den Schnabelhieben der Krähen und den Krallen der Katzen sterben müßte. An dieser Stelle wäre mir beinahe etwas entgangen, was auch Sie, liebe Hörer, wahrscheinlich überhört haben, nämlich das Wörtchen Südstaaten in Linkens Prokammation. Welch ein Zynismus, dass sich die Befreiung der Neger nicht auf die Sklaven der Union treuen Staaten bezog, und das waren nicht wenige, Kentucky, Maryland, Delaware, Missouri. Diese Sklaven, die zu befreien Lincoln die Macht gehabt hätte, hat er in Ketten, wie es doch immer hieß, gelassen. Sie wurden vom Land geholt und an die Hochöfen und in die Munitionsfabriken geschickt und durften als Soldaten gepresst für ihre Herren den Heldentod sterben. Konnte Abraham Lincoln ruhig schlafen? Es waren viel wichtigere Dinge als die banale Negerfrage, die Lincoln den Schlaf raubten. Wahlen in den nördlichen Staaten hatten in beängstigendem Maße das Absinken der Republikaner gezeigt. Lincolns Thron wankte, ein Sieg musste her. Im März 1864 ernannte Lincoln abermals einen neuen Oberbefehlshaber. Er holte sich nun den Mann, an dem das Glück zu kleben schien. Ulysses Grant. Er wurde Lincolns Marshal Foch, mit dessen starrer, verschlossener Physiognomie er auch Ähnlichkeit hatte. Seine Premiere an der Ostküste war zunächst ein Desaster. In einer Schlacht bei Cold Harbor Anfang Juni wurde sein Heer um ein Haar von Lee vernichtet. Hier endlich entschloss sich Grant zur Strategie zum Stellungskrieg. 100 Kilometer südöstlich von Richmond lagen sich Lee und Grant ein halbes Jahr lang gegenüber. Grant hatte nichts weiter zu tun, als seinen unerschöpflichen Vorrat an Kanonenkugeln Tag und Nacht hinüber zu ballern und frische Truppen in Empfang zu nehmen. Es ließ sich aushalten. Grant hatte schließlich 115.000 Mann, Lee 54.000. Militärisch war der Krieg entschieden. Lee machte es seiner Regierung klar, aber der Konföderierte Kongress lehnte eine Kapitulation ab. Und damit begann der letzte Akt der Tragödie. Lincoln zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt, ließ Sherman von der Leine. Bitte legen Sie nun die vierte CD ein, CD Nummer vier. Im amerikanischen Sinne ist Sherman zweifellos einer der smartesten Burschen, die die USA hervorgebracht haben. Erst im zweiten Weltkrieg sind einige hinzugekommen, die sich mit ihm messen können. William Sherman, der mit zweitem Vornamen sinnigerweise Tekumse hieß, war knapp über vierzig, als er zur Erfüllung seines Lebens berufen wurde. Sein Werdegang ist der amerikanischste, der sich denken lässt. Er ging zunächst zum Militär und wurde mit zwanzig Jahren Leutnant. Er machte den sogenannten mexikanischen Krieg mit, setzte sich dann nach Kalifornien ab und gründete 1853 in San Francisco ein Bankhaus, wie es in Meyers Lexikon heißt. Sofern ich mich nicht verrechne, war der Bankhausbesitzer also damals 33 Jahre alt, bis dahin bereits, wie Sie sehen, eine der schönsten Karrieren eines Amerikaners. Im Bürgerkrieg wurde er mit Freuden wieder in die Armee aufgenommen, und zwar als Oberst. Vergleichsweise wenig, wenn man an so manche US-Journalisten denkt, die 1944 aus dem Nichts kühn gleich in den Majorsrang sprangen. Sherman legte einen kurzen Zwischenspurt ein und war ein Jahr später schon General. Das Lexikon versichert, dass er als der tüchtigste Feldherr der Union im Bürgerkrieg gilt. Er hinterließ zwei Bände Memoiren, worin er sich bescheinigt, wie tüchtig und daneben auch noch gut er war. Lincoln stellte ihm die Aufgabe, in die südlichsten Gebiete der Konföderierten einzubrechen und dann nach Norden durchzuschlossen. Grant sollte inzwischen Lee bei Richmond festnageln. Sherman hatte die ganz präzise Order Kill and Destroy, die Parode des jungen Washington im Unabhängigkeitskrieg. Sie war wörtlich gemeint. Und der tüchtigste Feldherr der Union nahm sie auch wörtlich. Er begann einen mörderischen Verwüstungszug durch die unschuldigen Städte und Dörfer, der später unter dem Namen Anaconda eine erbärmliche Berühmtheit erlangte. Wo die Heereschlange erschien, ließ sie alles in Schutt und Asche zurück. Es wurde vernichtet, was man fand. Häuser, Fabriken, Maschinen, Farmen, Tiere, Pflanzungen, Getreide, Baumwolle, Zuckerrohr, Straßen und Brücken. Wenn die Anaconda abgezogen war, brannte das Land und die Viehhirten verfaulten auf den Weiden. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte praktizierte Amerika den totalen Vernichtungswillen. Das Plündern von Privathäusern, schreibt eine blinde Henne von Historiker, war streng verboten, ist jedoch vorgekommen. Man möchte solche Geschichtsschreibung nicht für möglich halten. Sherman berichtet in seinen Memoiren, ehe wir South Carolina verließen, hatten sich meine Soldaten schon derart daran gewöhnt, alles auf der Marschrude zu zerstören, dass das Haus, in dem sich mein Hauptquartier befand, oft schon brannte, ehe ich es verlassen hatte. Und sein unterstellter General Sheridan meldet nach Washington, ich habe zweitausend Scheunen voll Getreide und siebzig Mühlen verbrennen und dreitausend Schafe abschlachten können. In einem Gebiet von fünf Meilen ließ sich sämtliche Häuser niederbrennen. Moltke, der es ja von Europa aus mit ansah, hatte Recht, obwohl er ein Deutscher ist, wenn er sagte, das sind keine Soldaten mehr, das ist eine Bande von entfesselten Marodeuren. Ich habe mir früher nie erklären können, wie es zur Anaconda kommen konnte. Sie war unnötig, der Krieg war ja praktisch entschieden. Ich glaube, seit 1945 weiß ich es. Die Anaconda war ihr erstes Hiroshima. Am 9. April 1865 hisste General Lee die weiße Fahne. In dem kleinen Dorf Appomattox unterzeichnete er vor Grant die bedingungslose Kapitulation. Die Schlachtfelder bedeckten eine halbe Million Tote. Beispielhaft war die Versöhnlichkeit der Sieger. Sie ließen Lee nicht hängen und stellten auch keine Kriegsverbrecherlisten auf. Was wäre geschehen, wenn der Süden gewonnen hätte? Die ganze Welt wäre einen anderen Weg gegangen? Es hätte geteilte, vereinigte Staaten von Amerika gegeben, was die Welt nicht als Unglück ansieht, wie wir aus unserem eigenen Schicksal wissen? Glauben Sie das? Ich will Ihnen sagen, was ich glaube. Spätestens 1914 hätten sich beide Teile wieder vereinigt. Die Toten sind ganz sicher unnütz geopfert worden. An weniger als fünf Fingern lässt sich abzählen, wann einmal in der Geschichte die Gefallenen einen Sinn hatten. Und noch seltener, wann sie einmal den Überlebenden einen Aufschwung der Seele gegeben haben, der Kraft für hundert Jahre verlieh. Hellers hat lange von den Toten der Thermopylen gelebt. Lincoln war guten Mutes. Die Toten waren feierlicher Reden wert, selbstverständlich. Bevölkerungspolitisch konnte man unbesorgt sein, denn in den letzten vier Jahren allein waren 800.000 Menschen aus Europa in die Nordstaaten eingewandert, hauptsächlich in den Westen. Die Zahl der geschlachteten Schweine verdoppelte sich. Die Schafswolle stieg auf das Dreifache. In Pennsylvania war Petroleum, in Colorado Gold gefunden worden. Das alles war sehr, sehr zufriedenstellend. Dass der Süden verwüstet war, war zwar beabsichtigt und wäre durchaus zu verschmerzen gewesen, wenn es nicht ein ganz ekliges Problem aufgeworfen hätte, wohin mit den befreiten Millionen von Negern. Die einstigen Sklaven standen vor den vernichteten Plantagen und fühlten sich nichts als unglücklich. Sie nahmen ihr Weib an die Hand, schnallten sich das Baby auf den Rücken und wanderten nach Norden zu ihren Befreiern. Die wenigen, die bleiben konnten, begannen wieder zu ackern. Hier hätte Washington die letzte Möglichkeit gehabt, das Dynamit aus der Welt zu schaffen, indem es den Schwarzen ein eigenes Territorium, sagen wir, ein Teil Alabamas gab. Heute, rückblickend, wissen wir, dass es möglich gewesen wäre. Stattdessen stieß man sie, die Schwimmen nicht gelernt hatten, in das reißende Wasser, in den Wildbach des amerikanischen Lebenskampfes. Sie sanken. Sie sanken tiefer, als sie je vorher gestanden hatten. Sie wurden verachtete Parias, vor denen man sich im Norden die Nase zuhielt. Es gibt ein altes amerikanisches Sprichwort. Im Süden sagt man, du bist nicht meinesgleichen, aber setze dich ruhig zu mir. Im Norden sagt man, du bist meinesgleichen, aber bleibe mir vom Leibe. Am 9. April 1865, wie Sie sich erinnern werden, endete der Krieg mit der bedingungslosen Kapitulation des Südens. Am 14. April, fünf Tage später, befand sich Lincoln schon in der Stimmung, sich das Lustspiel Our American Cousin im Theater von Washington anzusehen. Warum auch nicht, nicht wahr? Es war übrigens Karfreitag. Seine Loge war mit Fahnen und einem Bild George Washingtons festlich geschmückt. Das Parkett, voll von Würdenträgern und Mengen von überlebenden Generälen, starrte zu Lincoln hinauf wie Kinder zu ihrem Vater. Auf der Bühne war gerade eine Szene zu Ende gegangen, der Vorhang fiel. Sekunden später brach einer der Schauspieler John Booth in die Präsidentenloge ein, zog eine Pistole, schrie, dramatisch vorgebildet, wie er war, Sig Semper Tyrannis, und jagte Lincoln eine Kugel in den Kopf. Dann sprang er auf die Bühne und verschwandte den Kulissen. Das Ganze hatte 15 Sekunden gedauert. Lincoln war nicht tot. Man trug ihn über die Straße in eine Privatwohnung, um ihn zunächst provisorisch zu betten, und rief Ärzte herbei. Sie konnten nichts tun. Die Kugel saß hinter dem linken Ohr im Kopf. Der senige Körper des Sterbenden wehrte sich verzweifelt gegen den Tod. Das Herz arbeitete regelmäßig, als ginge es die mörderische Kugel nichts an. Erst um sieben Uhr morgens war Abraham Lincoln tot. »Nach dem Frühstück«, schreibt sein Freund und Minister Wellers, »ging ich zum Regierungsgebäude, und alles schien trübe.« »Naja, jeder Mensch muss schließlich mal frühstücken.« In einer Fernsehsendung der BBC wurden über Lincoln einmal die Worte ausgesprochen, »was Lincolns Nachruhm unauslöschlich gemacht hat für alle Zeit, das ist die Tatsache, dass er ermordet wurde. Alle ermordeten Präsidenten umgibt ein Heiligenschein.« Goldene Erkenntnis mit einem Hauch von Zynismus. »Ich erinnere mich, dass 1944, nach dem misslungenen Attentat auf Hitler, auch kluge und überzeugte Nationalsozialisten sagten, schade, dass er nicht tot ist, dann würde die Historie ewig im Zweifel sein, ob er nicht doch noch ein Augustus geworden wäre. Ja, das trifft genau auch auf Lincoln zu. Er hatte Amerika wieder einigen, er hatte den Süden wieder aufbauen wollen, er hatte allen die Hand reichen und die Neger zu Bauern machen wollen. Das alles hätte er mit Leichtigkeit getan, nun aber war er tot und alle Pflichten ledig. Und so kommt es, dass Lincolns Bild heute alle anderen überstrahlt, beinahe sogar das George Washingtons. Das Unglück Amerikas war, dass Lincolns offizieller Stellvertreter jetzt automatisch Präsident wurde. Der Mann hieß Andrew Johnson und war einst von Beruf Dorf Schneider gewesen und hatte Lesen und Schreiben erst von seiner Frau Gemahlin, der jetzigen First Lady, gelernt. Ich weiß, dieses Pedigree lässt die Augen jedes braven Sozialisten aufleuchten und tatsächlich hat ein Präsidentenamt noch ganz andere Leute verkraftet, aber Johnson war darüber hinaus zu allem Unglück auch noch zum Verzweifeln instinktlos. Mit einem Mut, wie man ihn den Schneidern nachsagt, machte er sich alle zu Feinden. Angefangen von seiner eigenen republikanischen Partei und seinen Ministern bis hinauf zur Hochfinanz. Ein erstaunlicher Mann. Was da nach dem glorreichen Sieg auf ihn zukam, war auch durchaus dazu angetan, Magenkrämpfe zu verursachen. Die Neger, die mit Sack und Pack nach Norden wanderten, waren noch das wenigste. Ein Teil von ihnen wurde von den Fabriken geschluckt, der andere, größere Teil bildete jetzt Slums. Man hätte sie am liebsten mit der Peitsche wieder fortgejagt. Die Neger, die im Süden geblieben waren, standen ratlos vor ihrem Schicksal. Ihre Herren waren verarmt und sie mit ihnen. Hunger ging um. Epidemien griffen um sich. Die Farbigen starben wie die Fliegen. Als Sklaven hatten sie gelebt. Als Freie starben sie. Kein großer Trost. Im April 1866 beschloss der Kongress, durch einen Zusatzartikel zur Verfassung, den Negern auch das Bürgerrecht zu verleihen. Die weißen Südstaatler verweigerten die verfassungsmäßig notwendige Zustimmung. Ihnen schwante Böses für die Zukunft. Wie ich überall lese, waren es die Generäle, die das Bürgerrecht der Farbigen um jeden Preis durchbringen wollten. Wollten sie die Schwarzen als nunmehr Bürger unter ihren Einziehungsbefehl kriegen? Sie machten mit Hilfe des Kongresses kurzen Prozess. Die Südstaaten wurden aus den Vereinigten Staaten von Amerika ausgeschlossen und ihre Regierungen, es gab sowieso nichts zu regieren, abgesetzt. An ihre Stelle traten diktatorische Militärregierungen unter Nordgenerellen. Sie stutzen. Ich auch. Aber nicht über Worte wie »diktatorisch«, »abgesetzt« und »Militärregierungen«. Was soll man da groß stutzen? Stutzen muss man über die Tatsache, dass der Norden hier bestätigte, dass die USA ein Staatenbund seien, den man jederzeit verlassen könne. Mit der Ausstoßung, also Entlassung der Südstaaten aus der Union, schuf der Norden haargenau den Status, um den die Konföderierten vor Kriegsausbruch gebeten hatten. Wenn die moralische Situation des Nordens vorher schon miserabel war, so wurde sie nun, 1867, abscheulich. Fast ist das Wort zu schwach für das, was geschah. Die Generäle schlossen zunächst einmal mit einem Federstrich einige hunderttausend Weiße, die belastet waren, na endlich, vom Wahlrecht aus. Die Neger wurden selbstredend alle wahlfähig. Keineswegs waren alle Neger so lieb wie in Onkel Toms Hütte. Wie in jeder Rasse gab es Choleriker, Fanatiker, Gewalttäter und geborene Agitatoren. Und alle, zumindest die meisten, waren Analphabeten, gänzlich unorientiert und ohne jeden Vorausblick. Sie, und zwar die dubiosesten unter ihnen, führten nun das große Wort. Blitzschnell lernten sie, die Struktur der Ordnung, die Pyramide der Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Ein New Yorker, der in South Carolina eine Sitzung des neuen Repräsentantenhauses besuchte, glaubte nicht recht zu sehen. Der Portier war schwarz und frech, der Sekretär war schwarz und frech, der Speaker war schwarz, der Geistliche war schwarz, 101 Abgeordneter waren schwarz und in einer Ecke saßen 23 Weiße. So also sah die Welt jetzt aus. Der Kongress in Washington bewilligte Mittel und schickte Leute, die die sogenannten Freilassungsbüros einrichteten, das Geld verteilten, bodenerwerbend an die Neger vergeben sollten. Die Hilfsgelder flossen in die falschen Taschen. In den Büros, die die Fonds verwalteten, sammelten sich Scharen von Betrügern aus dem Norden, politisch blütenweiß, Gelichter, das sich in den rechtlosen Staaten äußerst wohl fühlte. Carpetbaggers, Taschenfüller war ein geflügeltes Wort, wahnwitzige Zustände, die man schweigend duldete. War es der Versuch des Nordens, in einem eroberten Feindesland eine Revolution sich selbst garkochen zu lassen? Ich glaube nicht, dass man in Washington so gewagte Ideen hatte. Ich glaube auch nicht, was manche Historiker schreiben, dass der Kongress von extremen Republikanern beherrscht, die Neger als Republikaner gewinnen wollte, indem er sie gegen die demokratischen früheren Herren aufstachelte und die republikanische Partei zur Befreierin stempelte. Wie kompliziert. Die Amerikaner sind nicht kompliziert. Sie vereinfachen gern. Die Besiegten sind böse und alle, die von diesen bösen Besiegten niedergehalten wurden, sind gut. War es nicht auch 1945 überall so, wohin sie kamen? Ihr Bild von der Welt ist schwarz-weiß. Da wird nicht lange gefackelt. Sie lieben es auch zu delegieren. Sie richten gern Stellen ein, Büros, Fonds, Organisationen, die ihnen die Verantwortung abnehmen. Und sie wollen partout nicht glauben, dass es sich wie mit einem schlechten Wechsel verhält. Er läuft zum Aussteller zurück. Auch in der Geschichte. Die Nation hatte doch gewiss keine Schuld, dass ihr guter Wille von den Delegierten missbraucht wurde. Dass das Geld in den Taschen derer mit der politisch weißen Weste verschwand. Dass der Gouverneur von Louisiana von seinem 8.000 Dollar Gehalt in einem einzigen Jahr 100.000 Dollar sparte. Dass sich Negerbanden bildeten, die raubten und mordeten. So sah es aus. Im Staat in Mississippi waren für die Weißen die Steuern auf das 14-fache in Louisiana auf das 10-fache erhöht worden. Es gab ehemalige Großfarmer, die sich in der wartenden Schlange anstellten, um Nahrungsmittel und Unterstützung zu empfangen, wenn sie sie empfingen. In dieser Situation griffen die Weißen zur Selbsthilfe. Sie gründeten einen Geheimbund zum Schutz gegen die schwarzen Banden und gegen die Carpetbaggers, den Kuglux-Clan. Der Name hat in der Welt einen bösen Klang bekommen. Kuglux-Clan, das wurde zum Synonym für Rassenhass, für Lünch-Justiz. Auch Karl May, der Kronzeuge für das superdeutsche Herz, hat ihnen in Winnetou 2 ein Schandmal gesetzt. Johnson hat diese ganze Entwicklung der Dinge nie gewollt. Er fühlte sich als Testamentsvollstrecker Lincolns, nicht Shermans. Er mag beschränkt gewesen sein, aber er war niemals böse. Der Kongress war es, der ihm Schritt für Schritt die Hände band. Er war am Ende nur noch ein mittelmäßiger Verwaltungsbeamter der Republikanischen Bergpartei. 1869 trat er ab, 1875 starb er. Na, war es nun so schön gewesen, Präsident zu sein? Hat er es sich gelohnt, lesen und schreiben zu lernen? Machen wir uns eigentlich klar, von welcher Zeit wir sprechen? Haftet nicht vor unserem geistigen Auge allem noch die Eierschale der Pionierzeit an? War es nicht erst gestern, daß Indianer durch die Wälder von Pennsylvania schlichen? Daß die fünf bezopften Weisen in dem verqualmten Zimmer saßen und die Unabhängigkeitserklärung ausbrüteten? Daß Jefferson das Geschäftchen mit Napoleon machte? Rauchen tatsächlich die Schlote und Hochöfen über Pittsburgh? Und rast der Pacific Express quer durch Amerika? Ging Johnson so angezogen wie Bismarck? Ist es wirklich wahr, daß man schon im Schlafwagen reiste und im Speisewagen frühstückte? War es die Zeit, als Remington die ersten Schreibmaschinen baute und in Chicago das erste Fließband lief? Ja, diese Zeit war es. Aber Europa sah das Bild nicht scharf. Es hielt das Fernglas verkehrt herum. Amerika war weit, weit weg, war im Kommen, Komplementärwort für noch zurück, war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Komplementärwort zu Land ohne Standesordnung und Kultur, war eine Ansichtspostkarte mit bunten Medaillenfotos von Buffalo Bill, den Jagara-Fällen und dem Kapitol. Wenn man an drüben dachte, so hatte man das Gefühl, Rothschild brauchte nur hinüber zu gehen, um ganz Amerika aufkaufen zu können. Moldke, um alle miteinander zu besiegen und Bismarck, um dort Kaiser zu werden. Ich habe mir eingebildet, von solcher Sicht der Weltgeschichte in weitem Maße frei zu sein. Mein Herz ist doch sonst ein recht guter Theodolit. Aber mir wurde doch ganz anders, als ich auf die Namen stieß, die in jener Epoche die Herren Amerikas zu werden sich anschickten. J.D. Rockefeller gründete gerade sein Ölimperium. Er wurde in den nächsten Jahren der reichste Mann der Welt. Verdi schrieb die AIDA. Andrew Carnegie war hier schon der Beherrscher der Stahlindustrie, vielfacher Milliardär. Wagner komponierte den Tannhäuser. Cornelius Wanderbilt hielt die Schifffahrt in der Faust. Er und E.H. Harriman besaßen die größten Eisenbahnlinien. Manet malte die Olympia. John Pierpont Morgan erbte die Bank seines Vaters und machte sie zur Beherrschenden des ganzen Kontinents und hätte jederzeit einen doppelt so hohen Scheck wie der deutsche Kaiser ausschreiben können. Tolstoi dichtete Krieg und Frieden. Meyer Guggenheim beutete die Erzgruben, Blei und Silber aus und wurde unvorstellbar reich. Menzel malte das Balkonzimmer. Und ein Amur legte den Grundstein zur Methode der Massenabfütterung der Menschheit mit Konservenfleisch. Schopenhauer schrieb »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Was für Namen! Jeder von ihnen strahlt heute über den ganzen Erdball. Jeder von ihnen ein Gesslerhut für Milliarden bewundernder Menschen. Wenn ich nicht eine Klage ihrer Nachkommen fürchten müsste, würde ich sagen, dass diese Männer alle, wie sie da stehen, eine Bande von Haifischen war. Also, sie waren alle sehr ehrbar und untadelig. Sie sind lediglich wagemutig in Bartlücken gestoßen. Kennen Sie dieses verfluchte Wort aus der Haifischsprache? Nicht wahr, ich brauche nicht zu wiederholen, dass die Wall Street den Krieg geführt, gesiegt und den Süden zerstört hat. In den Augen New Yorks war Johnson ein bedauerlicher Irrtum gewesen, ein kleines Malöhrchen. Nun war er weg und der Nächste kam. Folgerichtig ein General, Grant. Wie schön, dass er nebenher auch mal Geschäftsmann gewesen war. Der damalige deutsche Gesandte in Washington, Kurt von Schlözer, schrieb über die Regierungsjahre Grants nach Hause »Unter einer Republik dachte ich mir als Schüler, wenn uns die Tugenden des antiken Republikaners vorgetragen wurden, doch etwas anderes als das, was man hier erlebt. Schwindel über Schwindel. In der Regierung Bestechung, Betrügereien, Diebstahl von Seiten der höchsten Beamten. L'Union C'est la République tempere par la corruption. Cornelius Vanderbilt, dessen Standbild heute feierlich vor der Central Station steht, verhinderte einmal sogar eine Untersuchung des höchsten Gremiums des Kongresses, in dem er alle führenden Männer bestach. Schlözer hat Recht. Es war so weit, dass die Regierung des Regierens überhoben war. Die Wall Street hatte ganz offen die USA übernommen. Amerika führte damals der alten Welt eine ganz neue Oligarchie vor, den Kapitalismus. Denn Kapitalismus in des Wortes wahre Bedeutung ist nicht, wie man Schwachköpfen einpaukt, die Ansammlung von Reichtum bei wenigen oder die Ausnutzung der Armen durch die Reichen oder die Trennung von Unternehmen und Arbeit. Es gibt nur eine gültige Definition von Kapitalismus. Kapitalismus ist keine Wirtschafts- oder Gesellschaftsstruktur. Kapitalismus ist die Übernahme der Regierung durch die Hochfinanz. Er ist zugleich immer das Ende der reinen Politik. Reichtum, deren Form von Brillanten im See fliegt, ist harmlos, wenn auch vielleicht verächtlich. Ist aber der Superreichtum im Sozialprodukt verankert. Das heißt, ist das Volk in die Zwangslage manövriert worden, für den Superreichtum in einem Zirkulus Viciosus zu arbeiten. So ist das Stadium erreicht, in dem der Superreichtum aus Selbsterhaltungstrieb die Staatssouveränität selbst verkörpern und das Regieren übernehmen muss, um die Politik mit seinen Interessen gleichzuschalten. Dann werden Kabinette zu Schattenkabinetten und die Wirtschaftspolitik zu alleinigen Politik. Es wird sie nun nicht mehr wundern, dass die beiden amerikanischen Parteien in Wahrheit kein Gesicht und nur Scheinprogramme hatten. Grant blieb wenig Spielraum. Was er anständiges tat, war die stufenweise Rehabilitierung des Südens, die Wiederaufnahme in die Union und die Abberufung der Besatzungstruppen. Eine Woge von Soldaten traf im Norden ein. Neues Problem. Wohin mit ihnen? Der Kongress wusste es. Sie bekamen den Befehl, das Indianerproblem endlich biologisch zu lösen, weil man nun auch das letzte Fleckchen Erde brauchte. Theodore Roosevelt hat später einmal das grausame Wort gesprochen, den Indianern ihre Jagdgründe zu lassen, hätte bedeutet, unseren Kontinent zottigen Wilden zur Verfügung zu stellen. Es blieb nur die Alternative, sie auszumerzen. Teddy Roosevelt erhielt 1906 den Friedensnobelpreis. Ach ja, die Indianer sind ja auch noch da, wenn auch nicht mehr sehr zahlreich. Wie geht es ihnen denn? Gut, sie haben bald ausgelitten. Wenn sie ein Lineal nehmen, es auf der Landkarte senkrecht auf die Atlantikküste Amerikas legen und es dann nach links, nach Westen, bis fast den Rocky Mountain schieben, noch besser, wenn sie das Lineal vorher an der Unterseite rot wie Blut eingefärbt haben, dann wissen sie, was mit den Indianern seither geschehen war und wo sie jetzt leben. Die Indianer haben schon keine Erinnerung mehr an den Osten, der ihre Heimat gewesen war. Nur in Sagen und Gesängen leben die alten Zeiten noch. Es sind traurige Lieder, die an den Sing-Sang der ersten Sklaven erinnern. Sie erzählen von großen Wäldern, den Quellen und dunklen Flüssen, vom Wild in Überfluss, von den wandernden Büffeln, unter deren Hufen der Boden dröhnte. Als die Wall Street beschlossen hatte, den Kontinent mit Eisenschienen zu erschließen, als sie Zehntausende von Quadratkilometern Land an sich riss, gleichgültig wem es gehört hatte, da war das Todesurteil über die letzten Büffelherden gefällt. Man trieb mit Waffen Gewalt die Indianer weiter, immer weiter zurück bis in die steinigen toten Plains. Die Büffel, die ja alles gewesen waren, ihre Nahrung, ihre Kleidung zogen nicht mit. Sie verbluteten in den Prärien. Dreieinhalb Millionen schossen die Weißen mit ihren Repetiergewehren zusammen. Bald hörte man keinen Laut mehr auf den Prärien außer dem Heulen der fetten Koyoten. Der große Vater in Washington gab den Resten der Rothäute Indianer Territorien. Das war nett von ihm. General Carlton, Chef im Gebiet der Comanschen und Navajos, versicherte dem Präsidenten, das Reservat sei für die Indianer ein Paradies. Die Wahrheit war, dass sie am Verhungern waren und ernährt werden mussten. Die Vertreibung haben sie haben sie tapfer gegen uns gekämpft, um schließlich doch dem unaufhaltsamen Fortschritt unserer Rasse zu weichen. Wenn man bedenkt, welch herrliches Land voller Weiden und Bodenschätze sie uns überlassen haben, so ist der Umstand, dass wir im Moment für sie sorgen müssen, völlig unbedeutend. Manuelito, der Häuptling der Navajos, flüchtete mit einem Teil seines Stammes aus dem mörderischen Ghetto, in dem sogar das Wasser modrig und nicht zu trinken war. Als ihn das Militär zu hetzen begann, verkroch er sich mit den seinen Gebirge. Sie ernährten sich von Wurzeln und Beeren und kapitulierten erst, als durch Hunger und Kälte ihre Schar auf drei und zwanzig zusammengestorben war. Great Warrior Chief war Sherman. Von ihm, dem Höchst Kommandierenden, stammt das Wort, je mehr ich diese Roten kennenlerne, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, dass sie alle umgebracht werden müssen. Ein Erlass von 1862 gegen die Apachen, die Jagetto verlassen wollten, lautete wörtlich, alle Krieger der Apachen sind zu töten, wo immer sie angetroffen werden. Was um alles in der Welt war, in die Amerikaner gefahren. Am erbittertsten wütete man gegen die Sioux, auch sie am Verhungern. Man trieb sie vor sich hier wie jagdbares Wild, gegen alle Vernunft, gegen alle Menschlichkeit und ohne Grund. Man erschoss ihre Frauen und Kinder beim banalsten Anlass, man hängte die Häuptlinge und stellte die abgeschnittenen Köpfe in den Städten aus. Der Mann, der Häuptling Little Crow tötete, erhielt eine Geldprämie. Der berühmte Pfadfinder Buffalo Bill zeigte den gefangen gehaltenen großen Sioux-Häuptling Sitting Bull für Geld in einem Zirkus. Was wollten die Weisen? Was war es nur, was sie trieb? Man verfolgte die Sioux bis nach Kanada, überschritt die Grenze, schleppte sie zurück und hängte sie. Man hängte auch aus Versehen. Man hängte auch welche, die Weiße gerettet hatten. In dieser letzten großen Not erstanden den Indianern noch einmal Führer, deren Namen unvergessen sind, wie einst Tekumsee. Fast alle starben einen elenden Tod. Sitting Bull, den ein Verräter für einen Judaslohn erschoss. Big Snake, den man bei einer friedlichen Unterhaltung mit Gewehrkolben erschlug. Big Food, der bei einem sinnlosen Gemetzel seiner unbewaffneten Krieger Frauen und Kinder verwundet im Schnee liegen gelassen wurde und erfrohr. Little Wolf, den man in einem Fohr gefangen hielt und durch Whisky ruinierte. Chief Joseph, der in einem Konzentrationslager starb. Captain Jack, Häuptling des friedlichsten aller Stämme, den man hängte. In vier Schlachten erhielten die Indianer den Todesstoß. 1864 wurden die Cheyenne zusammengeschlagen. 1876 überfiel General Custer bei Little Big Horn ein Meeting der Seahawks und befreundeter Stämme. Die Schlacht wurde für Amerika ein Volkstrauertag, denn sie ging aus, wie Schlachten für Amerikaner nicht auszugehen haben. Kösters Reiterei wurde Mann-gegen-Mann-Kampf aufgerieben. Custer selbst gab sich, wie man heute weiß, aus Angst selbst den Tod. 1877 wurden die Nets-Perse-Indianer, die am Ende nichts mehr besaßen, als ein paar Fetzen am Leibe, auf der Flucht nach Kanada vernichtet und 1890 fand die Schlacht am Wounded Knee statt, die darin bestand, dass die berüchtigten siebten Dragoner das Lager dem Minikonius Seahawks überfielen. Die Indianer gaben sich ohne Gegenwehr und ließen sich entwaffnen. Aus einem der berühmten bedauerlichen Missverständnisse mähte man damit Gewehren und Kanonen Männer, Frauen und Kinder nieder. Hierbei starb Bigfoot. D. Brown berichtet, dass man, es war der vierte Weihnachtstag, die schwer verwundeten Überlebenden, vier Krieger und 47 Frauen und Kinder in einer Kirche auf den Boden bettete, über den Altar, mit Tannenzweigen geschmückt, war ein Tuch gespannt, auf dem die Worte standen, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Sag mir, singt Marlene Dietrich, die Bewunderin Amerikas, sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben. Ja, Frau Dietrich, wo? Aber die meinen sie ja wohl nicht. Wo sind sie geblieben? Es gab Verzweifelte, sie waren Helden und sind daher tot. Es gab Naive, die historisch die Lokomotiven mit einem Lasso einfangen wollten. Sie sind auch tot. Und es gab Schlaue, sie haben überlebt. Auf einer Fotografie aus dem Jahre 1903 kann man den fast 80-jährigen, ehemals gefürchteten Apachenhäuptling Geromino sehen. Er trägt einen Zylinderhut und sitzt am Steuer eines Autos. Sieht das nicht so aus, als ob die Indianer wie die Neger überlebt haben würden, wenn sie gleich die Stiefel der Mächtigen geleckt und bekannt hätten, dass sie Ungeziefer sind? Dürfen wir heute aus dieser Erkenntnis die frohe Hoffnung schöpfen, auch zu überleben? Vor diesem Kapitel hatte ich große Scheu. Ich habe Tage gebraucht, es in Angriff zu nehmen. Ich kann nicht einmal sagen, was mich so lähmte. Ich berichte doch von längst vergangenen Dingen, von Dingen, die sich in der Geschichte der Menschen so viele Male wiederholt haben und immer wiederholen, vom Sterben, vom Töten, vom Demütigen und verkommen lassen. Doch es sind, glaube ich, nicht die Leidenden, die diesmal meinem Herzen zusetzen, sondern die Triumphierenden, deren jüngstes Gericht noch aussteht. Ich kann mir zur Not Pizarro oder Cortes erklären, aber nicht jene Menschen, die ohne Grund, ohne Hass, ja nicht einmal mit dem Hauch eines Wahns, ein Volk von der Erde vertilgten. Inkas und Azteken sind überfallen worden wie von einem Vulkanausbruch. Die Indianer aber wurden von Gehirnen ausgelöscht, die schon einer mutierten Menschenrasse angehörten. Ich weiß, was in Hellas an Furchterregendem geschah, in Rom, im Mittelalter, in der Inquisition, in der Französischen Revolution, in den Lagern der Engländer, der Russen, der Deutschen, in China, in Spanien, in Abessinien. Ich weiß, dass die Menschen misslungene Geschöpfe des Universums sind, dass wir erbärmliche Töter und Vernichter sind, schlimmer als ein Raubtier. Aber endgültig unheimlich wird der Mensch erst dann, wenn er die Taten ohne Wahn, ohne Rausch, ohne Fahne, ohne Glauben, sogar ohne Hass begeht. Nicht einmal Hass, haben sie gefühlt. Gar nichts. Sie haben mit der stummen Frage Gottes Auge in Auge gelebt, ohne dass ihr Atem auch nur einmal stockte. Walt Whitman, one of the greatest poets of America, jubelte, unsere Vereinigten Staaten sind wie das vollkommenste Gedicht. Damals erstand den Amerikanern der Philosoph, den sie brauchten. Sie brauchten kein Aristoteles, kein Spinoza, kein Goethe, kein Hegel, keinen Kant, kein Schopenhauer, kein Tocqueville. Sie brauchten einen Philosophen, der ihnen bestätigte, dass der neue Mensch und die Amerikaner merkten bei Betrachtung der übrigen Welt, dass sie wirklich eine neue Art im Sinne der darwinschen und häkelschen Deszendenztheorie waren. Ich sagte, der ihnen bestätigte, dass der neue Mensch eine von Gott und Calvin verbesserte Konstruktion war, der sich keine Gedanken zu machen brauchte. Der Philosoph hieß William James. Er begründete den sogenannten Pragmatismus in der Lebensphilosophie. Der Pragmatismus von James lehrt, dass nicht das Denken oder die Ethik für die Frage nach der Wahrheit oder dem Wahrheitswert entscheidend sind, sondern allein die Tat, die Handlung, Pragma und ihr Erfolg. Nun hatten sie es also von einem gelernten Professor schwarz auf weiß und es gab auch den gebildeten Kreisen das unbegrenzte Selbstvertrauen, das der Mann auf der Straße schon lange hatte. Sie konnten nun alle guten Mutes loslegen mit der amerikanischen Tüchtigkeit und abends nach kurzem Dankgebet oder auch ohne sich die Bettdecke ans Kind ziehen und pennen. Seitdem ist Erfolg für sie gleich Glück. Erfolg ersetzt ihnen alles. Das Glücksgefühl des Abendlandes ist ihnen nicht mehr verständlich. Wie sie bemerkt haben, werden es die schillerndste Blüte an dem jamschen Pragmatismus die Freiheit. Denn die Lossage von der alten Ethik, die Lossage von der idealistischen Gesellschaftsverpflichtung, die Lossage vom seelischen Bereich, das alles ist ja nur die bunte Verpackung für das Wort frei. Loss besagt ja nichts Geringeres als frei werden. James war es, der leugnete, dass Loss auch Verlust bedeuten kann. Für ihn nie. Und das ist ein krankhafter Zug. Die Benutzung des Wortes Freiheit geschieht fast immer in Form einer Parole, einer Fanfare. Sie Schmerzen und Dummköpfe, die sie inhalieren. William James war natürlich kein Dummkopf. Er schluckte die Pille ja auch nicht, sondern er drehte sie. Für den neuen Menschentyp, den Amerika repräsentierte, war das Wort Freiheit Opium. Natürlich, der Amerikaner hätte durchaus sagen können, worin er zum Beispiel freier war als der Preuße, aber dies oder ähnliches war es nicht, womit er den Begriff Freiheit füllte. Nein, Freiheit wurde für den Amerikaner die Geliebte, auch wenn sie ihn fortgesetzt betrug und zum lächerlichen Professor Unrat machte. 1886 stellten die Amerikaner dieser Hure zu Ehren vor der Hafeneinfalt von New York eine Riesenstatue auf, die ihnen Frankreich geschenkt hatte und die, da die Franzosen Scherzbolde sind, innen hohl ist. So ausgerüstet spuckte Amerikan die Hände und sagte, jetzt wollen wir mal zeigen, was eine Harke ist. Damals entstand der Mythos von dem armen Jungen vom Lande, der in die große fremde Stadt kam, als Tellerwäscher und Schuhputzer begann und als Millionär endete. Dann holte er sein altes Mütterchen im Cadillac zu sich und zeigte ihm den Rindstein, worin er die erste kalte Nacht verbracht hatte. Der Mythos wurde von der einen Seite eifrig gepflegt und von der anderen Seite eifrig geglaubt. Er verkörperte sozusagen, und das war das einmalig schöne amerikanische, die Gleichheit der Chancen. Er war eigentlich direkt religiös. Europa hatte die Märchen von Dornröschen und Hans im Glück. Amerika hatte das Märchen vom Tellerwäscher. Wenn die Herzen vertrocknen, wenn die Seele nicht mehr in ein Märchenland fliegen will, dann sind die Rosen die Burg, der tausendjährige Schlaf und der Prinz machtlos geworden. Die vom amerikanischen Pragmatismus ganz besetzten Herzen mögen die Worte noch wahrnehmen, aber Dornröschen und Hans im Glück sind unwirklich und damit unbrauchbar für das Leben. Wie sagen wir heute? Sie lehren nichts, da nicht gesellschaftsbezogen. Der Tellerwäscher ist das Märchen, das verheißt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Mütter in den Slums ihre kleinen Kinder mit diesem Märchen in den Schlaf gesungen haben. Ich sage das ohne Ironie. Für viele, für Millionen wurde das Märchen schon fast Wirklichkeit, wenn sie sich tausend Dollar erspart hatten. Tausend Dollar. Sie lebten weiter im Hinterhof und schufteten. Das Geld musste, wie Rockefeller und Wonder Bild es mit den ersten Tausendern getan hatten, angelegt werden. Scheinchen auf Scheinchen wurde auf die Bank getragen. Bald war es soweit einzusteigen, herrlich wie alles blühte und Gedieh. Eines Tages am 20. September 1873 war der Traum ausgeträumt. Ein Börsen Krach hatte sich die Freiheit genommen, alles zu verschlingen. Am 17. September krachte aus heiterem Himmel eine der angesehensten Banken Philadelphias, Cook & Co., drei Tage später schloss die New Yorker Börse die Tore. Es bedeutete für alle Geldinstitute nichts Geringeres als Farbe zu bekennen. 6.000 Bekannten, dass sie Bankort waren. Die gesamte Wirtschaft schien zusammenzukrachen. Die Industrie stoppte alle Aufträge und nahm keine Schuldabtragungen mehr an. Die kleinen Unternehmen zogen die Gitter herunter. Arbeit und Angestellte wurden in Massen arbeitslos und fluteten ratlos und verängstigt die Straßen auf und ab, auf Nachrichten wartend. Ich will ihnen von den Hintergründen berichten, soweit sie zu rekonstruieren sind. Der Sezessionskrieg hatte viel Geld gekostet. Der Staat war seinen Zahlungsverpflichtungen an die Lieferanten des Kriegsmaterials, an die Industrie, an die Verpflegungswirtschaft und an die Soldaten mit Papiergeld nachgekommen, das natürlich nicht gedeckt war. Bei Kriegsende 1865 waren 400 Millionen davon im Umlauf. Lange konnte die Lage nicht mehr verborgen bleiben, als die Banken, die Greenbacks schließlich nur noch zum halben Nennenwert notierten. 1871, also zwei Jahre vor dem Zusammenbruch, hatte das oberste Bundesgericht eine Entscheidung gefällt, die wenigstens einen Teil des Problems lösen sollte. Es verfügte, das alte, noch auf Goldrechnung basierende Schulden nicht mit Papiergeld bezahlt werden dürften. Aber jetzt kommt etwas Unheimliches. Präsident Grant lancierte bei der Neubesetzung von zwei Bundesrichterstellen Männer, die ihm willfährig waren und den Spruch wieder umstießen. Der Bund erhielt nun die Ermächtigung, weiter Papiergeld zu drucken und als vollwertiges Zahlungsmittel auszugeben. Welcher High hatte Grant an der Leine? Lassen wir diese Frage zunächst beiseite. Anfang 1873 beschloss der Kongress, eine Staatsanleihe von 300 Millionen Dollar auszugeben. Cook bemühte sich darum, die Zuteilung zu bekommen. John Pirpent Morgan sorgte dafür, dass das Bankhaus in Philadelphia nur die Hälfte erhielt, Morgan die andere. Morgan jagte ihm also verständlicherweise die Hälfte der Obligationen ab, verständlicherweise nur, falls die Übernahme ein Geschäft war. War sie es? Ja, wenn der Absatz klappte. Cook warb, um an die kleinen Zeichen heranzukommen, mehrere tausend Vertreter an und steckte viel Geld in die Werbung. J. Cook wuchsen die Kosten über den Kopf, er konnte nicht wie Morgan durchhalten, er machte bankrott. Aus diesem Zusammenbruch, der sogar den Rockefellers, Wunderbills und Cornegees einen Moment lang den Atem nahm, ging John Pirb und Morgan doppelt so stark und doppelt so reich hervor. Der lange Atem hatte gesiegt. In schöner Chancengleichheit, allerdings wie die Halme einer frisch gemähten Wiese, konnten nun die Hinterbliebenen alle wieder von vorn anfangen und abends das Märchen vom Tellerwäscher träumen. Die Amtszeit Grants ging zu Ende. Er, der als Beauftragter des Volkes begonnen und als Beauftragter der Hochfinanz seiner Laufbahn schloss, ließ sich im Alter noch in Geschäfte ein und endete mit 15 Millionen Dollar Schulden. Ein trauriges Ende. Erfolglos sein bedeutet nach dem amerikanischen Katechismus wertlos sein. Neuer Präsident der Vereinigten Staaten wurde 1877 der 55-jährige Ex-Gouverneur von Ohio Rutherford Hayes. Zwei Eigenschaften hielten sich bei ihm die Waage Anständigkeit und Belanglosigkeit. Natürlich war auch Mr. Hayes mal General gewesen. Es muss ungeheure Mengen von Feldherren gegeben haben. Das erklärt vielleicht warum seit jener Zeit ein General in Amerika weit unter dem Einkäufer von Rulvors oder Revlon steht. Der Republikaner Hayes wurde nicht eigentlich gewählt. Er wurde auf den Präsidentenstuhl gehoben. Die Hochfinanz wünschte eine Marionette und erreichte, als sein demokratischer Gegner gesiegt hatte, die Annullierung von tausenden von demokratischen Stimmen. Die skandalöse Manipulation kam vor den Kongress. Der legte den Finger an die Nase und das Ohr an den Telegrafen und erklärte Hayes zum Präsidenten. Guten Glaubens gewählt zu sein, zog Hayes ins Weiße Haus ein. Er hatte offenbar keine Ahnung, wozu er benutzt werden sollte, sonst hätte er nicht sofort etwas getan, was der Hochfinanz ganz und gar nicht gefiel und Hayes bedeutendste Tat bleiben sollte. Er berief Karl Schurz zum Innenminister. Karl Schurz war ein Deutscher. Das ist nicht gerade eine Empfehlung, doch man kann es hingehen lassen. Stäuben war ja auch einer gewesen. Während Stäuben immer so aussah, als würde er gleich das Jagdhorn vom Gürtelhaken und zum Frühstück blasen, erweckte Karl Schurz mit dem dunklen Vollbart und dem Kneifer auf der Nase die Vorstellung eines Mathematiklehrers, Realschule Oberstufe. Wir wissen, dass der leichtfertige Anschein bei Stäuben täuschte und ebenso täuschte auch der äußere Eindruck von Schurz. Er stammte aus Lieblar bei Köln, studierte in Bonn, schloss sich 1848 als 19-Jähriger der Demokratischen Bewegung an, beteiligte sich mit seinem Freund Kinkel am Badischen Aufstand 1849, floh in die Schweiz, kehrte im nächsten Jahr heimlich nach Deutschland zurück und, als er hörte, dass Kinkel in der Spandauer Festung saß, schlich er sich nach Berlin, erkundete beharrlich die Möglichkeiten, in das Gefängnis zu gelangen, befreite tatsächlich den Freund und ging mit ihm, ohne dass man ihn erwischte, nach Amerika. Er fing als kleiner Farmer an, sattelte dann zum Advokaten um, stieß als Gegner der Sklaverei zur Republikanischen Partei und machte rasch Karriere. Im Sezessionskrieg befehle ich dir eine Milizdivision, schon wieder ein General. Kehrte nach Kriegsende ins Privatleben zurück und wurde als hervorragender Redner in politischen Kreisen sehr populär. Als Innenminister trat er für die Versöhnung mit dem Süden ein, bekämpfte die Ämterkorruption und geißelte die kriminelle Indianerpolitik. Als er mit Ablauf der Amtszeit Hayes flog, führte er seinen Kampf für Demokratie und Sauberkeit als Journalist weiter, bis er sich 1906 von dieser Erde verabschiedete. Die Amerikaner nannten einen Ort nach ihm Schurz. Falls sie auch zufällig General sind und eine Generalstabskarte von Amerika besitzen, können sie mit dem Vergrößerungsglas diesen Flecken am Walker River in Nevada entdecken. Nach all dem kann man sich vorstellen, wie unbeliebt sich Schurz sehr schnell machte. Seine Säuberungen in den hohen Ämtern wurden als äußerst unverschämt empfunden. Schurz brachte jede Verfehlung unnachgiebig vor den Richter. Als besonders stinkendes Nest erwies sich die New Yorker Zollbehörde. Als er da hinein stach, fiel die ganze republikanische Partei von ihm ab und Hayes musste im letzten Amtsjahr praktisch gegen den gesamten Kongress regieren. Als die Neuwahl näher rückte, entblödete sich die Hochfinanz nicht, lieber den alten Grant, der damals noch nicht bankrott war, noch einmal aufzustellen. Was waren das für herrliche Zeiten unter Grant gewesen? Als Wanderbilt für jeden Kilometer Schienenstrang rechts und links zehn Meilen Land geschenkt bekam. Als Philip Armour bei seinen Fleischlieferungen an die Armee in drei Monaten eine Million Dollar verdiente, wobei aus den Tonnen schon die Maden krochen. Herrliche Erinnerungen. Aber leider nur Erinnerungen, denn Grant fiel schon bei der Vorwahl durch. Die Hochfinanz einigte sich daraufhin auf einen Mann, von dem man annehmen konnte, dass er Befehle entgegenzunehmen gewohnt war, auf James Garfield. Er war – entschuldigen Sie, ich kann's nicht ändern – General gewesen. Er war aber nicht nur General gewesen, sondern auch Tagelöhner, Kutscher und Lehrer. In diesem Sinn ein volkstümlicher Mann. James Abraham Garfield wurde 1881 der Jubiläumspräsident, der zwanzigste Präsident der USA. Er war gering, dotiert, aber brav. Abermals hatte sich die Hochfinanz verspekuliert. Garfield war entschlossen, den ihm von Hayes und Schurz hinterlassenen Besen zu ergreifen und ebenfalls zu fegen. Er fegte vier Monate lang. Am 2. Juli kam ein Mann namens Guiteau und schoss ihn tot. Ein trauriger Tod. Ihm haftet so gar nichts von geschichtlicher Tragik an wie bei Lincoln. Es ging nicht um Vaterland, nicht um Krieg und Frieden, nicht um eine Idee, nicht einmal um eine Fixe. Das war schon ein übler Streich vom Schicksal. Ehe Garfield starb, er war wie Lincoln nicht gleich tot, die Kerle schossen auch noch schlecht, sprach er noch ein paar Worte, sie werden sie nie erraten. Er fragte, werde ich einen Platz in der Geschichte einnehmen? Was für Geschöpfe sind doch die Menschen? In der zwanzigbändigen neuen Enzyklopädie von Brockhaus, in der sogar ich mit sieben prallen Zeilen stehe, ist er überhaupt nicht erwähnt. Garfield war tot, eine Wahl war nicht nötig. Den Vizepräsidenten, der jetzt aufrückte, empfand die Hochfinanz als sehr genehm. Chester Ather. 1878 hatte Hayes ihn wegen Amtsmissbrauchs aus seiner hohen Stellung im Zollwesen hinausgeworfen. Als Verfolgter der Säuberungen genoss er das volle Vertrauen der Hochfinanz. Auch er enttäuschte es bitter. Weiß der Teufel, was in diese Würstchen von Präsidenten fuhr. Er drückte mit List und Tücke ein Gesetz durch, Soll ich ihm mal was sagen? Hier ödet mich die amerikanische Geschichte. Diese Präsidenten machen mich gähnen und ihre Gesetze kommen mir vor wie Bekanntmachungen vom Hausverwalter betreffend das Teppichklopfen in der Schweiz. Wo ist der große politische Zug? Wo ist das Tempo? Wo ist der Wind geblieben, der dem Europäer den Hut vom Kopf riß, wenn er in New York landete? Er drückte ein Gesetz durch Herr Aver sie öden mich. Es sind die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts so nahe schon unserem Leben, damit sie erschrecken wie nahe Churchill, Roosevelt, Hitler und Stalin sind schon geboren. Das alte Europa leuchtet. Die Champs-Élysées sehen aus wie heute. Das Foyer der großen Oper erstrahlt abends in elektrischem Licht. Bei Durand Ruelle drängen sich die Pariser, um die Bilder von Degas, Sisley und Turner zu sehen. Auf den Boulevards wogt es auf und ab. Man spricht über Solas Germinal und Maupassans Bellamy. Unter den linden Berlin zieht die Wache auf. Der greise deutsche Kaiser blickt aus dem Fenster des Palais und grüßt mit der Hand. Schusterjungen laufen neben der Musik her. Auf dem Balkon des Cafés Kranzler erheben sich eng taillierte Leutnants, um zuzuschauen. Gleich um die Ecke in den Museen am grünen Lustgarten ziehen Gruppen heilig gestimmt und klopfenden Herzens durch die Säle und betrachten die Werke Griechenlands, Roms, Ägyptens, die man entdeckt und ausgegraben hat. das letzte Schöpfung, den Parsifal. Schöne Jahre. Man kann sie so leicht vor sich sehen. Es sind Jahre ganz voll gehorsamer Andacht und kindlichem Augenaufschlag, voll Genie und zugleich Albernheit, voll Missa Solemnis und Pulswärme, die Luft voll Kunst und voll von dem schönen Hang zum Höheren. Ist das Leuchten? Jawohl, denn es ist noch die Zeit, wo der Mensch den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinaus schießt und die Sehne seines Bogens noch nicht verlernt hat, zu schwirren. Nietzsche. Man sieht Europa ganz deutlich vor sich, mit der Nelke im Knopfloch, mit dem Itenzylinder, mit dem Monokel, mit dem Diplom für Treue Dienste. Ich kann auch Amerika sehen. Ich sehe die großen Wälder mit den Baumriesen, die endlosen Prärien, die wogenden Baumwaldplantagen und Kornfelder so groß wie ganz Preußen. Die gigantischen Canyons, die rotglühenden Berge, den majestätischen Mississippi und die reißenden Wasserfälle des Niagara, die grünen Eilande von New England. Ein Wunderland. Ich sehe die stampfenden Maschinen, die qualmenden Schornsteine, die Städte konstruiert und in Windeseile gewachsen, in denen es von Menschen wimmelt. Aber so sehr ich auch meine Augen anstrenge, ich sehe keinen Einzelnen. Ich sehe nur Masse. Sie rennen nicht mehr nach Westen, sie rennen nur noch im Kreise. Sie haben es geschafft, sie sind überall. Sie sausen im Pullmannwagen von einem Ozean zum anderen, um zu kaufen und zu verkaufen. Sie strömen in Massen in die Fabriken der Städte sitzen in Reihen zu Hunderten wie einst die Sklaven an Nähmaschinen und Trampe. Die ersten Wolkenkratzer steigen in den diesigen Himmel, in den Waben, Nisten, Büros, Kontore, Büros, Kontore, Büros. Gegen Abend entlässt die Arbeit ihre Menschen. Sie kehren in ihre Unterkünfte zurück. Auf Bildern sieht man schon die traurigen Canyons der Millionen Neger und des ersten Bodensatzes von zehn Millionen heimatloser Einwanderer. Sie haben die Vergangenheit eingetauscht gegen irgendeine Zukunft. Sie klammern sich an das Neue. Dies hier ist das Neue. Der Hinterhof, die Feuerleitern, die Riesenstädte, die Masse Mensch. Tocqueville ist durch diese amerikanischen Großstädte gewandert. Ich lasse meinen Blick über diese unzählige Menge aus gleichen Einzelnen schweifen. Diese Leute mögen physisch frei sein, psychisch sind sie versklavt. Das Schauspiel dieser Verwandlung zur Gleichheit macht mich traurig und zu Eis. Auch die Mächtigen, die immer unsichtbarer gewordenen Mächtigen sind von der Arbeit heimgekehrt in ihre Landhäuser. Sie machen sich fertig für die Metropolitan, die neue Oper, die sie sich als Visitenkarte geleistet haben. Oder sie sind zu Hause unter sich. Sie sprechen von Morgen und Übermorgen. Nach dem Dinner trägt der schwarze Diener frei eine Silberschüssel voll Erbsen auf, aus der die Damen mit kleinen Löffelchen die Rubine und Smaragde herauszufischen versuchen, die der Herr des Haus zu gut zu zugedacht hat. War es so? Ich lese es. Ich lese auch, dass es in New York schon 4000 registrierte Verbrecher und jeden Tag drei Morde gab. Ich lese auch Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Da leben sie in kleinen Städtchen beinahe wie in Stade und Göttingen. Die Kinder spielen in der Stube mit Zinnsoldaten oder schießen am Fluss die wilden Kaninchen. In den Küchen wird gekocht und in den Schlafzimmern wird geliebt. Am Oldman River am Mississippi ziehen die Neger nach des Tages Last in ihre Quartiere und machen sie für ein paar Stunden wieder zum Kral. Sie tanzen zuckend, singen, trommeln und Trompeten. Die Zeitungen nennen es zum ersten Mal Jazz. Verlassenheit, Einsamkeit. 2000 Kilometer höher im Norden, auf einem geliehenen Fleck Erde in den Rocky Mountains, hocken die elenden Gestalten der letzten Indianer um ein Feuer und erheben ihren Nachtgesang. Die Erinnerung an Wovoka, den roten Messias und den Geistertanz. Im Saloon der nahen Westernstadt singen die Jungen den Yankee-Doodle A Yankee-Boy's Trimentrol und Pfeifen auf Chester Arthur oder wie immer der Mann heißen mag. 1885 stellen zum ersten Mal seit dem Bürgerkrieg überraschend wieder die Demokraten den Präsidenten Grover Cleveland. Cleveland hatte es nie zum General gebracht. Aber er erfüllte wenigstens die Ersatzbedingung. Er war Rechtsanwalt gewesen, ehe er in die Politik ging. Warum ging er überhaupt in die Politik? Ich vermute, dass er kein Perry Mason und sein Wartezimmer nie überfüllt war. Er wurde Sheriff, dann ein vernünftiger Bürgermeister in Buffalo und ein fleißiger, unnachgiebiger Gouverneur von New York. Falls ihm einstmals als Sheriff oder Bürgermeister das Machtgefüge der Hochfinanz noch als Buch mit sieben Siegeln erschienen war, als Gouverneur bestimmt nicht mehr. In New York hat er den Auge gegenüber gesessen. Sie hassten ihn nicht und sie fürchteten ihn nicht. Sie fürchteten überhaupt niemanden mehr. Er war ihnen nur lästig. Cleveland stand mit seinen 48 Jahren in der Fülle des Lebens, auch nach Kilogramm gemessen. Er war war sogenannter stattlicher Herr. Vorbei die Ära der rauen Typen. Die Ikonografie wurde von dem soliden, vertrauenerweckenden Aussehen John Pierp und Morgans bestimmt. Cleveland riss als Präsident nicht gerade Bäume aus, erreichte jedoch sehr Beachtliches. Er wünschte eine Senkung der Zölle, um die Wirtschaft dieses Schoßkind zu zwingen, sich selbst international auszubalancieren. Das war schon etwas, was der Schwerindustrie übel roch. Als Cleveland furchtlos nun auch noch den ganzen stinkenden Komplex der Gaunereien mit dem Staatsland aufrollte und von den Eisenbahngesellschaften die Rückgabe von Millionen Akres geschenkten Landes durchsetzte, wurde es bitter ernst. Wer hätte das von diesem jovialen Mann vermutet? Und wie konnte man ahnen, dass alle Beschlechungsversuche im Kongress zu spät kamen? Millionen von Akres, das ging dem Wander Bild Gold und Harriman an den Nerv. Das Volk wusste überhaupt schon viel zu viel von diesen Dingen. JP Morgan Öffentlichkeit? Ich schulde der Öffentlichkeit überhaupt nichts. Cleveland musste verschwinden. Die Neuwahlen standen vor der Tür. Was tat das dankbare Volk 1888? Fragen Sie im Ernst? Der neue Präsident Benjamin Harrison war wieder Republikaner mit erstklassigem Fragebogen, Virginia-Familie, Rechtsanwalt, General. Diesmal hatten sich die Morgens und Vanderbils vorgesehen. Er war wirklich unbedeutend, also kein Rheinfall. Harrisons Taten sind folgende. Erhöhung der Zölle zugunsten der Industrie, Vergabe von öffentlichen Arbeiten an die Industrie, Umbesetzung der Beamtenposten nach Parteigesichtspunkten, Neuvergebung von 30.000 Postmeisterstellen an Republikaner, Unterstützung der Industrie bei Ausweitung und Neugründung, Budget für 1890 eine Milliarde Dollar. Dazu kam noch etwas ganz Wunderbares. Wunderbar, weil es auf lange Sicht die Dividenden steigen ließ. Schon vor Jahren hatte die Öffentlichkeit entdeckt, dass Amerika seit Gedenken keine Flotte besaß. Hier bot sich also für die Industrie ein weites Feld. Ein Feld, das sie unter Harrison bestens beackern ließ. Man ackerte fleißig und eine prächtige Flottenparade zeigte alsbald dem Volk, wo die öffentlichen Gelder geblieben waren. Sie schwammen dahin. Und dann geschah es. Die Kredite waren erschöpft, die Wirtschaft blieb mit einem Ruck mitten in der Spekulation stecken. Himmles wird doch nicht schon wieder eine Wirtschaftskrise kommen. Ja, es ist erstaunlich, wie oft ein so mächtiger Staat, eine so reiche Nation von Krisen geschüttelt wurde. Es gibt, wenn ich mich nicht irre, ein Märchen von einem Baum, der geschüttelt wird und goldene Äpfel abwirft. Jedenfalls so müssen Sie sich die Krise, von der der Mammut Baum Amerika geschüttelt wurde, vorstellen. Unter dem Baum stand ein kleines Grüppchen von Männern und hielt die Schürzen auf. Der Anfang war ganz verständlich. Zwei vorausgegangene Jahre waren für die Landwirtschaft verhängnisvoll gewesen. Die Farmer brachten die fälligen Abtragungen oder Kreditzinsen nicht mehr auf. Die ländlichen Banken brauchten das Geld aber dringend, um ihren eigenen Verpflichtungen gegenüber den Großbanken nachzukommen. Sie gerieten in Schwierigkeiten. Sobald das durchsickerte, stürmten die Einleger die Kassen, der Bankrott war da. 158 Banken krachten und rissen 15.000 Kleinbetriebe mit. Bisher ist alles klar, es geht mit rechten Dingen zu, wenn es auch bodenlos ist, dass die Großbanken keinen Finger rührten. Nun schob sich die Misere wie ein Gletscher ostwärts und erreichte die Wirtschaft an der Atlantikküste. Die Eisenbahngesellschaften schränkten den Verkehr drastisch ein, die ersten Arbeit und Angestellten flogen auf die Straße. Auch alle Unternehmer, die in der Spekulation steckten, entließen oder machten zu. Die Sparer hoben aus Angst ihr Geld ab. Größere Banken begannen zu wackeln. Wie gelähmt sah Präsident Harrison der sausenden Talfahrt zu. Er ersehnte das Ende seiner Amtszeit. Sie war 1893 da, als die Zahl der Arbeitslosen gerade die vier Millionen überschritt. Das verängstigte Volk rief nach Cleveland und wählte ihn zum zweiten Mal zum Präsidenten. Der Hochfinanz war es egal, denn der große Kuh war nicht mehr zu bremsen. Das Feld, auf dem er gelandet werden sollte, waren die Eisenbahnen. Sie waren schon seit ihrem Entstehen ein ganz finsteres Kapitel. Der Bau war ein Staatsprojekt gewesen. Aber die Regierung wollte nicht selbst Bauherr sein, sondern stellte Kredite und Land zur Verfügung. Wie die Hyänen stürzten sich die Unternehmer auf dieses herrliche Projekt. Man gründete zwei Gesellschaften. Die Central Pacific sollte den Bau von Kalifornien aus nach Osten treiben, die Union Pacific sollte vom Atlantik nach Westen vorstoßen. Die Regierung gab 20 Millionen Akris Land und eine Garantie von 15.000 bis 50.000 Dollar für jede fertiggestellte Bahnmeile. An eigenem Kapital sollte die Central 10 Millionen die Union 100 Millionen Dollar besitzen. Sie besaßen es nicht. Schwindelfrei wie sie waren gaben sie ihrerseits Aktien und Schuldverschreibungen aus. Ferner verschafften sich die Gesellschaften Geld für den Beginn der Arbeiten, indem sie die Städte, die auf eine Berührung mit der Bahnlinie hofften, regelrecht zu Abgaben erpressten. Sie gründeten auch Baufirmen, die ihnen zur Vorlage in Washington doppelt hohe Rechnungen stellten. Es lief alles bestens. Plötzlich tauchte ein ganz großer Hai auf, der aus anderem Gewässer kam. Wörtlich, er kam aus der Schifffahrt Wonderbuild. Er tauchte genau in dem Augenblick auf, als vier Eisenbahngesellschaften bankrott machten, und damit sind wir also wieder zur gegenwärtigen Krise zurückgekehrt. Dass die große Union in den Stuhl hineingezogen wurde, lag natürlich nicht daran, dass die Waggons leer fuhren. Sie war mutwillig ruiniert worden. Der Hauptaktionär Jay Gould hatte sie ausgeplündert. Er hatte sich 38% Dividende gezahlt und die Bilanzen frisiert. Ja, und nun kam Wonderbuild, der viel stärkere Hai. Ehe der Kampf entschieden war, starb Gould und vermehrte mit seinen Hunderten von verworrenen Geschäften, Konten, verwässerten Aktien und faulen Obligationen das Doverbu vollends. Die Aktien stürzten ins Bodenlose, die Schuldverschreibungen waren ein Fetzen Papier, mit dem man sich die Zigarette anzünden konnte. Und wann kamen die Retter? Es war ja substanziell gar nichts passiert, die Züge fuhren immer noch, die Schienen lagen, die Millionen Morgenland waren ja nicht verschwunden. Die Retter kamen, als keine Gefahr mehr bestand, für die Verpflichtungen der Bankrotten Gesellschaft gerade stehen zu müssen. Erst als der kleine Mann alles verloren und keinen Anspruch mehr hatte. Jetzt war es soweit. G.P. Morgan reorganisierte die Airy und einige andere Bahnen. Harriman mit den ganz großen Banken an der Schulter opferte sich für den größten Fisch die Union Pacific. Wanderbilt sanierte die Bahnen im Osten. Auch Rockefeller war mit von der Partie. So eine Wirtschaftskrise ist die reinste Katharsis für die Hochfinanz. Wo, schrien die Bürger, sind unsere Millionen geblieben? In den traurigen Bankrotten, liebe Leute. Sie haben niemanden verschont. So ist das Leben. Bitte legen Sie nun die fünfte CD ein. CD Nummer fünf. War Amerika immer noch das Reiche, das Schöne, das freie Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Aber ja, es war nur kurz erschrocken gewesen. Auf diesem Schreck, so fanden die Mächtigen der USA, sollte sich das Volk nun mal einen genehmigen. In Chicago inszenierte die Industrie eine pompöse Weltausstellung in Form eines riesigen Volksspektakels. Merkwürdig. Auch die erste Messe auf amerikanischem Boden, die 1876 in Philadelphia stattgefunden hatte, lag kurz nach einer schweren Wirtschaftskrise. Chicago wollte den Amerikanern, vor allem aber der alten Tante Europa, zeigen, wie herrlich weit es die neue Welt gebracht hatte, auch ohne tausend Jahre auf dem Buckel zu haben. Jung und alt machte sich auf die Socken, kam, sah und war überwältigt. Diese Fülle von Erfindungen und Errungenschaften. Man staunte vor den zehn Meter hohen Dampfmaschinen. Man stand vor den Turbinen. Man ließ den Telegrafen spielen. Man durfte telefonieren. Man hörte Addisons Trichtergrammophon Krächzen. Man trat zu Mergenthaler Setzmaschine und sah zu, wie eine Buchseite entstand. Vor aller Augen arbeitete Hermann Holleritz Lochkartenapparat, mit dem die USA erst kürzlich eine Volkszählung durchgeführt hatten. Es ratterten Maschinen, auf denen man wie gedruckt schreiben konnte. Man erlebte zum ersten Mal elektrische Schweißung und Sandstrahlgebläse. Man bekam eine Bremse vorgeführt, die durch Luftdruck funktionierte. Man sah den ersten gerollten Film von einem gewissen George Eastman, der noch als schüchterner Mann daneben stand, aber der Begründer eines der größten Trusts der Welt werden sollte. Es war, um den Hut in die Luft zu werfen, vor Vergnügen und Stolz. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen die Europäer nach Hause fuhren. Hatten sie Minderwertigkeits Gefühle? Es gab in Wahrheit keinen Grund. Die Wiege der großen geistigen Schöpfungen lag im alten Kulturland Europa. Europa gebar die Gedanken, legte das faustisch geschaffene achtlos beiseite und wandte sich neuen Gedanken zu. Das war stets der Augenblick, in dem Amerika kam, es an sich nahm, es sich holte, es kaufte oder lieh oder raubte. Mit dem ganzen Instinkt eines Verbrauchers begann es, sein Talent und seine unerschöpflichen Mittel zur Auswertung einzusetzen. Im Sinne Amerikas bekam die geistige Schöpfung erst jetzt Leben. Was Europa damals in Chicago erschrecken musste, war Amerikas beängstigende Fähigkeit, eine blasse Idee zum Lebensmittel zu machen, die Fähigkeit, etwas in gigantischem Maße auszunutzen. Daguerre, Diesel, Röntgen, Curie, Planck, Hahn, sie alle sollten einmal nur noch die tollpatschigen Zubringer für das clevere Amerika werden. Im Chicago 1893 war es zum ersten Mal deutlich zu erkennen. Ihr seid mir doch nicht mehr böse, fragte John Pierpant Morgan, die Amerikaner, und bewies gleich, wie nett er war, indem er dem Staat unter die Arme griff und, ohne lange hinzuschauen, Anleihen in Bausch und Bogen übernahm. Er hatte nur eine winzige Bedingung daran geknüpft, auf das Gold des Schatzamtes seine Hand legen zu können. Er war zu diesem Zeitpunkt praktisch die Staatsbank. Nicht nur ihr Gouverneur, sondern ihr persönlicher Eigentümer. Dem Volk war es egal, denn es wusste nicht, was Maya Amschel Rothschild wusste und einmal ausgesprochen hat. Wenn wir die Währung eines Volkes herausgeben und kontrollieren können, kümmert es uns nicht, wer dessen Gesetze macht. Es ging den einfachen Mann ja auch wirklich nichts an. Das Geld rollte wieder, die Arbeit lief wieder, die Straßenbahn fuhr, die Milch stand morgens vor der Tür, und das Jahr 96 brachte eine Rekordernte, an der alle schön profitierten. Man war gesund, es herrschte Friede, man konnte neue Pläne machen, das war die Wirklichkeit, das zählte vorwärts. 1897 zog als neuer Präsident der Vereinigten Staaten wieder ein Republikaner ins Weiße Haus ein, der 54-Jährige William McKinley. McKinley war helle und ehrgeizig. Er hatte die Wahl, richtiger gesagt, er hatte die Hochfinanz mit zwei Argumenten gewonnen. Er war für die Währung auf Gold statt auf Silber Basis und er war im Gegensatz zum besonnenen und müden Cleveland für ein militärisches Eingreifen auf Kuba, wo gerade blutige Aufstände der Eingeborenen gegen die Spanier tobten. Lauter schöne Aspekte. Nun ging Kuba die Amerikaner eigentlich nichts an. Aber, so lese ich bei mehreren Historikern, ein Volk muss, wenn es sich nicht untreu werden will, die Straße weitergehen, die es beschritten hat. Das sei, so höre ich, weder ein kriegerischer Instinkt noch Kolonisation. Nun wissen sie es. McKinley bot sich erst einmal als Vermittler zwischen Spanien und den Kubanern an, aber Madrid lehnte die Einmischung ab. Jetzt war guter Rat teuer. Und zwar kostete er ein Schiff und 260 Tote. Das amerikanische Kriegsschiff Maine flog eines Tages im Hafen von Havanna in die Luft. und mit ihm die ganze Besatzung. Amerika war empört über dieses Attentat. Der Kongress beschloss den Krieg. Wir wollen rekapitulieren. Im Hafen von Havanna, das bekanntlich die Hauptstadt des unter spanischer Hoheit stehenden Kubas ist, liegt ein amerikanisches Schiff, ein Kriegsschiff. Es fliegt aus ungeklärten Gründen in die Luft. Ein Schiff kann aus drei Ursachen in die Luft fliegen. Es kann durch ein Geschoss oder eine Mine explodieren. Das war die von der amerikanischen Presse verbreitete Version. Es kann sich die eigene Munition durch einen Zufall entzünden. Das vermutete man, als der Krieg und die Erregung vorüber waren. Und das Schiff kann absichtlich in die Luft gejagt worden sein, um, ohne Rücksicht auf die Toten, den Kriegsgrund zu schaffen. Und das glaube nach dem 7. Mai 1915 ich. Die Befriedung Kubas ging rasch vor sich. Wie angenehm, dass Harrison mit einer modernen Flotte vorgesorgt hatte. Madrid beschloss, Kuba aufzugeben und sich mit allen Truppen und Schiffen abzusetzen. Das hätte ihnen so gepasst. Der amerikanische Admiral machte einen gehörigen Strich durch diese Rechnung, erschoss die auslaufende spanische Flotte samt ihrer vollgepfropften Ladung Soldaten zusammen. Man war begeistert. Verwechseln Sie das bitte nicht mit Kriegsbegeisterung, wie es bei uns der Fall gewesen wäre. Amerikaner sind von Grund auf friedlich. Nein, es war einfach Freude. Als Fischgericht sozusagen kamen die Philippinen dran, wo ebenfalls ein Aufstand gegen die spanischen Unterdrücker ausbrach. Die Philippinen liegen ziemlich weit weg von den USA, aber für ein schnelles Schiff ist das kein Problem. Die Flotte rauschte ab. In der Bucht von Manila stieß sie auf die spanischen Kriegsschiffe, griff sie sofort an und versenkte sie. Das Land zu befrieden, beinah hätte ich erobern gesagt, war bedeutend schwieriger. Ach, die Eingeborenen sind ja so uneinsichtig. Für sie war weißer Mann weißer Mann und der eine so lästig wie der andere. Wie kränkend für Amerika, da musste man schon manchmal energisch durchgreifen. Im August 1898 bat Madrid, nachdem es noch Puerto Rico und Guam draufgelegt hatte, um Frieden. Es bat nicht vergebens. In einem Aufwaschen schufen die Vereinigten Staaten auch noch auf Hawaii Ordnung. Nicht etwa, dass sie Hawaii zur Kolonie gemacht hätten. McKinley, nach amerikanischer Moralauffassung käme es einer verbrecherischen Aggression gleich. Nein, sie nahmen Hawaii sozusagen an Kindesstadt liebevoll in ihr Haus auf und gaben ihm einen Stern im Sternenbanner. In Puncto Philippino und Puerto Rico waren die Verhältnisse leider stärker als die amerikanische Moralauffassung. Sie mussten in dem Schwebezustand eines Besitzes bleiben. Waren das schöne Jahre gewesen, das waren verdammt schöne Jahre gewesen. Man besaß jetzt schon allerhand in der weiten Welt und das war verdammt richtig so. Mark Twain schrieb damals, die USA sollten statt der Sterne jetzt Totenköpfe in die Flagge setzen. So was schreibt man nicht. Das ist einfach nicht fair. McKinley brauchte aus dem Weißen Haus nicht auszuziehen, er wurde zum zweiten Mal gewählt. In der Wirtschaft herrschte Hochkonjunktur. Es gab Arbeit in Hülle und Fülle, mehr Arbeit als Hände. Die Schwerindustrie lief auf Hochtouren, um die Lücken, die die Engagements erfreulicherweise in Munition und Waffen gerissen hatten, aufzufüllen. Die Ernten waren gut, die Exporte stiegen. Die Goldfunde in Alaska, das man 1867 für 7 Millionen Dollar von Russland gekauft hatte, stiegen ins Märchenhafte. Ja, ja, es war wirklich God's own country. Am 14. September 1901 schoss ein eingewanderter Pole den Präsidenten William McKinley bei der Eröffnung einer Ausstellung in Buffalo nieder. Die Verwohnung war tödlich. Der Mörder hieß Leon Jolgos. Sein Motiv hat man nie herausgefunden. In manchen Berichten heißt es, er sei Anarchist, in anderen er sei geistesgestört gewesen. Das Betonenswerte ist wahrscheinlich etwas ganz anderes, dass er ein Einwanderer war. Darin steckt nicht das Motiv, sicher aber das auslösende Moment. Ich glaube, wir müssen die Einwanderung des Jahrzehnts von 1890 bis 1900 mit neuen Augen sehen. Sie hatte eine ganz andere Voraussetzung als alle früheren. Ich möchte es Ihnen in einem einzigen Satz sagen. Ich halte diese Einwanderung, die in seltsamem Stil vor sich ging, für eine zweite Welle von Sklavenimport. Die gigantisch gewordene Industrie brauchte Hände. Es war nicht mehr der Westen, es war der Osten, dem nun die Einwanderer fehlten. Das war die völlig andere Situation. Es gab Hände in den Slums, aber sie waren nicht mehr willig. Gewerkschaften rumorten und schürten, Streiks brachen aus. Man brauchte nicht nur willige Hände, man brauchte willenlose Hände. Man schickte Werber nach Europa. In den zehn Jahren von 1890 bis 1900 holten sie acht Millionen Neueinwanderer für die Industrie heran. Der Erfinder dieser Methode war Mr. Willards, ein Eisenbahnkönig gewesen. Er hatte dringend Menschen zur Besiedlung und zum Schutz seiner Bahnstrecke gebraucht. Der Schwarm seiner Agenten war nicht mehr in die klassischen Auswandererländer Europas gegangen, sondern in die zurückgebliebenen. Nach Russland, Polen, Italien, Norwegen. Mit bunten Bildern und blühender Fantasie bewaffnet, hatten sie die Einwanderer in die fast unbewohnbaren mörderischen Mörderischen Öden gelockt. Willards Methode machte nun Schule. Die Werber stiegen in den arme Leutevierteln Trepp auf, Trepp ab, bis nach Neapel und Sizilien hinunter und bis tief nach Russland hinein. Sie redeten mit glühenden Zungen, sie streckten die zehn Dollar für die Überfahrt im Zwischendeck vor und sie gaben auch, sobald die Fracht an Bord war, die 25 Dollar, sie laut Gesetz vorzeigen. Sein Eigentum brauchten sie nicht zu sein. Vor allem arme Russen und Ostjuden ließen sich fangen. Niemand hatte einen Vertrag in der Tasche. Im Gegenteil, man schärfte den Einwanderern ein, bei der Kontrollprozedur stets jede Verpflichtung zu leugnen, weil das Gesetz verlangte, dass die Einwanderer frei zu sein hatten. Sobald die Ware gelandet war, geriet sie in die Finger von die sie mit guter Provision in die Fabriken weiterschleuste oder auf eigene Faust als Streikbrecher vermietete. Die Betreuungsagenturen kamen alsbald auf die Idee, ihre Macht auch politisch auszunutzen. Die Einwanderer wurden ja wahlberechtigte amerikanische Bürger, sobald sie den Einwanderungsschein besaßen. Die Komitees erpressten von den armen Teufeln nun Wahlstimmen für ihre Bosse. Erpressen ist ein nicht ganz gerechtes Urteil, denn die verschüchterten und hilflosen Einwanderer versprachen meistens freiwillig, den zu wählen, der sie auch tatsächlich in hundertwidrigen Fällen unterstützte. Um diese Zeit waren von 25.000 Stahlarbeitern im Pittsburgher Distrikt bereits 15.000 Eingewanderte. Die Kinder landeten meist in den Webereien. Es gab zwei Millionen Kinder, die in der Industrie arbeiteten. Sie sehen, Amerika gab auch den kleinsten Arbeit und Brot. Es ließ sich also alles ganz ausgezeichnet an. Die Lösung war konkurrenzlos. Diese Menschen arbeiteten zwölf Stunden am Tag. Sie erhielten zwischen sechs und zwölf Cents pro Stunde. Wenn man es sich recht überlegte, hatte einstmals ein Negersklave mit Kaufpreis und Unterhalt fast ebenso viel gekostet. Sie waren die Ärmsten der Armen, aber sie standen in Brot und Lohn und sie hatten Zukunft. Dafür mussten sie Amerika dankbar sein, das ist wohl klar. Man konnte nur hoffen, dass dieser paradiesische Zustand anhalten würde und dass sie nie dazulernen möchten. Ich kenne das Leben des Leon Jolgers, der McKinley erschoss nicht. Er gehörte zu den weißen Sklaven auf Zeit. Vielleicht brannte ganz einfach seine Sicherung durch. Der Schuss machte den Weg frei für den Vizepräsidenten. Er wurde eine der interessantesten Gestalten in der amerikanischen Geschichte. Teddy, Roosevelt Äußerlich setzte er den Typ Clevelands fort. Er war völlig, groß, hatte ein rundiges Gesicht mit einem Schnauzbart und trug eine Drahtbrille. Wenn er breit lachte, und vor den Fotografen lachte er gern, hat man den Eindruck, dass er nicht wie andere Menschen 32, sondern 500 Zähne besaß und alle echt. Er war überhaupt sehr echt. Die Roosevelts kamen aus den Niederlanden. Ihr Stammvater landete also in Neu-Amsterdam. Aus Neu-Amsterdam wurde New York, die Roosevelts blieben. Teddys Familie war gut betucht, wenn auch nicht superreich. Immerhin war alles da, um aus dem Kind einen verhätschelten, dünnen Prinzen zu machen. Dem Prinzchen ging eines Tages von selbst ein Licht auf, dass sein Leben auf recht zerbrechlichen Beinen stand und er beschloss, Bodybuilding zu treiben. Er brauchte sich dazu nicht zu überwinden. Sein Temperament neigte eher dazu, ein All-Shatterhand als ein Muttersöhnchen zu sein. Er wurde groß, fast herkulisch, was ihm bei seiner Neigung zu Exzentrik sehr zustatten kam. Auf der elterlichen Ranch in Dakota konnte er sich austoben. Die nächste Station bildete Harvard, natürlich Jura. Ihm selbst war es Schnuppe, womit man ihn fütterte, er schriftstellerte zunächst einmal, und zwar in Historie. Schriftsteller Kollege Roosevelt war damals Ende 20. Dann schob die Familie ihn vorsichtig in den öffentlichen Dienst. 1895 war er bereits Polizeipräsident von New York. Zwei Jahre später Unterstaatssekretär unter McKinley, der ihn da kennen und schätzen lernte. Theodore Roosevelt war Republikaner, was bei seinem Charakter gar nichts garantierte, aber eines war er gewiss, kriegerisch, körperlich wie geistig. Selbstverständlich begeisterte er sich, als der Konflikt mit Spanien vom Zaun gebrochen wurde, sofort dafür, Kuba, die Philippinen und was sich sonst noch so bot, zu kassieren. Er ließ sich von seinem Amt beurlauben, stellte ein freiwilligen Regiment auf die Beine und setzte sich als Oberst an die Spitze. Er nannte seinen Haufen die Rauhreiter. Das klingt wunderschön, geheimnisvoller noch als unser das ist Lützos wilde verwegene Jagd. Im Gegensatz zu Theodor Körner kam er gesund heim. Amerika sprach noch lange von dieser romantischen Freischar. Gedanken über Recht und Unrecht sind dem Juristen Roosevelt nicht gekommen. Für ihn waren die Amerikaner ein auserwähltes Volk, das einfach unfähig war, Unrecht zu tun. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt ein leider wenig tröstliches Sprichwort. Theodore Roosevelt war immer für schneidiges Hobeln. Seine strotzende Männigkeit, er starb dennoch schon mit 61 Jahren, bewies er als Groß Wildjäger in allen Kontinenten und wie andere weniger strotzende Menschen einen Cezanne oder einen Bouguereau an der Wand haben, so waren die Wände seines Hauses mit Eberköpfen und Elefantenzähnen vollgepflastert. Als McKinley ihn zum Stellvertreter machte, waren die Republikaner nicht weniger zufrieden als die Demokraten. Auf diese Weise war der unberechenbare und damit unbequeme Mann von der aktiven Politik weg. Zum Schrecken fast aller und zur Freude sehr weniger bestieg er nun 1901 den Thron. Er war mit 43 Jahren der jüngste Präsident, den die USA bisher hatten. Roosevelt hasste nicht das Großkapital, aber er hasste den Kapitalismus, wie wir ihn als Regierungsmacht definiert haben. Er kannte aus eigener Erfahrung während seiner Zeit als Polizeipräsident, wie hemmungslos die Hochfinanz ihrer absolute Macht ausübte. Sie dirigierte Wahlen, sie beherrschte Präsidenten, sie erpresste die Politik, sie hob und senkte autoritär die Preise, hob oder senkte die Kaufkraft des Geldes, ließ verhungern oder ließ reich werden. Ein Redner, der ihr nicht passte, erhielt nicht einmal mehr einen Saal für eine Versammlung. Die Presse gehörte zum größten Teil ihr, die Redakteure gehörten ihr und die wichtigsten Abgeordneten. Teddy Teddy in den ersten Jahren vorsichtig, leitete aber bereits Untersuchungen gegen ungesetzliche Trust-Bildungen ein. Der General Bundesanwalt Knox war sein Mann. Auf Roosevelts Geheiß begann er systematisch die Munition für eine Anklage zu sammeln. Er musste sehr viel Munition haben, sonst würde es wieder, wie so oft, ein Hornberger schießen werden. Es eilte nicht. Teddy wollte 1905 noch einmal gewählt werden. Dann sollte es losgehen. Inzwischen entflammte sich seine Fantasie an einem großen außenpolitischen Projekt, dem Bau des Panama-Kanals. Es war einmal ein französisches Projekt gewesen. Frankreich hatte 260 Millionen Dollar zum Fenster hinaus geworfen, als der Kanal war erst zu einem Drittel fertig, die französische Gesellschaft bankrott machte. Roosevelt fand das Projekt hinreißend. Er hatte selbst erlebt, wie höllisch der Weg der amerikanischen Flotte um Kap Horn zu den Philippinen und Hawaii gewesen war, und er war entschlossen, den Kongress herumzukriegen. Es gelang ihm. 1902 übernahm Amerika gegen eine Abfindung von 40 Millionen Dollar alle Rechte der französischen Gesellschaft. Jedoch man hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Wirt war Kolumbien. Zwei kleine Paragrafen hatte Teddy, der Harvard-Jurist, übersehen. Frankreich war nicht berechtigt gewesen, die Rechte weiterzugeben. Und der Vertrag lief überdies in einem Jahr aus. Na gut, Teddy Roosevelt hatte geschlafen, aber wie konnte John Pierpont morgen das übersehen? In der Wall Street wurde seit Langem nicht mehr so geflucht. Hier zeigte sich der Präsident nun als wahrer Raureiter. Er beschloss, das Gebiet dem Zwerg Kolumbien vollständig zu entreißen. Nun ist Entreißen für so gute Menschen wie die Amerikaner ein Ding der Unmöglichkeit. Befreien Ja, das ist etwas anderes. Das ist geradezu eine amerikanische Mission. Der Genie streicht Teddy Roosevelt bestand nun darin, das Kanalgebiet reif für eine Befreiung zu machen. Sie sehen, welcher moderner Geist er war. Er entfachte in der Provinz Panama eine Revolution, entsandte zu ihrer Unterstützung ein paar dicke Brummer der Flotte und ließ die Unabhängigkeit der Provinz ausrufen. Schon zwei Wochen später anerkannte man die Republik Panama und kaufte ihr für zehn Millionen Dollar die Zone von 1500 Quadratkilometern als amerikanisches Hoheitsgebiet ab. Mir scheint, sie haben ein paar böse Worte auf der Zunge. Nicht doch, das steht uns nicht zu. 1905 wurde Theodore Roosevelt wiedergewählt. Ach ja, ich es vergesse, in der Republik Santo Domingo herrschen Inflation und Hunger. Die Vereinigten Staaten waren so freundlich, sie hilfreich zu befrieden. Nun aber zu Roosevelts Federhandschuh gegen das Kapital. Es ist viel darüber geschrieben worden. Sein erster Schlag war die Entflechtung der Northern Security Company. Dann kamen ein Lebensmitteltrust, ein Tabak und ein Chemietrust an die Reihe, weitere folgten. Die Zeitungen hatten Schlagzeilen, die sehr schön klangen, und die kleinen Leute freuten sich. Er war schon ein guter Mann, dieser Roosevelt. Die meisten Trusts gründeten sich an anderem Ort und unter anderem Namen neu. Ja, sogar das war überflüssig, denn, ob entflochten oder nicht, Morgan, Rockefeller und weniger andere hielten die Aktien fest in der Hand und Aktien sind ja kein Trust. Holding war unangreifbar, das war das Neue. Holding war ein Panzerschrank, gefüllt mit Aktien. Ich möchte es Ihnen in einem drastischen Beispiel deutlich machen. Ein Mann besitzt tausend Häuser. Ein Gesetz verpflichtet ihn, die Hälfte davon abzustoßen. Wen das Gesetz nicht erfasst, ist der Mann mit dem Panzerschrank, der auf jedem der Häuser 51 Prozent Hypotheken hat und behält. So einfach ist das. Nur würde es kein Finanzexperte so formulieren. Auch der Chemiker sagt nicht Wasser, sondern H2O, damit sie es nicht so schnell verstehen. Eigentlich hat Teddy Roosevelt nur dazu beigetragen, die Unverwundbarkeit das Holding zu beweisen. Aber er war zufrieden, denn eines hatte er tatsächlich erreicht, dass der Staat die Kontrolle der Preise auf den lebensnotwendigen Sektoren in die Hand bekam. Und er hat einmal bei einem Kohlenstreik hart durchgegriffen, indem er nicht die Bergarbeiter zur Unterwerfung, sondern die Grubenherren zur Lohnerhöhung zwang. So ein doller Kerl war er. Als zwei so alte ehrwürdige Reiche wie Russland und Japan den berühmten Tsushima Krieg führten, übernahm der Nouveau-Riche Amerika die schlichte Rolle. Die USA waren in den Kreis der Weltmächte vorgeschlossen. Das Wahljahr 1908 nahte. In der Wall Street war man sich einig, dass Teddy Roosevelt ein bisschen zu populär und ein bisschen zu selbstständig geworden war. Man fand, er sollte in Pension gehen. Teddys Popularität genügte jedoch, einen Mann seiner Gunst auf den Präsidentenstuhl zu heben. Er hatte ihn jahrelang als Staatssekretär für die Verteidigung um sich gehabt, William Taft. Wieder ein Cleveland-Typ, ebenso massig, nur Behäbiger. Lasst dicke Männer um mich sein, sagte mit Shakespeare die Hochfinanz und akzeptierte ihn. Im Großen und Ganzen machte er seine Sache recht brav. Er löste auf dem Papier noch wacker ein paar Trusts auf und führte die progressive Einkommenssteuer ein, die es bisher nicht gegeben hatte. Die vier Jahre strichen friedlich dahin, Taft gedachte, noch einmal zu kandidieren, weil es so schön glatt gegangen war. Da geschah etwas höchst Merkwürdiges. Teddy Roosevelt kam im Galopp aus Afrika und vom Kaisermanöver Wilhelms II. angebraust, gründete in Eile eine dritte Partei, die er Progressive Party nannte und präsentierte sich als Kandidat. Er beschimpfte alle, Teft eingeschlossen und führte sich wieder mal als Raureiter auf. Ehrlich gesagt, ich glaube doch, er hatte einen Klaps. Was er perfekt erreichte, war die Spaltung der Konservativen. Lachender Dritter, der demokratische Kandidat. Er hieß Woodrow Wilson und lachte natürlich nicht, denn er war Universitätsprofessor. Zum ersten und seit den zum letzten Male zog also ein Vertreter jener Gattung Mensch ins Weiße Haus, die die Amerikaner Egghead zu titulieren pflegen, Eierkopf. Wilson war groß und dürr, ein Stubenhocker mit langen, glattrasiertem Gesicht, bebrillt und ausdruckslos. Erst 1910, also kurz vor seiner Wahl, begann er sich mit Politik zu beschäftigen. Tatsächlich hatte er auf den meisten Gebieten keinen Schimmer, aber als systematischer Denker würde er das schon hinkriegen. Gott wird helfen. Wilson war strenger Calvinist aus Pfarrers Haus. Ich frage mich heute, warum er eigentlich gewählt wurde. Geholfen haben ihm in maßgeblichen Kreisen wohl seine rechts- und staatswissenschaftlichen Bücher, aus denen man herauslesen konnte, dass er im englischen Sinne liberal dachte, dass er die Wirtschaft für eine Säule der Welt, das amerikanische Volk für prachtvoll, den einfachen Mann für moralisch und jede Bevormundung durch den Staat für falsch hielt. Unerschütterlich, erschütternd unerschütterlich, war seine Überzeugung, der Mensch sei in Wahrheit ein verhinderter Engel und bedarf nur Wilsons Ideen, um vollkommen zu werden. Amerika hat viele Keuze gehabt. Er war einer der gefährlichsten, weil er seine Glaubenssätze mit der unbelehrbaren Hartnäckigkeit von Professoren durchzusetzen versuchte. Ich höre immer, er sei aber besten Willens und reinen Herzens gewesen. Ich pfeife auf reine beste Herzen, die so weltfremd sind, dass sie ein Spielball robuster Schufte werden, und das wurde er. Es war, je nachdem wie man es sieht, eine schwere oder eine leichte Aufgabe, die er vorfand. Eine leichte, weil er hätte weiter wursteln können. Eine schwere, wenn er wirklich vorhatte, den Staat zu lenken. Er war wie jemand, der bisher nur Moped gefahren und nun an der Steuer eines Fünftonners gesetzt worden war. Amerika lief, um es stilgerecht auszudrücken, auf 7000 Umdrehungen. Es war schon halb automatisiert. Autoschlangen schoben sich auf den Straßen. Unter den Hochhäusern New Yorks sauste eine Untergrundbahn. Flugzeuge brummten hoch in der Luft. Dunstglocken lagen über den Industriezentren. Die Wall Street wuchs immer höher und wurde immer düsterer. Der Puls New Yorks, Bostons, Philadelphias, Chicagos, Detroits, San Franziskos pochte so laut, dass man ihn auch in Europa dröhnend in den Ohren hatte. John Pierpont Morgan lieh Großbritannien 50 Millionen Dollar mit der linken Hand. Sichtbarstes Zeichen der Macht Amerikas. Die Industrie, vor allem sie, wucherte. Und hier lag der Punkt für die Verwundbarkeit des Riesen. Präsident Professor Wilson machte sich Sorgen. Selbstverständlich war ihm schleierhaft, wie der komplizierte Apparat funktionierte und wie man vorsorgen müßte. Die Hochfinanz hätte es ihm sagen können, aber sie sparte sich die Mühe. Denn während der Professor noch an den Nägeln kaute, spürte sie bereits deutlich ein warmes Lüftchen. Wenn man anfangs noch im Zweifel sein konnte, so bekam man im Sommer 1912 die Gewissheit, als beim Abschiedsbankett der französischen Manöver der russische Großfürst Nikolai Nikolajitsch als Ehrengast den Trinkspruch ausbrachte »Auf unsere künftigen Siege!« »Auf Wiedersehen in Berlin, Monsieur!« Ein Geschenk des Himmels. Auch Wilson hatte natürlich die Nachrichten aus Europa studiert, nur las er den Text anders. Was braute sich um Gottes Willen da zusammen? Wurde der alte Kontinent denn nie vernünftig? Warum im 20. Jahrhundert noch diese kannibalischen Gelüste, dieses Revanche-Geschrei Frankreichs, dieses Säbelgerassel Deutschlands, dieses Knorren Russlands? Die Welt konnte doch so schön sein, sofern man nicht gerade in Pittsburgh wohnte. Hatten die USA nicht die Macht, einen drohenden Krieg zu verhindern, ja einfach zu verbieten? Bei diesem Gedanken fuhr der Wall Street der Schreck in die Glieder. Der Präsident musste sofort in Arbeit genommen werden. Zunächst wurde ihm klargemacht, dass es Deutschland war, das zum Kriege drängte. Die Entente wünschte ihm Frieden. Das sah Wilson ein. Er sah auch ein, dass der sicherste Weg zur Erhaltung des Friedens die kräftige Unterstützung der Westmächte war. Vom Geschäft wurde nicht gesprochen. Das hätte Wilson erschreckt. Im Gegenteil, man sprach von Opfern, die der amerikanische Staat bringen müsste. Nun gut, dann musste Amerika eben Opfer bringen. Und England und Frankreich sollten wissen, dass sie sich darauf verlassen könnten. Eine Flut von Rüstungsaufträgen lief ein. 1913 gingen bereits 70 Prozent des gesamten Exports nach Frankreich und England. Der Wert steigerte sich von 800 Millionen innerhalb der nächsten zwei Jahre auf drei Milliarden Dollar. Noch nie hatten die Schornsteine so lustig geraucht. Und wie beruhigend, dass für den gigantischen Pump, den England und Frankreich machten, Washington einstand. Der Präsident hatte nun Muße, seiner Lieblingsidee nachzugehen. Es war die alte Frage, Zentralbank oder nicht. Hatte Old Hickory Jackson einst Recht getan, als er die Bundesbank auflöste? Wilson fand, Amerika brauchte wieder eine Zentralbank. Er fand es hoch aktuell. Er hatte mal volkswirtschaftliche Vorlesungen gehalten. Inzwischen rollte Kanone auf Kanone und Granate auf Granate nach Europa. Dann ging Wilson daran, die Zölle zu senken. Er fand auch das hoch aktuell. Man schrieb inzwischen 1914. Als er noch an diesen Kinkerlitzien bosselte, fiel der Schuss in Sarajevo. Am 28. Juni wurden der österreichische Thronfolger und seine Gemahlin von einem serbischen Nationalisten erschossen. Die Dinge rollten nun blitzschnell ab. Wien rüstete eine Strafexpedition. Russland stellte sich aus Berechnung hinter Serbien und verfügte noch im Juli die Generalmobilmachung. Der englische Außenminister Gray bekräftigte seine Treue zur Allianz. Kaiser Wilhelm versuchte zu schlichten. Wien lehnte im Vertrauen auf das Bündnis mit Deutschland ab. Alle rannten kopflos zu den Waffen. Nikolai Nikolaic und Poincaré hatten ihr Ziel erreicht. Der Weltkrieg war da und Deutschland war der Tor, der ihn offiziell erklärt hatte. Es ist historisch, dass Wilson, als der Krieg vier Jahre später zu Ende war, nachts an seinem Schreibtisch saß und weinte. Hat er in jener Nacht vom 2. August 1914 auch eine Träne vergossen? Ich glaube nicht. Zu dieser Zeit wusste er noch gar nicht, was ein Weltkrieg ist. Wir übrigens auch nicht. Unsere letzte Erinnerung waren Curacier und Dragona, Biwax, der Trompeter von Mars Latour und wehende Fahnen über Pickelhelmen. Jetzt aber hatte Amerika die Ausstattung in die Hand genommen und unter den Lieferungen waren keine Trompeten. Es galt nun, sich mit diesem abscheulichen Krieg zu befassen. Die Zeitungen, die Berichte der Botschafter, die Notizen des Außenministeriums stapelten sich jeden Morgen zu Bergen auf dem Tisch des Präsidenten. Die Russen sprachen ganz offen davon, die Donaumonarchie zu zerstückeln. Die Pariser Zeitungen schrieben, der Rhein müsse Frankreichs Grenze werden. Die Briten wollten Wilson stützte den Kopf in die Hände, er schmerzte ihn. Er versuchte sich zu konzentrieren, alles, was er las, war böse. Aber sicher war, dass dieser schreckliche deutsche Kaiser die Weltherrschaft wollte. Wilson nahm sich noch einmal die Akte vor, die ihm der amerikanische Gesandt in Konstantinopel Morgentau geschickt hatte. Er berichtete aus sicherer Quelle, dass bereits am 5. Juli, also im tiefsten Frieden, in Potsdam ein geheimer Kronrat unter Vorsitz von Wilhelm II definitiv den Krieg beschlossen habe. Auch der sozialdemokratische deutsche Reichstagsabgeordnete Kohn habe es bestätigt. Wilson seufzte. Er wollte Friedens, nicht Scharfrichter sein. So trat er vor das Volk und verkündete die Neutralität der USA. Ja, war der Mann denn wahnsinnig geworden? Das ganze Land produzierte bereits für den Krieg. Wenn der Präsident das nicht sah, die Hochfinanz war es. Es gab nur die Alternative entgegen dem Völkerrecht weiterzuliefern oder in den Krieg einzutreten. Eine nüchterne Überlegung. Aber Wilson war nicht nüchtern. Also musste er es werden. Dazu wurde eine Rosskur nötig sein. Während man in der Wall Street noch beriet, trat ein Ereignis ein, Februar 1915, das schnellstes Handeln erforderte. Die Deutschen setzten ihre Unterseebootflotte ein und ließen kein amerikanisches Transportschiff mehr durch. Die Kriegspartei, nennen wir die mächtige Gruppe von Politik und Hochfinanz einmal so, entschloss sich, den Präsidenten mit einem verzweifelten Mittel zu belehren. Ein riskanter Plan, aber solide. Denn vorsichtshalber war auch der erste Lord der britischen Admiralität, Mr. Churchill, verständigt. Als der britische Passagierdampfer Lusitania mit tausend Reisenden, darunter 128 Amerikaner an Bord, von New York aus lief, hatte man ihn mit Kanonen gespickt und bis unter die Kabinen voll Munition gestopft. Sobald das Schiff auf hoher See war, ließ man dem deutschen Geheimdienst die Nachricht von dem Waffentransport verraten. Es klappte. Ein deutsches U-Boot torpedierte am 7. Mai 1915 das Schiff in den englischen Gewässern. Die Lusitania flog mit allen Opfern in die Luft. Der ahnungslose Wilson war entsetzt. Er war es auch noch, als ihm eine Note aus Berlin die Augen öffnete. Ja, öffnete sie ihm die Augen? Konnte er den Hunden überhaupt noch ein Wort glauben? Schnitten sie nicht den belgischen Kindern die Hände ab? Hatten sie nicht in Frankreich Gift in die Brunnen geschüttet? Er antwortete der deutschen Heeresleitung, er würde einen Wiederholungsfall als unfreundlichen Akt betrachten. Auch das amerikanische Volk ahnte die Wahrheit über die Lusitanier nicht. Es war hin und her gerissen, zwischen Empörung und Furcht, in den Krieg verwickelt zu werden. Es glaubte sich noch im tiefen Frieden und war Wilson dankbar. So wurde Professor Wilson 1916 zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt. Im März 1916 versenkten deutsche U-Boote abermals einen Passagierdampfer, den sie irrtümlich für ein Kriegsschiff gehalten hatten, die französische Sussex. Wieder waren Amerikaner an Bord gewesen. Wilson hieb mit der asthenischen mageren Faust auf den Tisch. Schluss jetzt. Die Industrie atmete auf. Aber zu früh. Der Präsident ließ nur ein Ultimatum los. Deutschland dürfe künftig kein Passagierschiff mehr ohne Untersuchung angreifen. Denn, das war die neueste Erkenntnis Wilsons, man mußte scharf trennen zwischen einem Volk und seinen verderbten Machthabern. Vielleicht hatten die Deutschen doch keine Kinderhände abgeschnitten? Er wollte so gern daran glauben. Das deutsche Volk konnte so vielleicht einigermaßen gut bleiben und mußte lediglich von seiner Führung befreit werden. Befreier, Kreuzritter, Erlöser, Es ist die amerikanische Autosuggestion, die sich durch die ganze Geschichte der USA zieht. Worauf wartete Wilson noch? Die Hochfinanz wünschte kurzen Prozess zu machen. Auf den Kriegsschauplätzen standen die Dinge nicht gut. Die Somm-Schlacht hatte nichts gebracht. Russland stand vor dem Zusammenbruch. Man hatte nun schon 35 Milliarden in die Rüstung der Alliierten gesteckt. Was stellte Wilson sich eigentlich vor? war er blind? JP Morgan Junior, die Kredite und Schuldverschreibungen liefen über sein Haus, beschloss die Kriegserklärung. Der Kongress war reif gemacht. Am 6. April 1917 trat Amerika an die Seite seiner Freunde, um seine Milliarden zu retten. Der Krieg war zum Weltkrieg geworden. In Gottes Namen also. Die Industrie drehte den Hahn voll auf. Kriegs- und Handelsschiffe liefen nun im Konvoi aus und Karten über den Ozean, was die Fabriken hergaben. Im September warfen die Vereinigten Staaten die erste halbe Million frischer Truppen an die Westfront. Sie waren wunderbar ausgerüstet, wunderbar genährt und wunderbar ahnungslos. Natürlich kamen sie mit eigenem Oberbefehlshaber. Der General hieß John Pershing und genoss das uneingeschränkte Vertrauen Wilsons. Er hatte, wie es offiziell heißt, an Indianer Kämpfen teilgenommen, 1860 geboren, dann an den eingeborenen Kämpfen auf den Philippinen. Der geborene Feldherr also. Nach dem Krieg kletterte er die Leiter noch eine Sprosse höher und wurde Bankdirektor. Das ist der Ritterschlag der Wall Street. Brillant verstanden die Amerikaner zunächst nur ihre Feuerwalze einzusetzen. Südlich von Verdun bei Saint-Miel erfochten die Kanonen und Panzer einen schönen Sieg gegen die bereits im Rückzug begriffenen deutschen Truppen. Er wurde sehr gefeiert. Dann verlangte die alliierte Heeresleitung endlich den massierten Menscheneinsatz. Pershing war bester Stimmung. Eine Million Mann, unterstützt von 800 Flugzeugen und 300 Tanks, griffen im Argonner Wald an. Innerhalb von wenigen Tagen waren 120.000 Amerikaner gefallen. Weitere Leiden blieben ihnen erspart. Den Franzosen und Engländern war ein Zentner Corned Beef lieber als alle Generäle Amerikas. Es ging auf den Herbst 1918 zu, das Ende war abzusehen. Am 3. Oktober 1918 bat Reichskanzler Max von Baden den amerikanischen Präsidenten den Frieden auf der Basis jener Bedingungen zu vermitteln, die Wilson im September in einer Kongressrede der Welt verkündet hatte. Es sind die berühmten 14 Punkte, in denen er einen Frieden verlangte, der keinen Unterworfenen und keinen Triumphator kennen sollte. Nur eines verlangte er, die Abdankung des deutschen Kaisers. Diese Bedingungen erfüllten die Deutschen von selbst. Am 9. November stürzte eine Revolution Haus. Wilson klammerte sich mit aller Macht an diesen Frieden der Aussöhnung. Er war der Einzige, der in diesem Augenblick noch an die 14 Punkte glaubte. England und Frankreich hatten in Geheimverträgen bereits die totale Ausbeutung und Erniedrigung Deutschlands beschlossen. Bei der Kapitulation, die ganz offen bedingungslos genannt wurde, wischte man die Ideen des alten Narren Washington mit einer Handbewegung vom Tisch. Marshal Foch packte seine pralle Aktentasche aus und siehe da, es war nichts vergessen. Von Landabtretungen und Gebietszerstückelungen über generationenlange Reparationszahlungen und dem Ausschluss aus der Gemeinschaft der Völker bis zu den lächerlichsten Dingen. Mit dem Kriege Kriege nicht nicht trennen konnte und die USA nicht mit dem ganzen europäischen Kram in Ruhe lassen wollte. Quai mutatio rerum. Wirklich? kennen sie die Welt Welt, sofern sie begreift, was gut für sie ist. Aus einer Publicity-Schrift. Und sie waren die moralischste Nation der Welt, denn sie hatten diese Welt wieder in Ordnung gebracht. Opfer genug hatte es gekostet, Gott weiß es. Nun sollten sich die anderen aber mal zusammenreißen und auch gut werden. Dieser Satz klingt kindlich, dieser Satz klingt amerikanisch. Die Politiker der USA sind niemals große Leuchten gewesen, aber solch blinde Hennen wie nach dem Ersten Weltkrieg waren sie selten. Sie brüteten drei für die Welt fürchterliche Kuckuckseier aus, ohne es auch nur zu ahnen. Das scheint ihr Schicksal nach jedem Krieg zu sein. Das erste Kuckucksei war das Abladen der französischen und englischen Rüstungsschulden auf Deutschland. Auf ein Deutschland, das inzwischen demontiert, der Kolonien beraubt, zerstückelt und besetzt war und das sichtbar, völlig außerstande sein würde, das Versailles Diktat zu erfüllen. Die Reparationssummen waren irrsinnig und zwar absichtlich. Die amerikanische Hochfinanz wusste in unseren Taschen sehr wohl Bescheid. Der Betrag war so astronomisch hoch angesetzt, damit er nicht abgetragen werden sollte. Ein Beweis dafür ist auch die Klausel, dass die Schuld weder in Lieferungen noch in Mark, sondern in Gold Dollar zu bezahlen war. Wovon in Deutschland nicht so viele existierten wie das Schwarze unter dem Nagel. Nein, das Aufbringevermögen Deutschlands sollte nicht die Schulden abtragen, sondern mit Mühe und Not für die Zinsen reichen. Die Zinsen jener gigantischen Summe, die sich nie verringern würde. Das Perpetuum mobile schien erfunden. Die Saat zu einer Empörung, zu einem verzweifelten Aufbäumen Deutschlands war gelegt. John Pierp und Morgan sah es nicht oder es war ihm egal. Der Völkerbund, auch eine von Wilsons grandiosen Ideen, erreichte wenigstens im Lauf der Jahre, in denen über Deutschland die apokalyptischen Geißel der Inflation, Arbeitslosigkeit und Hungersnot hinweg gegangen waren, dass die Zahlungen Schritt für Schritt gesenkt wurden. Wir wollen dem Debattierclub in Genf nicht zu viel Verdienst zuschreiben. Er würde nichts erreicht haben, wenn die USA nicht inzwischen eingesehen hätten, dass ein lebendes Deutschland immer noch zahlungskräftiger ist als ein totes. Das zweite von den Amerikanern völlig verkannte und bagatellisierte Fazit des Krieges war die Geburt des ersten kommunistischen Staates der Welt. Die deutsche Heeresleitung hatte 1917 in der Not Lenin aus der Schweiz herausgeholt und als Verkäsungsbakterie in das teristische Russland geschleust. Ihre Rechnung, eine bolschewistische Revolution würde unsere Ostfront entlasten, ging auf. Es ging aber noch etwas anderes auf. Eine rote Sonne von riesigem Ausmaß. Amerika, für das es eine Kleinigkeit gewesen wäre, 1918 das bolschewistische Regime wieder verschwinden zu lassen, begriff nicht, was passiert war. Kommunismus schien ihnen nach ihrer Erfahrung Unzufriedenheit mit der Arbeitszeit und Forderung nach Lohnerhöhung. Der Kommunismus war aber etwas ganz anderes. Er hatte bereits die Stufe des Sozialismus hinter sich gelassen und die Form eines fanatischen Bekenntnisses, die Form einer schwärmerischen Menschheitserlösung angenommen. Wer sah es? Das dritte Kuckucksei legten sie in das eigene Nest, die Prohibition. Es war noch Woodrow Wilson, dieser Unglückswurm, der das Alkoholverbot in der Verfassung verankerte. Er ist nicht schuld. Wann war er je schuld? Die Idee war aus dem Volke kommen, aus puritanisch- schwärmerischen Kreisen und aus den Frauenvereinigungen. Die einen wergelten immer noch am idealen amerikanischen Menschen als Gottes-Ebenbild, das natürlich nicht ständig betrunken sein konnten. Die anderen, die Frauen, waren teils Blaustrümpfe, teils wirklich verzweifelt über die Männer, die mit der Flasche täglich so oft verkehrten, wie mit ihnen im Monat. Nun gibt es in der Welt keine tatkräftigeren und kürzer entschlossenen Menschen als die Amerikaner, wenn's um die Moral geht. Wären sie damals im Paradies zuständig gewesen, sie hätten das Verspeisen von Äpfeln nicht verboten, sondern einfach die Apfelbäume umgehauen und damit den Teufel zu einem schwunghaften Schwarzimport von Äpfeln eingeladen. Genau das geschah 1919. Es gebar in Amerika eine neue Geisel unseres Jahrhunderts das organisierte Verbrechen. Es ließ sich harmlos an. Man schmuggelte ein bisschen, man punchte als Apotheker ein bisschen, man verlegte das Geburtstagsfestchen auf ein Schiffchen unter fremder Flagge. So ging das, bis sich eine Gruppe von Männern, die von Haus aus ein besonderes Talent für verbrecherische Verschwörung mitbrachte, der Sache annahm, die sizilianischen Einwanderer. Geschulte der schon seit hundert Jahren bestehenden Mafia wussten sie, wie man so etwas organisiert. Sie sammelten ehemalige Mafiosi um sich, schweißten sie zu Gangs zusammen, versorgten sich mit schweren Waffen, verteilten systematisch die Aufgaben und gingen an die Arbeit. Die Bosse sorgten für Verbindungen mit der Justiz, mit der Polizei, mit dem Zoll. Und den Rest besorgte der Terror. Unter dem Schutz der Bestechungen und dem Schutz der Maschinenpistolen begann nun der Alkoholschmuggel in großem Stile. Wenn Amerika bisher noch keine Säufernation gewesen wäre, jetzt mit dem Reiz des Verbotenen wurde sie es. Abends in einer der 30.000 New Yorker Flüsterkneipen trockend oder zu Hause den Fusel saufend, verfolgten die Amerikaner mit größtem Interesse und mit leichtem Gruseln die Kriege der rivalisierenden Banden und die Straßenschlachten, die bald zum täglichen Brot wurden. Die Justiz veränderte sich von Grund auf. Wenn sie nicht bestochen war, war sie terrorisiert. Ihre Hilflosigkeit verdiente langsam Verachtung. So kläglich die Rolle war, so strahlend erstanden auf der Seite des Verbrechens die Killer, die Unüberwindlichen, die Superbosse, die berühmt wurden. Es dauerte nicht lange, dann empfand das gelangweilte Großstadtvolk die ganz Großen als Heldenersatz. Namen wie Bugs Moran, Lucky Luciano, der spätere Heroinkönig und Al Capone traten ebenbürdig neben Wanderbilt. Al Capone, was für ein Mann, nicht nur, dass sein Trust ebenso festgefügt war, seine Macht war größer. Er hätte jederzeit am hellen Tag einen x-beliebigen Menschen niederschießen können, ohne dass viel davon gekommen wäre. Das konnte Wanderbilt nicht. Als die Verbrechersyndikate fest wie ein Betonblock standen, begannen sie, auch die ergiebigsten anderen Arten von Kriminalität in die Hand zu bekommen. Sie organisierten den Kinderraub, den Autodiebstahl, die illegalen Rennwetten, die Spielhöllen, die Prostitution, den Schutz der kleinen Geschäftsleute, den Einwandererschmuggel, sowie auch systematisch den Mordservice. Das Wort »die amerikanische Unterwelt« wurde ein Begriff. Bald sah man auch in Europa deutlich die ersten Metastasen. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten lebte er sich in diesen goldenen Zwanzigerjahren herrlich in Amerika. Der neue Präsident Warren Harding, wieder einer der bekannttüchtigen Ohio-Männer, brauchte nicht zu verheimlichen, dass er ein gehorsamer Diener des Geldes war. Die Bevölkerung war es auch. Es ist eine Lust zu leben, konnte jetzt Hutton wie einst Hutton sagen. Zehn Millionen Amerikaner besaßen schon ein eigenes Haus. Täglich verließen über 5000 Autos das Fließband der Ford-Werke. In allen Räumen plärrten die Radioapparate. Caruso sang in der Met und bekam 10.000 Dollar für einen Abend. Die Amerikaner fingen an, Ferientrips in den alten Kontinent zu unternehmen. Es kam ein gönnerhaftes Gefühl. Der ehrbare, reiche Onkel besucht seine armen Verwandten. Auch der Einkäufer von Woolworth und der Versicherungsvertreter aus dem Mittelwesten wollten sich dieses Europa einmal ansehen. Sie konnten es sich leisten. Sie brauchten sich nur ein paar Dollars als Monokel ins Auge zu klemmen und galten als König. Sie nahmen nicht ein Zimmer, sondern sie stiegen ab. In Paris im Claridge in Berlin in Wien im Sacher und ihr Taxifahrer war ein russischer Fürst im Exil Beautiful. Abend gingen sie ins Volibergere, tranken, hörten die heimatlichen Klänge des Jazz und sahen sich kaugummi kauend die schönen, fast nackten Frauen auf der Bühne an. Die blauhaarige Mrs. Versicherungsvertreter besuchte inzwischen die Modenschau der Haute Couture, um anschließend mit geschwollenen Füßen ins Himmelbett zu steigen, während der Gemahl noch einen Sprung ins und im One-to-Two machte und die Damen mit seiner finanziellen Potenz begeisterte. Was war eigentlich dieses alte Europa? Ein Drittel Museum, ein Drittel Elendsviertel, ein Drittel Schweinerei, isn't it? It is. Amerika, war rein und sauber. Die Sittenwächter achteten darauf, dass Hollywood keinen entblößten Busen zeigte und kein Filmkuss länger als eine bestimmte Anzahl von Sekunden dauerte. Alle Stars trugen viel Seelenleben und hatten geradezu überirdische Kräfte, die Männer zu veredeln. Das ländliche Amerika betrachtete die erbaulichen Stars mit Andacht und hielt sie für das typische Amerika. Und das war notwendig. Wissen sah es anders aus. In einer puritanischen Überflussgesellschaft toben sich die gehobenen Stände der Großstädte in ihren vier Wänden aus. Die Partys blühten jetzt. Man soff buchstäblich bis zum Umfallen den geschmuggelten Alkohol, man nahm Opium, man starb an Morphium, man legte sich reihum in die Betten, Voyeur war schick, Homo war das allerschickste. Brach der Tag an, obligatorisch, dass der ganze Spuk verflogen sein musste. Die Heuchelei wurde zur zweiten Natur. 1925 veröffentlichte Theodore Dreiser seinen berühmt gewordenen Roman »Amerikanische Tragödie«. Er schildert, wie ein Mann aus Angst vor Verfemung seine junge Geliebte, die ein Kind erwartet, ertränkt. Dreiser wollte seinen Landsleuten die Augen öffnen. Wem? Die einen wussten es nur zu gut? Die anderen, die keinen Schimmer vor der Nachtseite des Lebens hatten, waren bereits völlig verspießt und lebten von vorfabrizierten Vorstellungen und Automatismen. Sinclair Lewis hat sie in seinem Babbitt beschrieben. Der Name wurde ein Begriff für den gutmütigen, ahnungslosen, leidenschaftslosen, ewig strebsamen, glücklichen Amerikaner. Die Babbitts bezogen ihre Lebensansichten aus Hollywood oder der Times. Freilich hatte die Times auch weniger schöne Dinge zu berichten. Politische und Wirtschaftsskandale blühten, Minister flogen, Streiks waren an der Tagesordnung, der Bürgermeister von Seattle erhielt eine Bombe in die Wohnung geschickt. Es stimmte auch, dass man nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr durch den Central Park gehen konnte, ohne sein Leben zu gefährden. Aber man brauchte ja auch nicht, nicht wahr? In unserer Zeit hat der Münchner Polizeipräsident einmal sehr richtig gesagt, man muss lernen, mit dem Verbrechen zu leben. Im Süden der Staaten lebte der Ku Klux Klan wieder auf. In Levermore band man einen des Mordes beschuldigten Schwarzen auf der Theaterbühne an einen Pfahl und ließ ihn von den Zuschauern erschießen. Man lünchte Juden und Neger. Die Neger wehrten sich. In allen Großstädten herrschte zwischen Schwarzen und Weißen ein permanent schwelender Bürgerkrieg. In Chicago endete eine wochenlange Schlacht mit einem halben hundert Toten und einem halben tausend Verletzten. Der Anlass war der Mord an einem Schwarzen gewesen. Der junge Neger hatte im See gebadet, war zu weit hinaus geschwommen und hatte sich mit letzter Kraft an einen Balken geklammert, der langsam dem Ufer zutrieb, leider an das für Weiße reservierte. Er wurde mit Steinen bombardiert und ging unter. Man sollte solche Sachen nicht unnütz breittreten. Gebot nicht die Heilige Schrift, Sünden einfach zu vergeben. In Wahrheit war die Welt in Ordnung, nicht wahr? Es ging vorwärts, Wohlstand und Handel wuchsen. Die Herren des großen Geldes steckten ihre hilfreiche Hand nach Südamerika aus, wo noch viel Armut herrschte und taten manches Gute, indem sie die Kupferminen übernahmen. Sie zerschnitten auch endlich die unfaire Wirtschaftsverbindung England-Japan und stiegen ihrerseits in das Geschäft mit China ein. Das nannten sie eine Tür aufstoßen. Offene Türen schließt man auch im Wracken Europa auf. Fort ging nach Köln, um den armen deutschen Autos zu bauen. General Motors kaufte sich bei Opel ein. Alle waren zufrieden. Morgan, Rockefeller, Harding, Samuel Goldwyn, Louis Meyer, Al Capone und Mr. Babbitt. Als Harding 1923 unerwartet starb, wurde sein Schützling Calvin Coolidge dreißigster Präsident. Coolidge, einst ein unauffälliger Rechtsanwalt des Massachusetts, war ein redlicher und kluger Mann. Er war mager, tiefe Falten und Wellen durchzogen sein Gesicht. Mir gefiel er, ich war damals ein Kind und sein Kopf war das erste Porträt, das zu zeichnen mir gelang. Deshalb. Er strahlte weder die vertrauenerweckende Behäbigkeit Hardings aus, noch die leicht irre Dynamik Teddy Roosevelts, noch den Blockhüttengeruch Old Hickory Jacksons. Er roch nach nichts, nicht einmal nach Geld. Er hielt, was sein Vorname versprach. Er redete wenig, doch was er sagte, hatte Hand und Fuß. Zum Beispiel, in den letzten 150 Jahren hat unser Land mehr Fortschritte gemacht, als die ganze Welt, von Cäsar bis Washington. Coolidge administrierte die USA von 1923 bis 1929. Er administrierte. Regieren oblag anderen, das wusste er. Die Verbrechersyndikate waren ein Staat im Staate, das wusste er auch. Das Leben war überall und zu jerem Zeitpunkt in Gefahr, auch ohne Krieg. Er sah auch das. Ich halte ihn für so hellsichtig, dass er das nahe Erwachen ahnte und es nicht aus dem Fenster des Weißen Hauses mit ansehen wollte. Wenn Mellon im Havelock und Zylinder abends noch auf einen Sprung ins Weiße Haus kam, sah er den Präsidenten resigniert, und so wenig zu Hause, als sei er schon beim Kofferpacken. Mellon, Coolidge-Schatzminister und nebenbei Banquet und Aluminium-Milliardär, gehörte zu den wirklich Regierenden. Ich komme gerade aus dem Konzert des Philadelphia Orchestra, Mr. President. Sie sollten sich nicht so vergraben. Ein großartiger Abend. Ich habe zum ersten Male Toscanini gehört. Er wird in der Met auch Verdi Dirigieren. Anschließend kommt die ganze Wiener Staatsoper nach Boston. Ich sehe, wir kaufen in Europa fleißig Kultur ein. Jeder wie er kann, Mr. President. Ich kann mir ein Dürer kaufen, während Dürer sich keinen Mellonschen Aluminiumtopf kaufen konnte. Ich sehe nicht ein, warum man mich, wäre ich Europäer, als einen legitimen Bewunderer Dürers bezeichnen würde. Und nun als Amerikaner bin ich ein Mann, der sich Kultur kauft. Kauft sich Krupp nicht ebenso Kultur? Schon möglich. Ist es interessant, Mellon? Sehr, Calvin. Und Sie sollten als Erster eine Neuigkeit erfahren. Ich werde die 21 alten Meister, die den Leningrader Eremitage abschlossen muss, en bloc kaufen. Ich zahle die 7 Millionen Dollar für alte Bilder, für Van Eyck, Raphael, Tizian, Rembrandt, für Ich tausche Aluminiumpfannen gegen unsterbliche Werke. Und ich werde sie dem Staat schenken. Und aus Steuergründen, richtig, und aus Eitelkeit, Calvin, ich werde ihnen ein Haus bauen, das ihrer würdig ist, eine Nationalgalerie in Washington. Das ist generös, Mellon. Ich merke, dass wir doch wohl in einer schönen Zeit leben. Ich werde versuchen, heute noch ein bisschen daran zu denken. Haben Sie gehört, was Herbert Hoover heute in der Wahlkampfrede gesagt hat? Nein. Hat er wirklich etwas gesagt und nicht nur gesprochen? Er hat gesagt, die USA seien im Begriff, die Armut endgültig abzuschaffen. Stellen Sie sich vor, er sagte abschaffen. Mellon lachte. Hurra, das wird unser nächster Präsident, der Dritte. Der Dritte? Der Dritte, der unter mir regiert. Habe ich Sie geärgert, Calvin? Nicht dem mindesten, alter Freund. Hoover wurde es. Es ist nicht schwer zu erraten, wie der neue Präsident aussah. Vertrauenerweckend natürlich, behäbig, strahlend. Er sah nett aus. Summa summarum, er war ein honoriger Mann, wie man in Bonn sagen würde. Er war auch tatkräftig, was hauptsächlich darin bestand, dass er die regierende Hochfinanz unermüdlich, wenn auch wenig erfolgreich, bekniete. Und er war ein guter Organisator. Seine Worte von 1928 aber zeigen, dass er dem verblödenden Berufsoptimismus erlegen war, dem alle diejenigen so leicht zum Opfer fallen, die sich mit Sack und Packe der Nähe der Kommandobrücke eines modernen Staatsschiffes niedergelassen haben. Während sich Coolidge, damals erst 57 Jahre alt, in seinem Haus in Cambridge im Rohrstuhl schaukelte, kam auf Hoover der ganze Kladderadatsch einer übersteigerten Wirtschaft zu. Anfangs schien diese Krise keine der ernstesten zu sein, dennoch empfand man sofort Grauen. Hatschel-Kinder werden schneller nervös als Robins und Cruises. Rückblickend ist sie ganz deutlich als Beginn der Krebserkrankung der amerikanischen Wirtschaft zu erkennen. Ja, eigentlich konnte man sogar schon das ferne Donnergrollen eines Krieges hören. Das amerikanische Produktionsvolumen überstieg seit Langem die Bedürfnisse. Darin lag der Keim der Krise. Man hatte daher als neue revolutionäre Erkenntnis die Maxime aufgestellt, dass nicht die Nachfrage das Angebot zu regeln hat, sondern das Angebot die Nachfrage. Auf gut Deutsch. Die Wirtschaft hatte nicht nur Waren zu produzieren, sondern auch Käufer. Die Bürger, diese Hammelherde, mussten verführt werden, ihr Geld für Dinge auszugeben, derer sie nicht bedurften. Der verführte Professor Unrat im Blauen Engel hat wenigstens die Entschuldigung der Natur, der Konsumsklave hat gar keine. Natürlich sagte man das nicht offen, es hätte stutzig gemacht. Man sagte es kurz und zugleich nebulös bedeutend, Geld muss umlaufen. Das ist ein Satz, der alle flotten modernen Menschen besticht. Würde er stimmen, so wäre das Perpetuum mobile erfunden. Würde er stimmen, so müsste es möglich sein, nach einer Suppe einen Fisch, nach einem Fisch ein Täubchen, nach einem Täubchen einen Schweinebraten, nach einem Schweinebraten einen Rehrücken, nach einem Rehrücken ein Kompott, nach einem Kompott einen Kuchen, nach einem Kuchen, werden Sie nicht ungeduldig, für die Wirtschaft ist das Musik, ein Schokoladenpudding, nach einem Pudding ein Fürst Pückler Eis zu verkraften, während die Küche immer weiter auf Hochtouren läuft und dampft. Der undelikate Schluss, der Zeitpunkt, sich zu übergeben, ist gekommen. Ist das so schwer einzusehen? Sind Wirtschaftler dumm? Auf jeden Fall sind Vollblut Wirtschaftler high. Sie ähneln Getrunkenen, die in jedem Nüchternen einen trübseligen Armleuchter sehen. Bitte legen Sie nun die sechste CD ein, CD Nummer 6. Die amerikanische Wirtschaft wäre schon früher in die Krise geraten, wenn sie nicht als dankbarstes Absatzgebiet Europa gehabt hätte. Aber Europa hatte sich nun zehn Jahre nach dem Kriege etwas erholt. war fleißig, weitaus genügsamer und produzierte selbst. Die amerikanische Getreide und Fleisch ausfuhr sank rapide. Amerika blieb auf seiner hypertrophen Produktion sitzen. Die Farmer waren verzweifelt. Zehn Jahre zuvor hatte der Scheffel Weizen noch fast zwei Dollar gebracht. Jetzt brachte er nur noch 40 Cents. Das russische Getreide begann den europäischen Markt zu beliefern. Es war spottbillig. Die amerikanische Baumwolle fiel von 16 Cents pro Einheit auf 6 Cents. Die Landwirte, die im Vertrauen auf das immerwährende Paradies große Investitionen gemacht hatten, konnten nicht mehr abzahlen, rissen Kreditanstalten mit, die ihrerseits ohne Rückversicherung waren, bei Großbanken betteln gingen und abgewiesen wurden. 1400 Banken krachten. Handwerker gingen bankrott, Firmen, die Verpflichtungen hatten, machten die Tore zu. Sofort griff die Krankheit auf andere Gebiete über, die alte Laie. Eisenbahnpapiere sanken innerhalb von drei Jahren von 600 auf 30, Industrieaktien von 200 auf 60. Da so gut wie jedes Unternehmen und jeder Mann durch Kredit- und Abzahlungsgeschäfte verschuldet war, wechselte das Volksvermögen in unvorstellbarem Maße seine Besitzer. Man schätzt auf 150 Milliarden Dollar, die in Noten oder auf dem Papier von einem zum anderen herumtorkelten. Wo sie zum Schluss landeten, muss ich ihn doch nicht sagen. 1930 lagen bereits drei Millionen Arbeitslose auf der Straße. Drei Jahre später sollten es schon 15 Millionen sein. Amerikas Krise hatte den ganzen Welthandel durcheinander gebracht. Die Ausläufer des Erdbebens erreichten auch Europa. Alles geriet in Stocken. Jeder bremste, dass es knirschte. Zuerst wurden die Löhne gesenkt, dann wurde entlassen. Ende 1930 waren in Deutschland vier Millionen Menschen arbeitslos. Die Amerikaner, immer nervöser, zogen private Investitionen aus Europa ab. Die Krise hatte nun gigantische Ausmaße erreicht. Mitte des Jahres 1931 versuchte Hoover, den europäischen Absatzmarkt zu sanieren, indem er einen Zahlungsaufschub der Reparationszinsen für Deutschland und aller Kreditzinsen für sämtliche Staaten Europas verkündete. Wie? Amerika verzichtete auf den Geldzufluss? Was Amerika hier tat, war, einem blutenden, blutstillende Watte auf die Wunde zu legen, um ihn sich als baldigen, literweisen Blutspender zu erhalten. Das Gesetz, unter dem Amerika im 20. Jahrhundert angetreten war, zwang den hypertrophen Koloss zu diesem Teufelskreis. Alle Welt sollte arbeiten und Geld verdienen, um in Amerika kaufen zu können. Und sie soll zugleich nicht arbeiten, sonst wird Amerika arbeitslos. So ist es in Wahrheit bis heute geblieben und so wird es bleiben, solange die USA existieren. Es gibt eine einzige Sache, die ihr Stegosaurier-Schicksal kurz aufhalten und die Uhr immer wieder zurückdrehen kann. Kriege. Wer das heute noch nicht sieht, ist ein Narr. Wer es auszusprechen wagt, wahrscheinlich auch. Amerika ist, wie wir gesehen haben, eine durch und durch friedliebende Nation und verdammt den Krieg. Aber es muss in jeden einsteigen. Coolidge hatte, als er abtrat, einen seltsamen Satz fallen lassen. Man werde ihn in der Not zurückrufen. Doch er werde nicht kommen. Die Not war da. Hoover schüttete Arbeitslosenunterstützung mit vollen Händen aus. Er errichtete Volksküchen, vor denen die verarmten Schlangen standen. Er organisierte Wärmehallen im Winter. Er kaufte Weizen, Mais und Baumwolle auf Vorrat, bis die Magazine überquollen. Es half über die nächste Runde weiter nicht. Tatsächlich war Hoover mit seiner Weisheit am Ende. Er konnte nur hoffen, dass diese Krise wie eine Epidemie von selbst absterben würde. So war die Lage, als Amerika 1932 zur Wahl schritt. In einem Punkt hatte Coolidge sich geirrt. Man rief ihn nicht zurück. Hoover im Vertrauen auf seine Integrität und seine bewiesene Tatkraft hoffte, Präsident zu bleiben. Er hoffte vergeblich. Die Wähler hatten kein Vertrauen mehr. Sie hatten auch zu dem Kandidaten der Demokratischen Partei kein Vertrauen, aber er war wenigstens ein neuer Mann. Und er schien einen eisernen, echt amerikanischen Willen zu haben, denn er war gelähmt gewesen und hatte seinen Körper gezwungen, ihm wieder zu gehorchen. Auf Begleiter gestützt war er vor dem Volk erschienen, das lange Kinn energisch vorgeschoben, wie es Siegern über Krankheit und Tod eigen ist. Der neue Präsident, der März 1933 sein Amt antrat, hieß Franklin Delano Roosevelt. Franklin D. Roosevelt erweckt zwei Assoziationen. Er war ein Verwandter des fantastischen Teddy und er war Demokrat, wie der Friedenspräsident Wilson. Wenn es eine Hypothek war, so viel ist zumindest niemand auf. Franklin Roosevelt wurde 1882 geboren. Er war also 51 Jahre alt, als er ins Weiße Haus einzog, in seinem Gefolge ein Braintrust, eine Gehirnmannschaft, etwas, was man noch nie erlebt hatte. Bisher war es immer so gewesen, dass die Präsidenten sich eingebildet hatten, selbst genug Gehirn für ihr Amt zu besitzen. Auch Franklin D. Roosevelt wollte keineswegs das Gegenteil demonstrieren. Diese Berufsdenker hatten lediglich die Funktion, die in einer Oper eine Balletteinlage hat. Das Singen besorgte er allein. Den Braintrust hatte er aus seiner Zeit als Gouverneur aus New York mitgebracht. Was er noch aus New York mitbrachte, war ein Schlagwort. Es lautete New Deal. Das heißt wörtlich Neues Neues Karten ausgeben und bedeutete schmeißt die alten Karten weg und lasst euch von Franklin Roosevelt neue geben. Vielleicht sind ein paar Joker darunter. In der Welt bekam New Deal bald den Klang von neuer Aufschwung, neuer Wohlstand, was also ganz und gar nicht drin steckte. Der New Deal Roosevelts hatte so konfuse widersprüchliche Ideen, dass er sofort scheiterte. Man kann nicht Produktion drosseln und zugleich Arbeitsplätze schaffen. Und man kann nicht einen freiwilligen Arbeitsdienst mit tatsächlich mehreren Millionen Jugendlichen zwecks Kultivierung von Land ins Leben rufen und gleichzeitig den Farmern Prämien für brachgelassene Felder zahlen. Dieser erste New Deal war angesichts einer solchen Ansammlung von Gehirnen ein erstaunlich taubes Ei, wo diese Genies nur so viel Unsinn hernehmen. Eine andere Tat Roosevelts des Jahres 1933 hatte eine weit größere Wirkung. Die Prohibition wurde ad acta gelegt. Jetzt also floss der Schnaps wieder und damit war es aus mit Al Capone und seinen Erben, oder? Die Hoffnung war genauso naiv wie der New Deal. Wenn man den Gärtnern die Rosenzucht wegnimmt, steigen sie auf Nelken um. Keiner geht in Pension. Die Überlegung für die großen Gangsterbosse war nur, auf welchem Feld konnte man weiterarbeiten. Und hier wies sich nun der Braintrust der Verbrecher als bedeutend erfindungsreicher als der von Roosevelt. Man stieg auf Rauschgift um. Marihuana und ein bisschen Morphium, das war nichts Neues. Nein, man dachte an das Stärkste, das Teuerste, das Beste, das Versklavenste, das es gab an Heroin. Und es musste ein Kundenkreis geschaffen werden, der alle Vorstellungen überstieg. Es sollten Millionen abhängig werden. Denn nun war man nicht mehr auf die USA allein angewiesen. Jetzt war das Schlachtfeld die ganze Welt. Sie musste erobert werden. Nach dem amerikanischen Way of Life sollte nun der amerikanische Way of Death kommen. Sah es Roosevelt? Dumme Frage, für solche Kleinigkeiten war ja zu groß. Sauerbruchs schneiden keine Hüde Augen. Wir müssen nun sehr vorsichtig und unvoreingenommen die Entwicklung der nächsten Jahre untersuchen. Es sind ja jene Jahre, die Welt umstülpen sollten, was freilich noch niemand ahnte. Einen allerdings gab es, der schon alles kommen sah, Roosevelt. Er ahnte bereits die Auseinandersetzung mit Hitler. Die Enzyklopädie von Brockhaus setzt seinem Weitblick ein schönes Denkmal, in dem sie schreibt, den Aufstieg aggressiver totalitärer Mächte beobachtete Roosevelt schon früh mit Sorge, sah sich aber nicht in der Lage, der neutralistischen Haltung der Öffentlichkeit entgegenzutreten. 1935 reagierte Roosevelt mit einem Ruck nach links, der seine Anziehungskraft auf die bisher benachteiligten Gruppen, Immigranten, Neger, Intellektuelle, noch erhöhte. Auch in England, das für Amerika politisch stets eine erhebliche Rolle spielte, gab es bereits einen weitblickenden Mann, den Regierungsberater Lord van Sittard, der noch früher als Roosevelt und lange vor Hitlers Machtantritt die abscheuliche Rolle, die Deutschland im Völkerleben spielte, erkannt hatte und aufrichtig hasste. So ist es nicht verwunderlich, dass Roosevelt bereits im Oktober 1937, als wir in unserer bekannten Verblendung noch ahnungslos waren, den Krieg voraus und sogar auf Amerika zukommen sah. Er sprach es offen aus. Das Volk hörte seinen Präsidenten mit großer Verwunderung und ebenso großem Ärger, denn erst ein Jahr zuvor hatte der Kongress zur Beruhigung aller ein Gesetz verabschiedet, das die USA in Kriegsfällen zu unbedingter und durch keine Allianzen zu ändernder Neutralität verpflichtete. Die Wirtschaft aber begriff. Tatsächlich kündigte sich hier aufs Wunderbarste aus dem Munde des energischen Präsidenten die Lösung des schwierigen Falles Krise an. Die Staatsschulden waren inzwischen von 16 auf 36 Milliarden Dollar gestiegen, die arbeitslose Zahl betrug immer noch 11 Millionen und nun prophezeite der Präsident einen großen Krieg. Konnte man da nicht verwundert die Hände zusammenschlagen, wie sich alles fügte. Nun bilden Sie sich meine Freunde aber bitte kein unfreundliches Urteil. Der Krieg fand in Amerika einstimmige Verdammung. Die Lösung der amerikanischen Wirtschaftsprobleme würde nur eine Begleiterscheinung werden, ein Nebenprodukt sozusagen. Der, der den Krieg vorbereitete, war einwandfrei Hitler. Er hatte schon die Maske fallen lassen, Österreich okkupiert und die Tschechoslowakei überfallen. Dazu seine gefährlichen Autarkie-Pläne, die Loslösung vom Dollar, sein Schlussstrich unter Versailles, sein Judenhass. Hier war ein Mann am Werk, der das Wasser des ruhigen Sees aufpeitschte. Im gleichen Jahr noch, 1937, begann die Auffüstung Amerikas. Auf Antrag Roosevelts bewilligte der Kongress eine Milliarde Dollar für das Heer und ebenso viel für die Kriegsflotte. Es war höchste Zeit, das bedrohte amerikanische Leben, wie Roosevelt sagte, zu schützen. Das Volk war hin, und her gerissen. War Amerikas Leben wirklich bedroht? Europa lag so weit weg. Aber Roosevelt sang seine Arien aus dem Lautsprecher. und die Zeitungen schrieben dasselbe. Und das waren Beuys, die die Welt kannten. Das waren Männer, deren Meinung gedruckt wurde und in Millionen Exemplaren in die Welt ging. Denen konnte dieser Mensch in Berlin kein X für ein U vormachen. Ein ausgeprägter Infantilismus ließ die Amerikaner in einem Maße mediengläubig sein, dass alles nur noch eine Frage der Zeit war. Und so können wir im Vertrauen auf die Entwicklung das Kapitel der amerikanischen Wirtschaftskrise schließen. Die Karten waren in der Tat neu gemischt und ausgeteilt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Das Märchen von 1914, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Industrie war startbereit, es hätte losgehen können. Zur Enttäuschung Groosevelts gab es eine Verzögerung. In England hatte Neville Chamberlain die Regierung übernommen und mit Hitler konferiert, um den Frieden zu erhalten. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen. Die verbohrten englischen Historiker haben bis heute nicht begriffen, dass Chamberlain ihnen den Krieg gewonnen hat. Der Aufschub, die Verzögerung war damals nicht das unnützeste, sondern das wertvollste, was die Alliierten sich wünschen konnten. Es ist geschichtlich erwiesen, dass 1937 das Rüstungspotenzial und die Vorbereitung Englands, Frankreichs und Polens noch so hoffnungslos zurücklagen, dass Hitler einen schnellen Krieg, der dann kein Weltkrieg geworden wäre, wahrscheinlich gewonnen hätte. Der gordische Knoten wurde durchgehauen, als Hitler am 1. September 1939, nachdem Polen das Ultimatum nicht beantwortet hatte, seine Panzer in Richtung Warschau in Bewegung setzte und die Alliierten drei Tage später Deutschland den Krieg erklärten. Roosevelt begab sich ans Mikrofon und versicherte dem Volk, er könne jetzt beim besten Willen von keinem Amerikaner mehr verlangen, innerlich neutral zu bleiben, wie das Gesetz es eigentlich befahl. Die Amerikaner staunten über diese seltsame Absolution und verfluchten trotz bester Medienbearbeitung weiter den Krieg. Volk ist kurzsichtig, alte Geschichte. Mr. Babbitt war vielleicht eben erst zum Abteilungsleiter der großen Versicherung im 36. Stock des Broadway Walton Kratzers ernannt worden. Er saß jetzt in einem Glas verschlag etwas erhöht über dem langen Saal und sah auf 86 Stinn an ihren Schreibmaschinen hinab. Er bezog jetzt 600 Dollar Gehalt und war vom Chevrolet auf einen Studebaker umgestiegen. Seine Frau war ein Jahr lang beim Psychiater gewesen. Jetzt ist alles okay und sie erwartet das zweite Kind. Hoffen wir, dass es ein echter Junior wurde, ein ganzer Kerl und vor allem ein ganzer Amerikaner. Mr. Babbitt hatte keine sonderlich interessante politische Konzeption. Offengestanden keine andere als Amerika ist das beste und freieste Land und die Amerikaner sind in Ordnung. Was er aber hatte, das war jetzt als Abteilungsleiter einen reservierten Parkplatz. Das Leben war schön. Roosevelt sollte bloß seine Finger von dem Damned Polen lassen. Es war Sonntagmorgen und Harry Smith aus Canville bei Jackson Bridge im Staat Wyoming kehrte mit seiner Frau und seinem Sohn aus der Kirche zurück. Die Sonne schien. Das Leben war schön. Nicht um viel Geld hatte Harry Smith mit einem Mann in dem stinkenden lärmenden und verbrecherischen New York getauscht. Die Smith grüßten nach rechts und nach links. Jedermann kannte sich in Canville. Die Gemeinde zählte schon 936 Seelen und ich will verdammt sein, pflegte Sheriff McGordon immer zu prophezeien, wenn wir nicht bis Exmers die Tausend erreicht haben, sofern das verdammte Europa nicht wieder in so ein verdammtes Schlamassel zieht wie 1916. Harry Smith war der gleichen Meinung. Er selbst war ja aus dem Schneider heraus, aber sein Jimmy mit seinen 20 Jahren würde dran sein und das Vieh, was sollte aus dem Vieh werden und die Zapfstelle, die er noch nebenbei betrieb, konnte er dann gleich zu machen. Alles, was er aufgebaut hatte, angefangen mit einer Wellblechhütte, bis heute zu dem Haus und den Stallungen. Ihm war der Tag verdorben, wenn er sich vorstellte, Roosevelt könnte loslegen, ein Kriegsverbrecher, aber lieber ein neuer Napoleon in Europa als Jimmy tot in Frankreich. Smith wünscht sich nicht sehnlicher als in Ruhe gelassen zu werden. Ma'am Jane hatte den Truthahn Braten im Rohr. Vorher würde Harry sich noch einen eisigen Whisky eingießen, den man ja nun endlich wieder trinken durfte und das Radio andrehen, um Musik zu hören. Er drehte das Radio an, aber er hörte keine Musik, sondern Roosevelts Stimme und sie klang verdammt ausgesprochen verdammt beängstigend, aber das musste man ihm lassen, sehr patriotisch. Der Mann war okay. Im November 1939 beschloss der Kongress auf Antrag des Präsidenten, die im Gesetz verankerte Neutralität so weit zu umgehen, dass die USA mit voller Kraft die europäischen Alliierten mit Kriegsmaterial und notfalls mit Lebensmittel aus der amerikanischen Landwirtschaft versorgen konnten. Allerdings ging die Liebe nicht gar zu weit. Die Lieferungen mussten selbst abgeholt und vorher bezahlt werden. Falls dies über Kredit geschah, dann aber bitte nicht über Kredite des amerikanischen Staates. Ausgeschlossen. Ein halbes Jahr später stand fest, dass die Hilfe nichts nützte. Hitler hatte nach Polen, auch Holland und Belgien überrannt, Frankreich besiegt und zur Kapitulation gezwungen. Churchill, der soeben Chamberlain abgelöst hatte, schrie um Hilfe. England befürchtete täglich die Invasion. Das half. Der Kongress ging von seinem Ausgeschlossen ab und bewilligte 37 Milliarden Dollar, um England mit Kriegsmaterial zu unterstützen. Er lieh auch in Form einer Verpachtung 50 Kriegsschiffe und dann tat er etwas Unglaubliches. Er gab an die Flotte den Befehl, alle deutschen U-Boote und Kriegsschiffe zu versenken, sobald sie in Gewässern auftauchen sollten, die man als Schutzgürtel für die Verteidigung Amerikas betrachten müsse. Im Klartext hieß das den Wasserweg zur Versorgung Englands. Die vierte Überrumpelung des Volkes war die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Es lag Roosevelt daran, alles möglichst schnell durchzupauken, um ein Zurück kaum noch möglich zu machen. Und so stellte er sich im Winter 1940 zum dritten Mal zur Wahl. Das war in der Geschichte der USA unerhört. Seit einst der Patriarch Washington eine dritte Präsidentschaft abgelehnt hatte, hatte niemand mehr gewagt, diese Überlieferung zu verletzen. Die Opposition gegen Roosevelt war stark. Ihre Führer trugen prominente Namen. Senator Teft aus Ohio, Senator Wandenberg aus Michigan und ein Gouverneur von New York. Sie führten nicht nur die geheilige Tradition ins Feld, sie sprachen auch in einer Deutlichkeit aus, was sie von dem Menschen Roosevelt hielten. Sie warfen ihm eine Menge unschöner Eigenschaften vor, Wortbrüchigkeit, krankhaften Starrsinn, unglaubliche Vorurteile und Freundchenwirtschaft. Man warf ihm vor, sofort nach Amtsantritt und ohne jede Prüfung das bolschewistische Sowjet-Russland diplomatisch anerkannt und als Beschützer der Unterdrückten bezeichnet zu haben, obwohl jedermann von den Schauprozessen, den tausendfachen Morden und den sibirischen Lagern gehört hatte. Man warf ihm vor, von den Verhältnissen in Europa keinen blassen Schimmer zu haben und auch keinen haben zu wollen. Es stand also sehr vieles gegen eine dritte Wahl. Eine Erhebung Zeitpunkt fast 80% der Amerikaner gegen jede Beteiligung am Kriege waren. Aus einem einzigen Grunde wählte das Volk Franklin D. Roosevelt abermals zum Präsidenten. Den Grund umschreibt auf das Einfachste ein amerikanisches Sprichwort. Man darf das Pferd nicht mitten im Rennen wechseln. Das Rennen aber, und das hatte Roosevelt gewollt, lief bereits. Im November 1940 kam Molotow nach Berlin, um Hitler ein Bündnis anzubieten. Er kam mit dem Ehe eines Komplizen, der einem anderen anbietet, halbe halbe zu machen. Was er als Preis für die wohlwollende Neutralität an Beute nach dem deutschen Siege forderte, quasi den halben Balkan, ließ Hitler die Zornesröte ins Gesicht steigen. Er ahnte nicht, dass Roosevelt später einen weit höheren Preis für Russlands Hilfe zu zahlen bereit war. Diese Stunde, meine Freunde, diese Stunde, in der Hitler Nein sagte, war die Schicksalsstunde Deutschlands, die Schicksalsstunde Europas und wahrscheinlich der ganzen Welt. Hier verlor Deutschland den Krieg, der Osten seine Freiheit, England sein Weltreich. Die Antwort an Stalin war der Einmarsch der deutschen Truppen in Russland am 22. Juni 1941. Roosevelt bebte, sein Russland, der Beschützer der Armen und Unterdrückten. Sofort nahm er Russland in den Leih- und Pachtvertrag auf und begann ungeheure Mittel zur Kriegsführung nach Moskau zu pumpen. Vom Flugzeug und Jeep bis zur Konservenbüchse inklusive Öffner lebte bald die ganze russische Front von Roosevelt. Es störte ihn nicht, dass es dasselbe Russland war, dass sich bei der Zerstückelung des besiegten Polens bereits seinen Beuteanteil genommen und 10.000 polnische Offiziere erschossen hatte. Nichts störte ihn. Keine kommunistische Diktatur, keine Morde, kein Imperialismus, nichts, nur Deutschland. Ich versuche mir klarzumachen, mit welchen Gefühlen ich das ich glaube mit gar keinen. Meine Gefühle für diese Zeit sind erstorben. Gut so. Ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft. Dann lebe ich wohl in der schmalen Gegenwart. Ja, das stimmt. Mir ist, als lebte ich zwischen Euphrat und Tigris. Nein, nein, ich meine nicht Sküla und Charybdis. Ich schreibe mit dem Herzen des biblischen Hesekiel. Das ist alles. Roosevelt's Problem war, wie man in den Krieg eintreten konnte, ohne den ersten offenen Schritt zu tun. Das erfordert feinste Diplomatie. Das verlangt subtilste Staatskunst. Man hatte da schon eine Idee, aber es war zweifelhaft, ob Deutschland darauf hereinfallen würde. Der Plan war, nicht Deutschland selbst, sondern seinen Verbündeten Japan zu provozieren. Die Japaner hatten eben Korea und Manchukuo besetzt. Weiß der Kuckuck, wo Manchukuo lag, aber es war eine Möglichkeit, sich einzumischen und ein Ultimatum zu stellen. Ultimaten sind immer gut. Sie zwingen, den anderen klein beizugeben oder mit den Fäusten loszugehen. Vielleicht gelang es, vielleicht ging Japan mit den Fäusten auf die USA los. Der Plan gelang. Japan, trotz der Warnung des erschrockenen Hitler, zog blank. Roosevelt war alle Sorgen enthoben. Der amerikanische Geheimdienst meldete die Absicht Japans, in den Morgenstunden des 7. Dezember, also in wenigen Tagen, einen vernichtenden Luftangriff auf die Pazifikflotte in Pearl Harbor zu unternehmen. Pearl Harbor auf Hawaii war voll gepfropft mit amerikanischen Kriegsschiffen. Ein hochexplosiver Punkt auf der Landkarte. Immer präzisere Nachrichten liefen ein. Und als der 7. Dezember anbrach, kannte man, das ist inzwischen belegt, den japanischen Angriffsplan bis ins Detail. Was tat Roosevelt? Nichts. Pearl Harbor sollte sein Lusitanier werden. Ein bisschen teurer allerdings. Alles lief wie am Schnürchen. Ohne Störung rasten die japanischen Flugzeuge heran. Und ohne Gegenwehr zu finden ließen sie die Todeslast auf die amerikanischen Schiffe fallen. Acht Schlachtkreuzer sanken mit Mann und Maus. Die Lusitanier hatte einst 128 Amerikanern das Leben gekostet. Roosevelt's Pearl Harbor kostete 4000 Tote. Nach dem Kriege hat es noch viele Jahre gedauert, bis die wahren Zusammenhänge herauskamen. Heute bestreiten sie nur noch hauptamtliche Geschichtskosmetiker. Amerika kochte vor Empörung. Von einer Stunde auf die andere verwandelte sich das herzensträge und geistesabwesende Volk in ein Volk von kurdischer Blutrache. Durch diesen unerhörten Angriff auf die friedlichen USA ergaben sich die nächsten Schritte von selbst. Und jeder Amerikaner war mit ganzem Herzen dabei. Roosevelt erklärte Japan den Krieg. Hitler war im Zugzwang. So wie Wien 1914 den Kaiser in den Krieg gerissen hatte, so riss nun der verhängnisvolle japanische Überfall Deutschland in den Krieg gegen die USA. Es war geschafft. Die Machtmittel, die die USA an die Fronten warfen, waren gigantisch. 290.000 Flugzeuge, 25.000 Panzer, 17 Millionen Gewehre, 300.000 Kanonen, 40 Milliarden Schuss Munition und tausende von Schiffen und Truppen, die mit allem ausgerüstet waren, was ich denken ließ. Der zweite Weltkrieg dauerte sechs Jahre. Ist das alles, was ich über diesen Krieg, der uns zur Schlachtbank geführt hat, zu sagen habe? Ja, das ist alles. Wovon sollte ich sprechen? Von den Schlachten, von den Toten, den Heldentaten, den Ängsten, den Tränen? Schmerzen und Tränen machen keine Geschichte, vergessen Sie es. Die Göttin Clio ist kalt wie eine Hundeschnauze. Also, der zweite Weltkrieg dauerte sechs Jahre. Es siegten das amerikanische Kriegsmaterial und das Corned Beef, der russische Winter und die unerschöpflichen Menschenmassen Moskaus, Lisa Meitner und Wilhelm Canaris. Seit Januar 1943, als Churchill und Roosevelt sich nach der Entscheidungsschlacht von Stalingrad in Casablanca trafen und verkündeten, bis zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands zu kämpfen, befand sich ganz Amerika schon im Siegesrausch. Ende des Jahres 1943 bekam Roosevelt zum ersten Mal den mythenumwobenen Stalin zu sehen. In Teheran standen sie sich Auge in Auge gegenüber. Das also war er, der Beschützer der Entrechteten, der Herrscher Russlands. Welch ein Koloss, welch ein lebendes Denkmal. Das Denkmal befand sich in keiner freundlichen Stimmung. Es forderte endlich die Invasion, den Fangstoß für Deutschland. Warum zögerte Amerika noch? Nein, es zögerte nun nicht mehr. 1944 landeten die Alliierten in Italien und in der Normandie. Viele Amerikaner sahen dabei erstmals die Heimat ihrer Väter wieder. Mit welchen Gefühlen? Ja, das war eine verdammte Frage. Daran musste man denken. Vor der Landung in Italien hielt US-General Patton daher eine Ansprache an seine Truppen. Wenn wir jetzt landen, werden wir deutsche und italienische Soldaten vor uns haben, die anzugreifen und zu vernichten, wie die Ehre und das Privileg haben. Viele unter uns haben in ihren Adern deutsches oder italienisches Blut. Sie mögen sich erinnern, dass ihre Vorfahren die Freiheit so sehr liebten, dass sie ihr Land verließen und den Ozean überquerten in der Hoffnung, sie dort zu finden. Die Vorfahren der Leute, die wir nun töten werden, hatten nicht den Mut, ein solches Opfer zu bringen, und deshalb fuhren sie fort, wie Sklaven zu leben. Von allen Ansprachen vor einer Schlacht gibt es in der Weltgeschichte keine, die so gemein ist, ja, auch, aber das ist uninteressant, keine, die so erschreckend deutlich das böse Gewissen verrät. Und nun, alle Scheinwerfer auf zum Finale. Yalta, Februar, 1945. Der Krieg war gewiss eine Tragödie von antiker Größe, aber trotz allem Inferno noch erkennbar als Wutausbruch des Gottes Mars. Was in Yalta geschah, war ein grausiger Spuk. Dort auf der sonnigen Krim traf Roosevelt zum letzten Mal Stalin. Dass Churchill dabei sein durfte, war das Äußerste, was Roosevelt zugestand. Im Rausch der Allmacht, in der Stimmung eines Weltenrichters fand er, dass er und Stalin genügt hätten. Seine Begleitung war entsetzt. Jedermann sah, dass der Präsident nicht mehr ganz klar war. Er hörte sich schon lange keinen seiner Experten mehr an und ließ alle Akten, die man ihm für Yalta erarbeitet hatte, unbeachtet liegen. Auf der Überfahrt hatte er die Zeit vor Hollywood Filmen oder an Deck liegend und Dösen verbracht. Er träumte, wie Arthur Conte aus Äußerungen nachgewiesen hat, von einer gemeinsamen Weltherrschaft durch ihn und Stalin. Augenzeugen berichten, dass er geradezu kindisch um die Liebe des bewunderten Stalin buhlte. I like Onkel Joe and it seems he likes me too. Man möchte es nicht glauben, dass dieses senile Betteln um Liebe und Ruhm die Grundstimmung des mächtigsten Mannes der Welt war, der im Begriff stand, diktatorisch und vollständig gefühllos über fremde Völker zu verfügen. Es gibt heute keinen Zweifel mehr. Er war, wie später eine französische Zeitung schrieb, in einen sanften Irrsinn gerutscht. Stalin hörte sich ein Weilchen seinen Salbanern an, dann schritt er zur Tagesordnung. Sofort nahm Roosevelt die Pose des harten Realisten an. Während sie noch das erste Glas hoben, präsentierte er aus dem Stehgreif Stalin die Idee, 50.000 deutsche Offiziere erschießen zu lassen und brachte einen Toast darauf aus. Onkel Joe lächelte. Sie werden etwas vermissen, in der Tat. Hier vermisst man, Churchill aufstand und nach Hause fuhr. Er tat es nicht, er protestierte ein bisschen, aber er blieb sitzen und wurde und wurde damit zum Komplizen. Von Polen, für dessen Unversehrtheit man gekämpft hatte? Von all diesen Idealen war nicht mehr die Rede. Stalin diktierte. Für ein Linsengericht erwarb er die Herrschaft über Osteuropa, über den halben Balkan und über die Mongolei. Er verschob mit seiner starken Hand Polen nach Westen wie eine leblose Schachfigur und schnitt Deutschland mitten durchs Herz. Dann streckte er dem Amerikaner die Hand hin und versprach, Japan pro Forma noch den Krieg zu erklären. Das war der Topf voll Linsen, den Roosevelt nach Hause brachte. Er fuhr nach Amerika zurück in einem Zustand der Verzückung. Die Saat von Yalta würde der ewige Friede auf Erden sein und er selbst der einst ein Mythos. Franklin Delano Roosevelt erlitt das Ende jenes anderen amerikanischen Kriegspräsidenten Wilsons, der vor sich hin dämmernd verschied. Er starb am 12. April 1945. 18 Tage später folgte ihm Adolf Hitler auf dem Weg zum ewigen Richter. Der Dreißigjährige Krieg gegen Deutschland war aus. Die Amerikaner drüben haben wahrscheinlich nicht sehr viel von der europäischen Tragödie erfahren. Natürlich legten die Zeitungen jeden Morgen zum Frühstück die neuesten Nachrichten neben das Butterbrot, den Selbstmord Görings zum Beispiel oder die Erhängung der Kriegsverbrecher recht so. Haben sie auch gewusst, dass amerikanische Soldaten den alten Esra Pound ihren großen Dichter als Kollaborateur auf dem Marktplatz von Pisa in einem Käfig ausstellten? Nein, recht so. Hätten sie dabei an Sitting Bull gedacht? Nein, recht so. Sie wünschten die letzten fünf Jahre zum Teufel und machten und machten sich auf die Socken, um nachzusehen, wie es mit ihrem Job stand. Und sie gingen zum nächsten Dragstore und ließen Care-Pakete nach Deutschland senden, teils weil sie dort Verwandte hatten, teils weil sie gute Menschen sein wollten. Von den makaberen Plänen, die in der Schublade Henry Morgenthau lagen, wurde keiner verwirklicht. Denn inzwischen war ein neuer Mann, ein nüchterner Typ, zur Regierung gekommen, Harry Truman, der Vizepräsident. Ich höre immer wieder, er sei kein übler Präsident gewesen. Er habe sich von Russland distanziert, er habe das Leben, auch in Europa, schnell normalisiert, er habe die Gründung Israels protegiert und er habe Deutschland geschont, soweit er konnte, in der richtigen Erkenntnis, dass ein ruiniertes Deutschland ein sehr unbefriedigender Kunde sein würde. Truman war ein im bekannten Sinne liberaler, duldsamer Mensch. Er duldete, dass durch Waffengewalt und mit einigen Millionen Toten ein zweites kommunistisches Riesenreich entstand. Als General MacArthur, hervorragender Flegel, aber realistisch, nach China gehen und Mao schlagen wollte, winkte er ab. Nein, nein, bitte nicht schlagen, nicht wir. Er stellte auch die Hilfe an Chiang Katschek ein. So sehr liebte er den Frieden. Und als der sprichwörtliche böse Nachbar ihn zwang, doch noch einmal Krieg in Korea zu führen, drang sein gutes Herz abermals durch. Nach drei Jahren einigte man sich mit dem kommunistischen Nordkorea halbe, halbe. Hier kann man eine ganz merkwürdige Beobachtung machen. Von nun an traut Amerika gleichgültig unter welchem Präsidenten sich nicht mehr einen Krieg, in den es sich einmischt, zu Ende zu führen. Es ist der Gefangene seiner eigenen Phrasen geworden. Es hat den deutlichen Anschein der Furcht. Furcht vor einer Niederlage wäre zu verstehen, aber es handelt sich ganz offensichtlich um die Furcht vor einem Sieg. Ein wahrhaft guter Staat hat weder zu verlieren noch zu siegen. Er hat ganz einfach gut zu sein. Warum? Ich verstehe es sehr gut. Ich glaube, dass Amerika an Vergangenheitsbewältigung leidet. Es gibt nur zwei Nationen in der Welt, die sich diese Verpflichtung einbilden und sich entsprechend idiotisch benehmen. Wir und die USA. Wir, weil wir so schlecht sind. Amerika, weil es so gut ist. Der einfache Mann hat keinen Teil daran, weder im deutschen noch im amerikanischen Volk. Ich bezweifle, dass Mr. Babbitt das, was in der Welt geschah, überhaupt realisierte. Ein von der Geschichte im Schnellverfahren galvanisiertes Volk wie das amerikanische ist gegen Weltschmerz und Weltfreude gefeit. Es sieht sein enges Leben in einer ganz anderen Dimension als das der übrigen Welt. Auch Lachen und Weinen werden Gebrauchsgüter. Es ist schier unfassbar, was es alles hinter sich getrampelt hat in kürzester Zeit und in einem Tempo, dass man kaum nachkommt. Es gibt wohl Narben im Gesicht des Einzelnen, aber keine im Gesicht des Volkes, das immer noch glatt wie ein Kinderpropo ist. Wie hatte Roosevelt am Tag der Nationen gesagt, Gott der Freien, wir geloben unser Herz und unser Leben, der Sache der gesamten freien Menschheit. Unsere Erde ist nur ein kleiner Stern im großen Universum, doch wir können, so wir wollen, aus ihr einen Planeten machen, der vom Kriege nie mehr heimgesucht und von Furcht verschont ist. In diesem Glauben lasst uns marschieren, auf die saubere Welt zu. Amen. Das ist schön, direkt poetisch. Ach ja, beinahe hätte ich noch etwas vergessen. Es war Truman, der entgegen dem Rat der Generäle die ersten Atombomben auf ein Land werfen ließ, das bereits in Kapitulationsverhandlungen stand. Die Bombe von Hiroshima tötete 92.000 Menschen und verstümmelte 37.000. Die Bombe auf Nagasaki tötete 40.000 und verstümmelte 60.000. Nun stehen wir bereits in unserer eigenen Zeit. Für die Amerikaner zerfällt die Welt heute in zwei Teile. Da gibt es die schlechten Völker, die erzogen werden müssen und es gibt die anderen, die so gut sein wollen wie wir, um es wörtlich zu zitieren. Wir Deutsche haben es geschafft. Wir sitzen im guten Zug. Vor uns die D-Zug-Lokomotive USA, mit der es voll Dampf voraus in den Fortschritt geht. Von allen europäischen Waggons ist unserer der vorderste. Wir sind Amerikas liebstes Kind, da darf uns nichts irre machen. Was wir sind und wie wir sind, das danken wir ihm. Seit 30 Jahren wachen wir mit Amerika auf und gehen mit Amerika zu Bett. Es war zuerst unser Bezwinger, dann unser Richter und Henker, dann unser Umerzieher, unser Sittenpapst, unser Evangelist. Seit 30 Jahren sehen wir Amerika als Schlichter, als Gouvernante der Völker, als Guten Hirten, als Verführer, als Anstifter und Kriegsechter, als Entspanner und größten Waffendieferanten der Welt, als Heilsapostel der Rassen und als Rassenhasser im eigenen Land, als Erfinder der Lebensqualität und als Erfinder der tödlichsten Waffen, als Erfinder des Salgserums und des Napalm, als Erfinder der Jeans als Gesinnung und der Sterbehilfe für 7,50 pro Stunde, des Instant Cafés und der Instant Historie, als Zeigefinger und als Marschierer durch Milei mit erhobener Maschinenpistole, als Kornkammer Russlands und Verfechter von Sanktionen gegen Rhodesien, als lästigen Vater der Bürger und als verzeihende Mutter der Verbrecher, als Retter der Menschheit und als Ausplünderer der Erde. Amerika ist zum Albtraum der Welt geworden. Toynbee. Wir haben alles miterlebt, Schönes und Scheußliches, Kämpfe und Kriege irgendwo. Wie viele waren es? Konferenzen, die alle unnütz waren, Pläne und Vorsätze, die nie verwirklicht wurden, Verbrechen, Rauschgift, Menschenraub, als tägliches Brot. Und immer wieder reden, 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 von einer besseren Zukunft, von Frieden und Gerechtigkeit. Und was wir vergessen haben, liegt in den Archiven auf Hunderttausenden dann Kennedy, es gab einen Johnson statt Marion Monroe, was viel stilvoller gewesen und auch besser im Gedächtnis geblieben wäre. Dann kam ein Mann namens Nixon und einer namens Ford, sie machten, ja, was machten sie? Hat Washington nicht aufgehört zu regieren? So wie Senatus Populus Quir Romanus aufgehört hatte, Weltgeschichte zu machen, als Spätrom vor Kraft und Macht zu strotzen schien? Gewiss, die Adresse für Staatsgeschäfte ist für die westliche Welt immer noch Washington, aber es ist eine Deckadresse für Provinzler. Eingeweihte richten ihre Briefe gleich nach New York. Es wäre Blindheit nicht zu sehen, dass jetzt alles von dort erledigt wird. Und das Gesetz der Wall Street ist nicht politisch, es ist Merkantil. So kommt es, dass man in keinem Schritt Amerikas mehr die Politik herausleuchten sieht. Die Parteien sind eine Farce, die Programme sind eine Farce, die UNO ist eine Farce, die Kriege Amerikas sind eine Farce, Amerika hat keine Überzeugung mehr. Dies alles würde das impotente Dahinfließen der Jahre nicht stören. Wäre die ganze Erde auf dem gleichen Wege der politischen Vergreisung, wäre die Unpolitik der USA, ihr Narzissmus, ihr perfider Geldrausch ohne weltanschaulichen hochpolitischen Gegenspieler. Aber die Katastrophe ist, dieser Gegenspieler ist da. Es ist die kommunistische Welt. Der Kommunismus ist heute das einzige noch hochpolitisch weltanschauliche Gefüge. Der tiefere Grund, warum der Kommunismus das letzte politische Dynamit ist, liegt darin, dass er eben keine Partei ist. Der Kommunismus ist ein religiöses Bekenntnis. Die Sorglosigkeit der Hochfinanz wird daher tödlich ausgehen, wie die Sorglosigkeit Roms vor der Lehre des Christentums tödlich ausging. Und genau wie alle anderen Religionen ein Wenn eingebaut haben, erst wenn wir tot sind, werden wir im Paradies leben, hat sich auch die kommunistische Lehre abgesichert. Erst wenn die ganze Erde kommunistisch ist, werden wir im Paradies leben. Gläubige sind unbelehrbar. Die Leiden und Schuldige in der Inquisition haben damals nicht den Glauben an einen gütigen Gott erschüttert. Die Leiden in den bereits kommunistischen Staaten tun es auch nicht. Gerade darin liegt die Macht. So war die Situation in den 50er Jahren, als die USA einen Schritt taten, der sie für die nächsten 100 Jahre aller Sorgen beheben sollte. Selbstreden war der Schritt nicht politisch, obwohl er sich das Mäntelchen der Politik umhängte, sondern wirtschaftlicher Natur. Industrie und Geldwirtschaft hatten in den Staaten gigantische Ausmaße angenommen. Eine Weiterentwicklung, die ja die Bibel der Wirtschaft lehrt, war einfach nicht denkbar. Man kann mit dem nötigen Druck jemandem ein fünftes Auto pro Jahr und eine zwanzigste Flasche Coca-Cola pro Tag aufzwingen. Aber niemand wird sich privat ein Bombengeschwader oder einen Staudamm zulegen. Es ging um das ganz große Geschäft. Die Hochfinanz sah sich noch einmal gründlich den Atlas an. Was er zeigte, waren zahllose bunte Flecken auf den Karten Afrikas, Asiens und Polynesiens. Alle diese Länder dort besaßen noch keinen Staudamm und kein Bombengeschwader. Leider besagte die Buntheit der Flecken, dass diese Gebiete unter der Hoheit europäischer Staaten standen. Aus dieser Erkenntnis leitete sich für die amerikanische Hochfinanz ab, dass die Lösung des Problems eine zweistufige sein müsste. Es galt als erstes, die Schalmai zu blasen für die Befreiung der Kolonien. Die ganze Schar der verschwiemelten Gesundbeter, Presse, Soziologie, Rundfunk und Kirche stellte sich sofort in den Dienst dieser moralisierenden Idee. Bald schlug sich die westliche Hammelherde zerknirscht an die Brust. Es dauerte nur wenige Jahre, da gab es keine Kolonien mehr. Der Zustand, in den diese dritte Welt – Name ist alles, Gefühl ist Schall und Rauch – durch die überstürzte Abwerfung der Ketten geriet, war schlimm. Stammeskämpfe, Aufstände, Hass und Streit um die Macht ruinierten sie, machten sie ausgebrannt und hilflos. Für ganze Volksverbände kam im Gewand der Freiheit der Tod. Untereinander waren die farbigen brutaler als jemals ihre weißen Herren. Der Wall Street traten die Tränen in die Augen. Es galt, Teil zwei des großen Planes aus der Tasche zu ziehen. Er war von verblüffender Einfachheit. Alle Industriestaaten der Erde sollten auf lange Sicht und immer aufs Neue den unterentwickelten Ländern Geld geben, um die armen befreiten Völker auf das Niveau der Europäischen zu heben. Eine einmalige Idee. Bis auf den heutigen Tag habe ich das Staunen nicht verwunden. Dass Millionen von Weißen dazu mit dem Kopf nicken und sich gehorsam diesen Mühlstein um den Hals hängen lassen. Den Skorbut von Völkern heilen gut, ihren Hunger stillen sehr gut, ihr Leben sichern hervorragend, aber zu verlangen, dass die Supermärkte allen Kramläden der Welt das Geld geben, damit sie auch Supermarkt werden, der Ruin. Die Idee der Entwicklungshilfe, den Europäern mit der weinerlichsten Nächstenliebe der Heiligen der letzten Tage vorgetragen, wurde ein Senkrecht Starter. Ich erinnere mich noch deutlich des Tages, an dem aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung der damalige Bundespräsident Lübcke das Wort Entwicklungshilfe wie eine Brandfackel in das Stroh der führenden Köpfe schleuderte. Es gibt eine hypnotische Anfälligkeit, vor der einem die Hände mutlos heruntersinken. Wie die Wallstreet befahl, verschenken wir nun Milliarden und Milliarden an die, die die erbittertsten Feinde der Weißen und skrupellos rassistisch sind. Ich sage schenken, denn nur ein Fantast kann glauben, dass ein Idi Amin oder Angola ihre Schulden jemals zurückzahlen werden. Die Regierungen der zahlenden Länder rechtfertigen die verschleuderten Steuergelder damit, dass Entwicklungshilfe stets auch Arbeits- und Lieferaufträge bringe und damit Arbeit und Brot. Hier kapituliere ich endgültig. Wäre der Effekt nicht absolut der gleiche, wenn der Staat die Steuermillionen sofort und ohne den Umweg über Afrika direkt der heimatlichen Industrie gäbe? Aber etwas anderes ergibt scheinbar keinen Sinn. Warum hat die Wall Street das ganze Unternehmen weltweit gestartet? Was hat sie davon, wenn zum Beispiel Deutschland Geld an Saire gibt und Saire es für deutsche Industrielieferungen wieder zurückgibt? In der Tat davon hat sie gar nichts. Und es sollte auch nicht dabei bleiben. Zum dritten Mal wurde die Propagandamaschine in Gang gesetzt. Wieder triefte die Begründung von Humanität. Rein zweiseitige Abkommen seien aus politischen und ökonomischen Gründen zwar gut für das Geberland, entsprechen aber nicht den Interessen der Entwicklungsländer. Die Entwicklungsländer müssen unter konkurrierenden Angeboten das günstigste wählen können. Muss ich Ihnen das noch kommentieren? Die Beschenkten müssen wählen können, ob sie unser Geld wieder an uns oder lieber Amerika zufließen lassen möchten. So ist es tatsächlich gekommen. Amerika gründete internationale Organisationen, die jetzt die Verteilung übernehmen. Die USA schienen am Ziel, aber es gab ein böses Erwachen. Plötzlich flammten neue Revolutionen und Bürgerkriege in den befreiten Ländern auf. Präsidenten wurden gestürzt, flohen mit der Kasse in die Schweiz oder wurden abgeschlachtet. Nach blutigen Gemetzeln verwandeln sich quasi über Nacht die Staaten in rote Diktaturen. Alles hatte Amerika geliefert, vom Bomber bis zum Kühlschrank, nur eines nicht, einen Inhalt, eine Fahne. Blechseelen können das entbehren, Naturkinder nicht. Es gab nur eine Macht, die im Besitz einer Fahne war, Russland. Durch Missionare wie einst die Christen gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker, brachten sie, während Amerika hökerte, ihren Glauben zu den sehnsüchtigen Völkern und wenn es nicht anders ging, durch das Schwert, auch wie einst die Christen. Mit dem Schwert durchhieben sie die Nabelschnur zur westlichen Welt. Asien und Afrika brennen an allen Ecken und Enden. Die Narren, die glaubten Weltpolitik, ohne Politik machen zu können, haben die Schlacht verloren. Die Geschichte der USA ist zu Ende. Was ist das, was ich noch schreibe? Mein Schwanengesang? Ach, sie wissen nun wieder nicht, was das traurige Wort bedeutet. Ich lese es ihnen aus Meyers Lexikon vor und der Einfachheit halber nehmen sie an, dass ich wie sie dabei lächle. Der Schwan hat eine laute, besonders aus der Ferne wohlklingende Stimme, die er auch im Flug und in der Not, wenn ihm das Eis den Zugang zu seiner Nahrung verschließt und er nicht mehr die Kraft zum Weiterziehen hat, anhaltend hören lässt, oft bis zu seinem Tode. Wenn er wirklich sterbend noch singt, so schauerlich es ist, sei sein Tod gepriesen. Ich wünschte, ich könnte ihn haben. Wie aber, wenn wir seine Stimme nur nicht verstehen, wenn er nicht singt, sondern schreit. Es ist traurig für ein Tier, die Welt verlassen zu müssen, seine Welt, den See, die Wiesen, die Wälder, die Gräser, die aufgehende Sonne, die Panstage, die lautlosen Nächte im Schilf, die ewig gleiche Welt, so klein, aber im Gleichklang mit dem Universum und so gehorsam wie ein Echo. Und wir? Unsere Welt? Was ist in unseren Händen geblieben? Was können wir unseren Vätern antworten, wenn sie fragen, was wir mit dem Erbe des 19. Jahrhunderts, des perikleischen Zeitalters getan haben? Was halten wir in Händen? Wir haben alles vertan, was uns ein guter Gott gegeben hat. Heute haben wir nicht einmal mehr den Frieden der ärmsten Kreatur. Es ist alles kaputt in unserem Herzen. Es schlägt wie rasend, aber es ist leer. Die Sehnsucht nach Heimkehr an das Herz der großen Mutter ist erloschen. Wir sind einsamer als der Schwan. Unsere Kehle ist zugeschnürt. Es ist alles kaputt. Verzeiht uns. Wer? Wer soll der Glaube ist kaputt. Niemand hat mehr die Inbrunst, die zu einem verzeihenden Gott irgendeinem Gott will. Und nirgends mehr ist ein Gott, der zu uns will. Haben sie vergessen, was geschehen ist? So schnell vergessen, dass sie unter dem Altar gelacht haben, dass sie geschrien, getobt und gehöhnt haben, den Priester bespuckt und den Papst in die Gosse gezogen haben? Haben sie vergessen, dass der Stellvertreter Gottes nicht mehr wagt, die Frevler zu exkommunizieren, weil niemand mehr gehorcht? Dass er die Massenmörder, wenn sie nur einen goldenen Stern an der Brust oder eine Leopardenkappe auf dem schwarzen Kopf tragen, empfängt und mit seinem Segen entlässt? Auf dem Petersplatz stehen die Reisenden, zücken die Kameras und klatschen dem weinerlichen Papst Paul VI. zu, wie einem Schauspieler in Amerikas Reißer Jesus Christus Superstar. Darüber weint er nicht. Er weint, dass sich die Priester unter seinen Augen verheiraten, dass es Gefängnisse auf der Welt gibt, dass niemand mehr im Zeitalter der Weltraumflüge an die leibhaftige Himmelfahrt Marie in Kleidern und Schuhen glaubt, dass die Schulmädchen, die zu ihm hinauf fotografieren, die Pille wie einen Bonbon und ihre Leibesfrucht töten. Sie tragen kurze Jesus Jeans, die über den runden Backen mit dem Satz werben, wer mich liebt, der folgt mir nach. Amerika? Hatte schon Clemenceau gegiftet, das ist die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz ohne den Umweg über die Kultur. Sieht das der Kreis da oben? Fällt niemand mehr aus mystischem Schauer auf die Knie? Niemand. Seht, er hat keinen Blitz mehr, er hat keinen Bann mehr in der Hand. Vielleicht ist schon der große Zerstörer der Antichrist gekommen, von dem Paulus sagt, wir werden ihn erkennen als den Gesetzlosen, den Lügenden, den, der den Gottesdienst umstoßen wird, den, der Großes zu Sinnen vorgeben, aber Verderben bringen wird. Na, come on, was soll noch zerstört werden? Wir glauben nicht mehr, wir zahlen nur noch die Rückversicherungspolize, wir haben den Antichrist überrundet, wir haben ihn beschissen, aber die Police bleibt, Freunde, ruhig, blut, die Police bleibt, solange wir nichts Besseres haben. Was halten wir in den Händen? Scherben. Es ist alles kaputt, was uns die Ewigkeit fühlen ließ, alles, was das Rasen der Uhr aufhielt und uns ahnen ließ, nicht verloren in der Vergänglichkeit zu sein. Die Stille in uns ist vernichtet, wir flüchten vor ihr, wir können sie nicht lange ertragen, wir werden krank in ihr, wir laufen und fahren und lärmen und fliehen. Unser Leben ist eine einzige große Angst und Besorgnis geworden, wie ein immer noch einmal prolongierter Wechsel. Wie lange noch? Unser Leben ist vergiftet, unser Atmen ist vergiftet, in der Luft ist bereits der Tod, im Tod, die Erde ist verseucht. Wir atmen den langsamen Tod, wir trinken ihn. Nicht davon sprechen, Freunde, hört ihr, nicht davon sprechen, seid brav. Sind die Türen verriegelt? Sind die Gitter vor den Fenstern? Ist der Alarm eingeschaltet? Die Banden sind wieder unterwegs, die Todmacher. Geht nicht mehr in der Dämmerung aus dem Hause, geht nicht durch die Bahnschächte, geht nicht durch einsame Straßen. Sie töten für ein Fünf-Mark-Stück. Sie töten, weil sie sich langweilen. Oder weil das gute Fressen sie drückt. Oder weil die Hoden drücken. Sie töten schon, weil es ihnen Freude bereitet, uns fallen zu sehen. Wir müssen lernen, mit dem amerikanischen Way of Life zu leben. In den USA geschehen jährlich 100.000 Morde. Fünf Millionen Amerikaner werden in jedem Jahr Opfer eines Verbrechens. So pulsen die Städte von modernem Leben. Geht hin, wohin ihr wollt. In Rio wird alle acht Stunden ein Mensch umgebracht, in einem Jahr über tausend. Geh hin, wohin du willst, aber geh schnell und nicht durch einsame Straßen. Sie überfallen die Alten und quälen die Jungen. Habe Angst um dein Kind. Sie überfallen Banken und nehmen Geiseln. Sie ketten sie in Kellern an elektrische Leitungen oder fesseln sie in Kisten und lassen sie ersticken, täglich und zu jeder Stunde. Werft euch zu Boden, wenn die Maschinenpistolen auf der Straße losgehen, springt aus dem Wagen und rettet euch, wenn die Fluchtautos ankommen mit den Ungeheuern, mit den Söhnen von Pastoren am Steuer und den kommunarden Mädchen mit dem Revolver wenn wir sterben müssen. Seht nicht hin, sprecht nicht darüber, denkt nicht daran, freut euch des Lebens. Ihr lebt doch noch? Natürlich, ich spreche ja zu Lebenden. Kommen Sie, meine Dame, kommen Sie, mein Herr, zeigen Sie es unseren Vätern, dass das Leben lebenswert ist. Zeigen Sie ihnen, dass es für sie kein Eis gibt, das ihnen den Zugang zu ihrer Nahrung verschließt. Es Bravo, gut geantwortet. Zeigt her eure Füßchen, zeigt her eure Schuhe, zeigt her eure prallen Hintern, zeigt her euer Auto, zeigt her euer Bankkonto, was noch? Euch fällt nichts mehr ein? Vergeßt nicht Teneriffa und Bangkok, was noch? Das Bundesverdienstkreuz, was noch, ihr Totenseelen? Welche Töne, nicht wahr? Wie hasserfüllt ich spreche, wie? Ja, ich bin nicht euer Freund, ich bin nicht aller Freund. Ich sagte, ich schriebe Geschichte mit dem Herzen Hesekiels, wahr, aber an der Gegenwart ersticke ich fast. Doch was sollen wir tun? Ich sage wir. Gehören sie, mein Freund, überhaupt zu mir? Wann haben sie zum letzten Mal vor Entzücken und Andacht die Hände gefaltet? Als Kind unter dem Weihnachtsbaum? Und dann? Wann haben sie seitdem im Geiste noch einmal den Lindenbaum am Brunnen vor dem Tore gesehen? Oder geglaubt, das Rauschen des Flügelschlages der fünf wilden Schwäne oder das Knarren des Mühlrades in einem kühlen Grunde zu hören? Und dies verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch? Dringt es noch bis zu ihrem Herzen? Sind sie hundert Mal in ihrem Leben vor den Wundern der Schönheit fast erstorben? Vor dem blühenden Mond? Vor dem Rufen der Amsel? Vor der Matthäus Passion? Vor dem Grüne Wald Altar? Vor der Pavlova? Vor dem Erechtheion? Vor dem Sonnenaufgang? Dann armer Freund sind sie ein Verlorener und Verratener wie ich und in Stunden der Besinnung ein Verzweifelter wie ich aber sagen sie es niemand sie wären ein Gelächter denn sie müssen wissen dass wir unsere Väter und alles was sie liebten weit hinter uns gelassen haben und dass die heutige Welt dicht vor dem Paradies steht aber denken sie an das Wort von Novalis noch hat jeder der vorgab das Paradies auf Erden zu errichten die Hölle geschaffen 5000 Jugendliche starben in einem Jahr in Amerika in dem sie sich mit Heroin zu Tode spritzten 30 in einem Monat in Deutschland die größte Verbrecher Organisation der Welt die Rauschgift Verkäufer sind fieberhaft an der Arbeit sie gehen in die Schulen in die Lehrlingsheime in die verlotterten Universitäten in einem Quartier in San Francisco vegetieren heute 35.000 Süchtige menschlicher Müll von den Dealers zum Tode verurteilt alle 24 Stunden wird ein Mensch geraubt jede 60 Minuten ein Mensch getötet in jedem Jahr stirbt in Deutschland eine Kleinstadt auf den Straßen In den USA hat man Krankenhäuser errichtet in denen die fernsehgeschädigten Kinder zu Hunderten gerettet werden sollen jene modernen Wesen die während ihrer Kinderjahre 15.000 Stunden vor dem strahlenden Apparat sitzen und gierig 18.000 Mord- und Grauenfilme aus 10 Kanälen in sich aufsaugen Öltanker versinken im Meer und verjauchen das Wasser Giftschiffe versinken im Meer und töten alles Leben das Todeskarussell dreht sich schneller und schneller Atomreaktoren übersäen die Erde wie Pestpusteln es ist ein Wettrennen hinter dem Wahn geworden sie salbanern von Unabhängigkeit vom Öl und rennen auch noch in die Abhängigkeit vom Uran sie machen aus Deutschland ein Minenfeld vor jedem Attentat auf diese Todesmeiler vor jedem Zufall vor jeder Bombe vor jedem Überfall können wir jetzt zittern aber wir zittern nicht immer vorne dran immer an der Spitze mit Amerika alles verdanken wir ja dem herrlichen Bruder eine einzelne Nation hat Montalat einmal prophetisch geschrieben der es gelingt die Moral die Qualität des Menschen auf fast der gesamten Erdoberfläche in die Tiefe stürzen zu lassen das hat es nicht gegeben seit der Globus existiert ich klage die Vereinigten Staaten an im ständigen Zustand des Verbrechens gegen die Menschheit zu sein 1945 waren wir Wachs in ihren Händen heute sind wir ihr williger Schatten geworden die Zivilisation sagen sie kann man nicht zurückschrauben nein Nun schritten was denn was wollen wir bewahren unser Vaterland was ist das die Erde der Acker die Städte die Fabriken die Banken die Atommeiler die Supermärkte die Parteisilos was ist das deutschen Vaterland wo ist es hingekommen es war doch einmal da wo ist es nur geblieben was war es denn ach meine verratenen Freunde ich glaube es war unsere Seele die ist es die sie zerstört haben die glücklichen anderen die noch eine Seele haben dürfen wir nicht denn Amerika hat keine wir sollen lachen wenn jemand von Seele spricht die neue Generation lebt bereits ohne jene Generation die die Hände verächtlich in die Hosentaschen stößt wenn sie unsere Schritte auch nur von Ferne hört sie haben Grünewald und Kaspar David Friedrich unter den Arm genommen ins Mausoleum getragen und sagen seht da hängt eure Scheißseele sie treiben Schindluder sie setzen eine Mülleimer auf Räder und nennen es Huldigung an Apoll sie spritzen mit einer Pistole Farbe auf die Leinwand und hängen sie in die Museen sie nageln einen Holzspan an die Wand und schreiben Selbstbildnisse darunter erinnern sie sich wie sich auf der Biennale die Menschen davor drängten vergessen sie es nicht das ist das einst unglaubliche Märchen von des Kaisers Kleidern es ist Wirklichkeit geworden die Wirklichkeit von Gehirnen die unheilbar krank sind sie sind Bravos geworden hassenswerte Bravos sie kennen nichts mehr keine Sehnsucht keine Liebe haben sie Blumen Mr. Neil Armstrong selbstverständlich aus Plastik das ist viel praktischer sie nennen sich abgenabelt ohne bei dem Wort zu erschrecken sie kennen nicht einmal Wehmut jene Empfindung die so kostbar zusammengesetzt ist aus Freude Trauer Resignation und unverlierbarer Erinnerung was sollen wir tun wird unser Atem nicht schon schwer was sollen wir tun ich weiß es nicht seit Odysseus hat sich niemand mehr zwischen Scylla und Charybdis gerettet ich weiß nur eins verband alles Mitleid mit jenen anderen ich liebe die großen Verachtenden weil sie die großen Verehrenden sind und Pfeile der Sehnsucht sind nach dem anderen Ufer hat Nietzsche bekannt ich liebe alle die welche wie einzelne schwere Tropfen sind fallend aus der dunklen Wolke die über den Menschen hängt sie verkünden dass der Blitz kommt und werden wohl als Verkünder zugrunde gehen darum verliert kein Mitleid ich sage hasst hasst was da über uns kommt wenn ich das sage mache ich nicht in Wahrheit Platz für die Liebe kann ich doch Gott nur annehmen indem er zugleich verwirft verdammt er nicht um der Liebe willen ja wer liebt muss zugleich verwerfen deshalb aus Liebe zu dem wonach wir hungern und was man kaputt gemacht hat deshalb sage ich hasst die Liebe ist machtlos geworden dort drüben jenseits des Ozeans steht der Schuldige 20 21 23 23 24